Terry Pratchett Klonk Ein Scheibenweltroman Gelesen von Michael Chee Koch Das Erste, was Takt tat, erschrieb sich selbst. Das Zweite, was Takt tat, erschrieb die Gesetze. Das Dritte, was Takt tat, erschrieb die Welt. Das Vierte, was Takt tat, erschrieb eine Höhle. Das Fünfte, was Takt tat, erschrieb eine Geode, ein Ei aus Stein. Und im Zwielicht des Höhleneingangs öffnete sich die Geode, und die Brüder waren geboren. Der Erste Bruder ging zum Licht und stand unter dem offenen Himmel. So wurde er zu groß. Er war der Erste Mensch. Er fand keine Gesetze und ward erleuchtet. Der Zweite Bruder ging zur Dunkelheit und stand unter einer Decke aus Stein. So bekam er die richtige Größe. Er war der Erste Zwerg. Er fand die von Takt geschriebenen Gesetze und ward erdunkelt. Aber etwas von Takt's lebendigem Geist war im aufgebrochenen Steinei gefangen und wurde zum ersten Troll. Ein Wesen, das ungebeten und unerwünscht durch die Welt wandert, ohne Seele oder Zweck, ohne Begreifen oder Verstehen. Es fürchtet Licht und Dunkelheit und wankt für immer im Zwielicht. Es weiß nichts, lernt nichts, erschafft nichts, ist nichts. Ausgedeht Takgar Die Dinge, die Tak schrieb Übersetzt von Professor W.W.W.W.Wildblut Verlag der unsichtbaren Universität 8 Angmorpog-Dollar Im Original scheint der letzte Absatz des zitierten Textes später von einem anderen Autor hinzugefügt worden zu sein. Er, den kein Berg zerschmettert nicht Er, den die Sonne aufhält nicht Er, den kein Hammer bricht nicht Er, der Feuer fürchtet nicht Er, der hebt Kopf über sein Herz Er, Diamant Übersetzung von Trollpiktogrammen in einer Basaltplatte, die man im tiefsten Stollen der Sirupminen von Angmorpog fand In einem schätzungsweise 500.000 Jahre alten Felsmelassenflöz Klonk So klang es, als die schwere Keule den Kopf traf Der Körper zuckte und sackte in sich zusammen Und es war vollbracht Ungehört, ungesehen Das perfekte Ende Eine perfekte Lösung Eine perfekte Geschichte Aber wie die Zwerge sagen Wo es Ärger gibt Findet man immer einen Troll Der Troll sah Es war ein perfekter Morgen Er wusste, dass es bald ein ganz und gar nicht perfekter Tag werden würde Aber für ein paar kurze Minuten konnte er sich etwas anderes vormachen Sam Mumm rasierte sich Es war sein täglicher Akt des Trotzes Eine Bestätigung dafür, dass er der Nun ja, eben Der einfache Sam Mumm war Zugegeben, er rasierte sich in einer Villa Und Während er sich rasierte, las ihm sein Butler aus der Times vor Aber das waren nur die Umstände Der Mann, der ihn aus dem Spiegel ansah, blieb Sam Mumm Es wäre ein wirklich schlechter Morgen, wenn er dort den Herzog von Ank sähe Herzog war nur eine Tätigkeitsbeschreibung Die meisten Nachrichten betreffen die gegenwärtige Zwergensituation, Herr Sagte Willikens, als Mumm die schwierige Stelle unter der Nase in Angriff nahm Er benutzte noch immer das offene Rasiermesser seines Großvaters Auch das diente ihm als Realitätsanker Außerdem war der Stahl viel besser als der, den man heutzutage bekam Sibyl, die sich durch eine seltsame Begeisterung für moderne technische Spielereien auszeichnete Schlug ihm immer wieder vor, sich einen dieser neuen Rasierapparate anzuschaffen Mit einem kleinen magischen Kobold drin, der mit einer Schere ganz schnell schnitt Aber davon wollte Mumm nichts wissen Niemand außer ihm durfte eine scharfe Klinge in der Nähe seines Gesichts benutzen Komtal, Komtal, brummte er sein Spiegelbild an Gibt es nichts Neues? Nicht in dem Sinne, Herr, sagte Willikens und blätterte zur ersten Seite zurück Es wird über die Rede von Grack Schinkenbrecher berichtet Anschließend kam es zu Unruhen, heißt es Mehrere Zwerge und Trolle wurden verletzt Führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben zur Ruhe aufgefordert Mumm schüttelte den Seifenschaum vom Rasiermesser Na klar, haben sie das Sag mir, Willikens Warst du als Junge an vielen Raufereien beteiligt? Warst du Mitglied bei einer Bande oder sowas? Ich hatte die Ehre, zu den unverschämten Jungs der Betrug- und Schwindelstraße zu gehören, Herr antwortete der Butler Im Ernst? Erwiderte Mumm beeindruckt Das waren ziemlich harte Kerle, wenn ich mich recht entsinne Danke, Herr Sagte Willikens sanft Ich kann voller Stolz darauf hinweisen, dass ich mehr ausgeteilt als eingesteckt habe Wenn es nötig wurde, mit den jungen Männern von der Seilstraße die Frage umstrittener Revierbereiche zu diskutieren Stauerhaken waren ihre Lieblingswaffen, soweit ich weiß Und deine? Fragte Mumm gespannt Eine Mützenkrempe mit scharf geschliffenen Münzen, Herr Eine gute Hilfe, wenn es brenzlig wurde Bei den Köttern, Mann! Mit so einem Ding zu hantieren, kann schnell ins Auge gehen Wenn man es geschickt anstellt, ja Sagte Willikens und faltete sorgfältig ein Handtuch zusammen Und hier stehst du jetzt, in deiner Nadelstreifenhose und der Butlerjacke Glänzend wie Schmalz und fett wie Butter, dachte Mumm, während er unter seinen Ohren alles in Ordnung brachte Und ich bin Herzog Das Leben ist voller Überraschungen Und hast du jemals gehört, wie jemand zu Unruhe aufgefordert hat? Fragte er Nie, Herr Ich auch nicht Sowas passiert nur in Zeitungen Mumm blickte auf den Verband an seinem Arm Es war ziemlich unruhig gewesen Steht in dem Artikel, das ich persönlich eingegriffen habe? Fragte er Nein, Herr Aber hier steht, dass rivalisierende Gruppen in den Straßen durch die wackeren Bemühungen der Wache auseinandergehalten wurden Haben Sie wirklich das Wort Wacker benutzt? Fragte Mumm Das haben Sie tatsächlich, Herr Gut Brummte Mumm mit widerstrebender Zufriedenheit Wird auch erwähnt, dass zwei Wächter zum Gratishospital gebracht werden mussten Und einer von ihnen recht schwer verletzt war? Unerklärlicherweise nicht, Herr Sagte der Butler Hm, typisch Wie dem auch sei Lies weiter Willikens hüstelte höflich Vielleicht möchtest du das Rasiermesser senken, bevor du die nächste Nachricht hörst, Herr Der kleine Schnitt letzte Woche hat mir Schwierigkeiten mit ihrer Ladyschaft eingebracht Mumm beobachtete, wie sein Spiegelbild seufzte Und das Rasiermesser sinken ließ Also gut, Willikens, ich bin auf das Schlimmste gefasst Hinter ihm wurde professionell mit der Zeitung geraschelt Die Schlagzeile auf Seite 3 lautet Ein Vampir für die Wache? Herr, sagte der Butler und wich einen vorsichtigen Schritt zurück Verdammt, wer hat ihnen davon erzählt? Ich weiß es nicht, Herr Hier steht, dass du nichts von Vampiren in der Wache hältst Heute aber mit einem Rekruten sprechen wirst Es heißt, deswegen gebe es eine große Kontroverse Blättere bitte zur achten Seite, sagte Mumm Hinter ihm raschelte die Zeitung erneut Nun, fragte er Dort bringen sie meistens ihre dumme politische Karikatur Hast du das Rasiermesser gesenkt, Herr? Erkundigte sich Willikens Ja Vielleicht solltest du außerdem einen Schritt vom Waschbecken zurücktreten, Herr Sie zeigt mich, nicht wahr? Fragte Mumm grimmig In der Tat, Herr Die Karikatur präsentiert einen kleinen nervösen Vampir Und, wenn ich das sagen darf, eine überlebensgroße Darstellung von dir Die sich über den Schreibtisch beugt mit einem Holzpflock in der rechten Hand Die Bildunterschrift lautet Hast du das Herz am rechten Fleck? Das soll ein Scherz sein, Herr, denn der Pflock dient dazu Ja, ich kann den Versuch humorvoll zu sein unschwer erkennen, sagte Mumm müde Besteht die Möglichkeit, dass du Sibyl zuvorkommst und das Original kaufst? Jedes Mal, wenn die Zeitung eine Karikatur von mir bringt, besorgt sie sich das Original und hängt es in der Bibliothek auf Herr, äh, Fizz trifft dich sehr gut, Herr, räumte der Butler ein Und leider muss ich sagen, dass ihre Ladyschaft mich bereits angewiesen hat, für sie das Büro der Times aufzusuchen Mumm stöhnte Das ist noch nicht alles, Herr, fuhr Willikens fort Ihre Ladyschaft hat mir aufgetragen, dich daran zu erinnern, dass sie und der junge Sam Dich um Punkt elf im Atelier von Sir Joshua erwarten, Herr Wie ich hörte, befindet sich das Gemälde in einer wichtigen Phase Aber ich Sie hat sich sehr klar ausgedrückt, Herr Sie meinte, wenn sich der Kommandeur der Polizei nicht einmal freinehmen kann Wer dann? Dann? An diesem Tag im Jahr 1802 erwachte der Maler Methodia Schlingel in der Nacht, weil Kriegsgeräusche aus einer Schublade seines Nachtschränkchens drangen Schon wieder Ein einzelnes schwaches Licht erhellte den Keller Um genau zu sein, verlieh es der Dunkelheit unterschiedliche Qualität und trennte Schatten von tieferen Schatten Die Gestalten waren kaum zu sehen Mit gewöhnlichen Augen ließ ich nicht feststellen, wer sprach Hierüber wird nicht gesprochen, verstanden? Es soll nicht darüber gesprochen werden, er ist tot Dies ist eine Zwergenangelegenheit, sie soll der Stadtwache nicht zu Ohren kommen, die Wächter haben hier nichts zu suchen Möchte jemand von uns, dass die hier herunterkommen? Es gibt Zwerge in der Wache? Ha! Die Erkatze! Zu viel Zeit in der Sonne, sie sind zu kleinen Menschen geworden Denken sie wie Zwerge? Und Mum würde überall herumschnüffeln und mit den lächerlichen Lappen winken, die sie Gesetze nennen Warum sollten wir solche Störungen zulassen? Außerdem ist dies kaum ein Geheimnis Nur ein Troll kann das getan haben Das meint ihr doch auch Ich habe gesagt, das meint ihr doch auch Genau das ist geschehen sagte eine Gestalt Die Stimme war dünn und alt und eigentlich eher ungewiss Ja, es war ein Troll ertönte eine andere Stimme Sie klang fast genauso wie die erste, brachte aber einen Hauch mehr Gewissheit zum Ausdruck Es folgte eine Pause, während der das allgegenwärtige Geräusch der Pumpen anzuschwellen schien Es kann nur ein Troll gewesen sein, sagte die erste Gestalt Heißt es nicht, hinter jedem Verbrechen findet man den Troll? Vor der Wache am Pseudopolisplatz hatte sich eine kleine Menge eingefunden, als Kommandeur Mum eintraf Bis dahin war es ein netter, sonniger Morgen gewesen Er blieb sonnig, wurde aber weniger nett Die Leute hielten Schilder und Transparente Blutsauger raus, las Mum und Fangzähne weg Gesichter wandten sich ihm zu Mit verdrießlichem, leicht besorgtem Trotz Er murmelte einen Fluch, gerade leise genug Otto Schriek, der Ikonograf der Times, stand in der Nähe, hielt einen Sonnenschirm und wirkte deprimiert Er bemerkte Mums Blick und kam näher Warum bist du hier, Otto? fragte Mum Erhoffst du dir ein Bild von einem ordentlichen Durcheinander? Es sind Nachrichten, Kommandeur, sagte Otto und blickte auf seine sehr glänzenden Schuhe hinab Wer hat dir den Tipp gegeben? Ich mache nur die Bilder, Kommandeur, erwiderte Otto und sah verletzt auf Außerdem könnte ich's dir ohnehin nicht sagen, wegen der Pressefreiheit Du meinst wohl die Freiheit, Öl ins Feuer zu gießen, bemerkte Mum Also ist das eben mit der Freiheit, sagte Otto Niemand hat gesagt, dass sie schön ist Aber du bist ebenfalls ein Vampir, Mum deutete auf die Demonstranten Gefällt dir, was hier aufgehetzt worden ist? Es sind trotzdem Nachrichten, Kommandeur, sagte Otto sanftmütig Mum sah erneut zur Menge Sie bestand zum größten Teil aus Menschen Ein Troll war dabei, aber vermutlich hatte er sich den Demonstranten einfach deshalb hinzugesellt, weil etwas geschah Ein Vampir brauchte einen Steinbohrer und viel Geduld, bevor er einen Troll in Schwierigkeiten bringen konnte Aber diese Sache hatte auch etwas Positives, wenn man so wollte Die kleine Nebenvorstellung lenkt die Leute vom Komtal ab Seltsam, dass die Leute offenbar nichts gegen dich haben, Otto, sagte Mum und beruhigte sich ein wenig Ich bin nicht offiziell, erklärte Otto Ich habe weder ein Schwert noch das Abzeichen Ich bin keine Gefahr und nur ein arbeitender Langweiler Und ich bringe die Leute zum Lachen Mum starrte ihn groß an Daran hatte er noch nie gedacht Aber ja Der kleine, nervöse Otto In seinem rot abgesetzten Opernmantel voller Taschen für seine Ausrüstung Die glänzenden schwarzen Schuhe Der sorgfältig geschnittene spitze Haaransatz Und nicht zuletzt der lächerliche Akzent Der abhängig von seinem Gesprächspartner stärker oder schwächer wurde Er wirkte sicher nicht bedrohlich Ganz im Gegenteil Er sah komisch aus, wie ein Varieté-Vampir Er war ein Witz Und zum ersten Mal dachte Mum daran, dass dieser Witz auf Kosten der anderen Leute ging Bringen sie zum Lachen, dann fürchten sie sich nicht Er nickte Otto zu, trat ein und sah Feldwebelgrin sie Kleinpo auf einer Kiste am Schreibtisch des wachhabenden Polizisten stehen Die neuen Rangabzeichen blitzblank an ihrem Ärmel Mum nahm sich vor, etwas bezüglich der Kiste zu unternehmen Einigen Zwergen in der Wache gefiel es nicht, darauf stehen zu müssen Ich glaube, wir sollten zwei Wächter draußen postieren, Grinzi sagte er Keine Provokation Nur eine kleine Erinnerung daran, dass wir den Frieden bewahren Ich denke, das wird nicht nötig sein, Herr Mumm erwiderte die Zwergin Ich möchte in der Times kein Bild sehen, das den ersten Vampir-Rekruten der Wache zeigt, wie er von Demonstranten angepöbelt wird, Korb Feldhebel, sagte Mumm streng Das dachte ich mir, Herr erwiderte Grinzi Deshalb habe ich Feldwebel Angua gebeten, sie abzuholen Sie sind vor einer halben Stunde durch den Hintereingang gekommen Sie zeigt dir das Gebäude Ich glaube, sie sind unten im Umkleideraum Du hast Angua darum gebeten? fragte Mumm und fühlte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte Ja, Herr? entgegnete Grinzi und wirkte plötzlich besorgt Äh, gibt es da ein Problem? Mumm starrte sie groß an Sie ist eine gute, wachhabende Polizistin dachte er Ich wünschte, ich hätte mehr von ihrer Sorte Und sie hat die Beförderung verdient, weiß der Himmel Aber, erinnerte er sich Sie kommt aus Überwald Sie hätte sich eigentlich an die Sache zwischen Vampiren und Wehrwölfen erinnern müssen Vielleicht ist es meine Schuld Ich weise immer wieder darauf hin, dass alle Polizisten Polizisten sind Was? Oh nein, sagte Mumm Wahrscheinlich nicht Ein Vampir und ein Wehrwolf im gleichen Zimmer dachte er, als er die Treppe hinaufging Nun, sie müssen irgendwie damit fertig werden Und das ist nur das Erste unserer Probleme Und ich habe Herrn Pessimal ins Verhörzimmer geführt rief ihm Grinzi nach Mumm blieb abrupt stehen Pessimal? Wiederholte er Der Regierungsinspektor, Herr? Erwiderte Grinzi in fragendem Tonfall Von dem du mir erzählt hast? Oh ja, dachte Mumm Das zweite unserer Probleme Es war Politik Mumm konnte sich einfach nicht an Politik gewöhnen, die für ehrliche Leute voller Fallen steckte Diese war in der vergangenen Woche zugeschnappt In Lord Veterinary's Büro Bei einer routinemäßigen, täglichen Besprechung Ah, Mumm Sagte seine Exzellenz, als Mumm eintrat Wie nett von dir, dass du gekommen bist Ist es ein schöner Tag? Bis zu diesem Moment Dachte Mumm, als er die anderen beiden Personen im Zimmer bemerkte Du wolltest mich sprechen, Herr? Fragte er und wandte sich an Veterinary Die Liga der Diffamierung von Siliziumleben demonstriert in der Wasserstraße Und der Verkehr staut sich bis zum geringsten Tor Das kann bestimmt warten, Kommandeur Ja, Herr Das ist das Problem, Herr Das Warten Veterinary winkte lässig Volle Karren, die die Straßen verstopfen, sind ein Zeichen des Fortschritts, Mumm Erklärte er Nur im übertragenen Sinn, Herr Sagte Mumm Wie dem auch sei Ich bin sicher, dass deine Leute damit fertig werden können Veterinary deutete auf einen freien Stuhl Du hast jetzt so viele Sie kosten viel Geld Bitte setz dich, Kommandeur Kennst du Herrn John Smith? Der andere Mann am Tisch nahm die Pfeife aus dem Mund Und schenkte Mumm ein Lächeln Sagte er schneidig und nahm Haltung an Der Pullover war wirklich schrecklich Er hatte ein übelkeiterregendes Zickzackmuster in vielen verschiedenen, nicht zueinander passenden Farben Das Ding sah aus wie etwas, das eine farbenblinde Tante als Geschenk gestrickt hatte Man wagte nicht, so etwas wegzuwerfen, weil die Leute von der Müllabfuhr gelacht und die Mülltonnen umgestoßen hätten Herr Smith ist, begann Veterinary Präsident der Überwaldischen Liga der Enthaltsamkeit in Angmorpork, sagte Mumm Und ich glaube, die Dame neben ihm ist Frau Doreen Winkins, Schatzmeisterin derselben Es geht um einen Vampir in der Wache, nicht wahr, Herr? Schon wieder Ja, Mumm, das stimmt, bestätigte Veterinary Und ja, schon wieder Wie wär's, wenn wir alle Platz nehmen, Mumm? Es gab kein Entkommen, begriff Mumm, als er voller Groll auf den Stuhl sank Und diesmal würde er verlieren Veterinary hatte ihn in die Enge getrieben Mumm kannte alle Argumente dafür, verschiedene Spezies in der Wache zu haben Es waren gute Argumente Einige Argumente dagegen waren schlechte Argumente Es gab Trolle in der Wache, viele Zwerge, einen Wehrwolf, drei Golems, einen Igor und nicht zuletzt Corporal Nobs Dies lief auf eine Verunglimpfung von Nobby hinaus, musste Mumm zugeben Nobby war ein Mensch, wie viele andere Angehörige der Wache Allerdings war er der Einzige, der ein Zertifikat bei sich tragen musste, um es zu beweisen Warum also kein Vampir? Und die Liga der Enthaltsamkeit war eine Tatsache Ebenso Vampire, die das schwarze Band der Liga trugen Nicht einen Tropfen Zugegeben, Vampire, die dem Blut abgeschworen hatten, konnten ein wenig seltsam sein Aber sie waren intelligent und clever und somit ein möglicher Aktivposten der Gesellschaft Und die Wache war der sichtbarste Arm der Regierung in der Stadt Warum kein Beispiel geben? Weil du die verdammten Vampire hast, antwortete Mumms arg mitgenommene, aber immer noch funktionierende Seele Kein Drumherumgerede, keine Ausflüchte in der Art von Die Öffentlichkeit wird es nicht akzeptieren oder Die Zeit ist nicht reif Du hast die verdammten Vampire und es ist deine verdammte Wache Die anderen drei sahen ihn an Herr Mumm, sagte Frau Winkens, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass du noch immer keins unserer Mitglieder in die Fache aufgenommen hast Warum sagst du nicht Wache? dachte Mumm Ich weiß, dass du es kannst Lass den 23. Buchstaben des Alphabets in dein Leben eintreten Frag Jan Smith nach dem einen oder anderen W Er hat genug davon Und überhaupt, ich habe ein neues Argument und es ist todsicher Frau Winkens, sagte er laut Kein Vampir hat sich um einen Platz in der Wache beworben Vampire sind geistig nicht für das Leben eines Polizisten geeignet Und es heißt Kommandeur Mumm, herzlichen Dank In Frau Winkens kleinen Augen glänzte gerechte Bosheit Oh, willst du etwas sagen, dass Vampire dumm sind? fragte sie Nein, Frau Winkens, ich sage, dass sie intelligent sind Und genau dort liegt das Problem Warum sollte eine intelligente Person ihre Ei- Kopf und Kragen riskieren, und zwar täglich, für nur 38 Dollar plus Zulagen im Monat Vampire haben Klasse, Kultur und ein Von im Namen Für sie gibt es hundert bessere Dinge zu tun, als Polizist zu sein und auf Streife zu gehen Soll ich vielleicht ein Vampir zwingen, den Dienst in der Wache anzutreten? Böte man ihnen nicht den Rang eines Offiziers an? fragte John Smith Schweiß glänzte in seinem Gesicht und sein permanentes Lächeln wirkte manisch Gerüchten zufolge fiel es ihm sehr schwer, enthaltsam zu bleiben Nein, jeder beginnt auf der Straße, sagte Mumm Das stimmte nicht ganz, aber die Frage hatte ihn beleidigt Und in der Nachtwache Eine gute Ausbildung, die beste, die es gibt Eine Woche verregnete Nächte mit Nebel und Wasser, das einem über den Nacken rinnt und mit seltsamen Geräuschen in den Schatten Dann erkennen wir, ob wir einen richtigen Polizisten haben Er wusste es in dem Augenblick, als die Worte seinen Mund verließen Die Falle war zugeschnappt Offenbar hatten sie einen Kandidaten Nun, das klingt wirklich gut Zeigte Frau Winkens und lehnte sich zurück Mumm wollte sie schütteln und rufen Du bist kein Vampir, Doreen Du hast einen geheiratet, ja Aber der wurde erst zu einem Vampir, als es jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lag, dass er jemanden beißen könnte Die echten Schwarzbandler versuchen sich normal und unauffällig zu verhalten Keine weiten Umhänge, keine Blutsaugerei und erst recht keine Nachthemden, die jungen Damen vom Leib gerissen werden Alle wissen, dass John überhaupt kein Vampir-Smith, früher Graf Vargo, St. Grimmich von Grimmelsburg war Aber jetzt traut der Pfeife, trägt grässliche Pullover, sammelt Bananen und baut aus Streichhölzern Modelle menschlicher Organe, weil er glaubt, dass ihn ein Hobby mehr zu einem Menschen macht Und du, Doreen? Du bist in der Unbesonnenheitsstraße geboren Deine Mutter war Wäscherin Niemand könnte dir ein Nachthemd vom Leib reißen Nicht ohne einen Kran Aber du bist so drin in dieser Sache Es ist ein verdammtes Hobby Du versuchst, vampirischer zu sein als Vampire Übrigens klappern die falschen spitzen Zähne, wenn du sprichst Mum? Mum begriff, dass Leute gesprochen hatten Herr Smith hat gute Neuigkeiten, sagte Veterinary In der Tat, ja, sagte John Smith und lächelte wie ein Wahnsinniger Wir haben einen Rekruten für dich, Kommandeur Einen Vampir, der in der Wache dienen möchte Und die Nacht wird natürlich kein Problem sein, fügte Doreen triumphierend hinzu Wir sind die Nacht Soll das heißen, ich bin gezwungen? Begann Mum Veterinary unterbrach ihn schnell Oh nein, Kommandeur Wir respektieren deine Autonomie als Kommandeur der Wache Die Entscheidung darüber, wer in der Wache Dienst leistet, liegt natürlich bei dir Ich bitte dich nur, ein Gespräch mit dem Kandidaten zu führen, um der Fairness willen Ja, natürlich, dachte Mum Und die Beziehungen zu Überwald werden ein wenig leichter, wenn du auf einen Schwarzbandler in der Wache hinweisen kannst Und wenn ich diesen Mann ablehne, so muss ich einen Grund dafür nennen Und der Hinweis, ich kann Vampire nicht ausstehen, genügt vermutlich nicht Natürlich, brummte er, schick ihn zu mir Er ist eine Sie, sagte Veterinary und blickte auf seine Unterlagen Salazia, Deloresista, Amanita, Trigestatra, Zeldana, Malifee Er zögerte, blätterte einige Seiten weiter und sagte Ich glaube, wir können einen Teil davon überspringen Der Name endet mit von Humpeding Sie ist 51, aber, fügte Veterinary hinzu, bevor Mum an diesen Punkt ansetzen konnte Das ist überhaupt kein Alter für einen Vampir Oh, und sie möchte einfach nur Sally sein Sein Der Umkleideraum war nicht groß genug Nicht annähernd groß genug Feldwebel Angua versuchte nicht zu atmen Ein großer Saal wäre gut gewesen Oder noch besser, draußen an der frischen Luft Sie brauchte Platz zum Atmen Genauer gesagt, sie brauchte Platz, um keinen Vampirgeruch einzuatmen Verdammte Grinzi Aber Angua hatte nicht ablehnen können Das hätte einen schlechten Eindruck gemacht Sie konnte nur lächeln, es ertragen und das dringende Verlangen niederringen, dem Mädchen mit den Zähnen die Kehle zu zerfleischen Sie muss davon wissen, dachte Angua Sie alle wussten, dass sie eine Aura von müheloser Zwanglosigkeit umgab Von Selbstsicherheit in jeder Gesellschaft und davon überall zu Hause zu sein In allen anderen weckten sie das Gefühl, zweitklassig und unbeholfen zu sein Nenn mich Sally, du lieber Himmel Entschuldige bitte, sagte Angua und versuchte, ihre Nackenhaare daran zu hindern, sich aufzurichten Es ist ein wenig eng hier drin Sie hüselte Wie dem auch sei Dies ist der Umkleideraum Keine Sorge, hier riecht es immer so Und mach dir nicht die Mühe, deinen Spind abzuschließen Alle Schlüssel sind gleich und außerdem springen die meisten Türen auf, wenn man an die richtige Stelle klopft Bewahre keine Wertsachen darin auf, es gibt hier zu viele Polizisten Und riecht dich nicht zu sehr auf, wenn jemand Weihwasser oder einen Holzpflock hineinstellt Könnte das passieren? Fragte Sally Es könnte nicht passieren Es wird passieren Sagte Angua Ich habe in meinem Spind ein Hundehalsband und knochenförmige Kekse gefunden Hast du dich nicht beschwert? Was? Nein Man beschwert sich nicht Schnappte Angua und wünschte sich Sie könnte auf der Stelle mit dem Einatmen aufhören Sie glaubte bereits, dass ihr Haar völlig durcheinander war Aber ich dachte, die Wache Es hat nichts damit zu tun, was du Was wir sind Klar? Sagte Angua Wenn du ein Zwerg wärst, würdest du Schuhe mit Plateausohlen oder eine Trittleiter oder etwas in der Art finden Obwohl sowas heute nicht mehr sehr oft passiert Sie versuchen es bei allen Es ist eine Polizistensache Und dann beobachten sie, wie du darauf reagierst, verstehst du? Niemand schert sich darum, ob du ein Gnom, Zombie oder Vampir bist Zumindest nicht sehr Fügte Angua in Gedanken hinzu Aber lass die anderen bloß nicht glauben, dass du ein Jammerer oder Petscher bist Und die Kekse waren eigentlich nicht schlecht, um ganz ehrlich zu sein Oh, bist du schon Igor begegnet? Sehr oft, sagte Sally Angua rang sich ein Lächeln ab In Überwald sah man viele Igors, insbesondere als Vampir Und diesem? Fragte sie Ich glaube nicht Ah, das war eine Erleichterung Normalerweise mied Angua Igors Laboratorium Denn der davon ausgehende Geruch war entweder schrecklich chemisch Oder grässlich verlockend organisch Aber jetzt hätte sie ihn liebend gern eingeatmet Sie ging zur Tür Etwas schneller als die Höflichkeit es erforderte Und klopfte an Sie öffnete sich knarrend Jede von einem Igor geöffnete Tür knarrte Es gehörte einfach dazu Hallo Igor, sagte Sally freundlich Lass dir die Hand mit den sechs Fingern schütteln Angua überließ sie sich selbst Igors waren von Natur aus servil und Vampire nicht Daher passten sie gut zusammen Endlich bekam Angua Gelegenheit frische Luft zu schnappen Die Tür öffnete sich Herr Pessimal, Herr Sagte Grinzi und führte einen Mann in Mums Büro Der nicht viel größer war als sie Und hier ist die fürs Büro bestimmte Ausgabe der Times Der Pessimal war ordentlich Sogar mehr als das Er schien eine Art faltbare Person zu sein Sein Anzug war billig, aber sehr sauber Und seine Schuhe funkelten Auch sein Haar glänzte Noch mehr als die Schuhe Es war in einen Mittelscheitel gekämmt Und klebte so am Kopf, dass es wie aufgemalt wirkte Alle Dienststellen der Stadt wurden gelegentlich inspiziert Hatte Veterinary gesagt Es gab keinen Grund, warum die Wache eine Ausnahme darstellen sollte Immerhin vergeudete sie einen nicht unbeträchtlichen Teil der städtischen Gelder Mumm hatte darauf hingewiesen, dass von Vergeudung nicht die Rede sein konnte Trotzdem, hatte Veterinary gesagt Einfach trotzdem Trotzdem Argumenten konnte man nichts entgegensetzen Und das Ergebnis war Herr Pessimal Der nun Mumm entgegentrat Er glitzerte beim Gehen Mumm konnte es nicht anders beschreiben Jede Bewegung war ordentlich Bestimmt hatte er eine Geldbörse mit Rutschschwach Und eine Brille an einem Band Dachte Mumm Herr Pessimal faltete sich vor Mums Schreibtisch auf den Stuhl Und öffnete die beiden Schnallen seiner Aktentasche Mit einem doppelten Klacken des Unheils Feierlich setzte er eine Brille auf Ein schwarzes Band war daran befestigt Mein Akkreditierungsschreiben von Lord Veterinary, euer Gnaden Sagte er und reichte Mumm ein Blatt Papier Danke, Herr, äh, A.I.Pessimal Sagte Mumm, warf einen Blick darauf und legte es beiseite Und wie können wir dir helfen? Übrigens heißt es Kommandeur, Mumm, wenn ich im Dienst bin Ich brauche ein Büro, euer Gnaden Und Zugang zu allen euren Unterlagen Wie du weißt, besteht meine Aufgabe darin Seiner Lordschaft eine komplette Übersicht Und eine Kosten-Nutzen-Analyse der Wache zu geben Mit Verbesserungsvorschlägen zu allen Aspekten ihrer Aktivitäten Deine Kooperation wäre willkommen, ist aber nicht erforderlich Verbesserungsvorschläge? Fragte Mumm munter, während Feldwebel Kleinpo Hinter A.I.Pessimals Stuhl in Erwartung des Schlimmsten die Augen schloss Na wunderbar! Ich bin für meine Kooperationsbereitschaft bekannt Die Sache mit dem Herzog habe ich doch erwähnt Ja, euer Gnaden Sagte A.I.Pessimal formell Trotzdem, du bist der Herzog von Ankh Und es wäre unangemessen, dich anders anzusprechen Es würde sich respektlos anfühlen Ich verstehe Und wie soll ich dich ansprechen, Herr Pessimal? Fragte Mumm Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich auf der anderen Seite des Zimmers Ein Dielenbrett kaum merklich hob A.I.Pessimal genügt euer Gnaden Antwortete der Inspektor Und das A steht für? Fragte Mumm und wandte den Blick kurz von dem Dielenbrett ab Es ist einfach nur ein A, euer Gnaden Erwiderte A.I.Pessimal geduldig A.I.Pessimal Soll das heißen, du hast keinen Namen bekommen, sondern Initialen? Ganz recht, euer Gnaden Sagte der kleine Mann Wie nennen dich deine Freunde? A.I.Pessimal sah aus, als enthielte der Satz eine wichtige Annahme, die er nicht verstand Und deshalb hatte Mumm ein wenig Mitleid mit ihm Feldwebel Kleinpo wird sich um dich kümmern Sagte er mit falscher Juwialität Besorg ihm irgendwo ein Büro, Feldwebel, und Stell ihm alle Unterlagen zur Verfügung, die er anfordert Überhäuf ihn mit Papieren, dachte Mumm Begrab ihn darunter, wenn es ihn von mir fernhält Danke, euer Gnaden Sagte A.I.Pessimal Ich muss auch mit einigen Angehörigen der Wache sprechen Warum? fragte Mumm Um die Vollständigkeit meines Berichts zu gewährleisten, euer Gnaden Ich kann dir alles sagen, was du wissen musst Entgegnete Mumm Ja, euer Gnaden, aber so geht man nicht vor bei einer Ermittlung Ich muss vollkommen unabhängig sein Quis custodiat ipsos custodis, euer Gnaden Den Spruch kenne ich, sagte Mumm Wer bewacht die Wächter? Ich, Herr Pessimal Ja, aber wer bewacht dich, euer Gnaden? Erwiderte der Inspektor mit einem kurzen Lächeln Das mache ich ebenfalls, die ganze Zeit über, sagte Mumm Glaub mir In der Tat, euer Gnaden Trotzdem muss ich hier das öffentliche Interesse repräsentieren Ich werde versuchen, nicht aufdringlich zu sein Sehr freundlich von dir, Herr Pessimal Sagte Mumm und gab auf Ihm war nicht klar gewesen, wie sehr er Veterinarien letzter Zeit verärgert hatte Dies fühlte sich nach einem seiner Spielchen an Na schön, genieß deinen, hoffentlich kurzen, Aufenthalt bei uns Bitte entschuldige mich, wir haben heute Morgen viel zu tun Wegen der Sache mit dem Komtal und all den anderen Dingen Herein, Fred! Das war ein Trick, den er von Veterinary gelernt hatte Es fiel einem Besucher schwer zu bleiben, wenn sein Ersatz zugegen war Außerdem schwitzte Fred sehr, wenn es warm wurde Er war ein Meisterschwitzer Und in all den Jahren hatte er es nicht herausgefunden Wenn man vor dem Büro stand, schaukelte das lange Dielenbrett ein wenig am Querbalken und hob sich dort nach oben, wo Mumm es sehen konnte Das Dielenbrett kehrte nach unten zurück und die Tür öffnete sich Ich weiß nicht, wie du es anstellst, Herr Mumm sagte Feldwebel Kollon fröhlich Ich wollte gerade anklopfen Nachdem du lange genug gelauscht hast, dachte Mumm Zufrieden stellte er fest, dass A.E.Pessimal die Nase rümpfte Was ist los, Fred? fragte er Oh, keine Sorge, Herr Pessimal wollte gerade gehen Weitermachen, Feldwebelkleinpo Äh, guten Morgen, Herr Pessimal Als Grin sie den Inspektor weggeführt hatte, nahm Fred Kollon den Helm ab und wischte sich Schweiß von der Stirn Draußen wird's wieder heiß, sagte er Ich schätze, es gibt bald Gewitter Ja, Fred, und weshalb genau bist du hier? fragte Mumm Er brachte es fertig, Fred darauf hinzuweisen, dass er immer willkommen war, nur nicht gerade jetzt Äh, etwas Großes bahnt sich in den Straßen an, Herr, sagte Fred ernst und wie jemand, der sich den Satz eingeprägt hatte Mumm seufzte Soll das heißen, dass etwas passiert, Fred? Ja, Herr Es sind die Zwerge, Herr Ich meine, die Jungs hier Es wird schlimmer Sie stecken die Köpfe zusammen, Herr Wohin man auch sieht, Herr, überall werden Köpfe zusammengesteckt Aber sie hören damit auf, wenn man sich nähert Selbst die Feldwebel Sie hören auf, die Köpfe zusammenzustecken und sehen einen seltsam an, Herr Und das macht die Trolle nervös, ganz klar Wir lassen hier bei uns keine Wiederholung des Komteils zu, Fred, sagte Mumm Ich weiß, die Stadt ist derzeit voll davon, weil der Jahrestag bevorsteht Aber ich mache jeden Polizisten zur Minna, der sich im Umkleideraum an einer historischen Nachstellung versucht Die Betreffenden werden sich auf der Straße wiederfinden, mach das allen klar Ja, Herr, bestätigte Fred Kollern Aber diese Dinge meine ich nicht, darüber wissen wir alle Bescheid Die heutige Sache ist anders, sie fühlt sich schlimm an Mir richten sich dabei die Nackenhaare auf Die Zwerge wissen was Etwas, das sie verschweigen Mumm zögerte Fred Kollern konnte nicht unbedingt als das größte Polizeitalent bezeichnet werden Er war langsam, stur und nicht sehr einfallsreich Aber er war so lange durch die Straßen von Ankh-Morpork gestapft, dass er Furchen in ihnen hinterlassen hatte Irgendwo im Innern des dummen, dicken Kopfes steckte etwas Kluges, das im Wind schnupperte, die Stimmen hörte und das Gekritzel an den Mauern las, wenn auch mit Lippen, die sich dabei bewegten Vermutlich hat der verdammte Schinkenbrecher erneut für Unruhe gesorgt, Fred, sagte Mumm Ich habe gehört, wie sie in ihrer Sprache seinen Namen erwähnten, ja, aber ich bin sicher, dass mehr dahinter steckt Ich meine, die Burschen wirken ziemlich nervös, Herr Es ist etwas Wichtiges, Herr Ich fühle es in meinem Wasser Mumm dachte an die Zulässigkeit von Fred Collins' Urin als Beweisstück A Es war nicht unbedingt etwas, das man in einem Gerichtssaal vorlegen wollte, aber der Instinkt eines alten Straßenmonstrums wie Fred bedeutete viel unter Polizisten Wo ist Karotte? fragte Mumm Er hat Dienstfrei, Herr Er hat die Spätschicht und die Morgenschicht übernommen unten in der Sirupminenstraße Alle schieben doppelte Schichten Fügte Fred Collins vorwurfsvoll hinzu Tut mir leid, Fred, du weißt, wie es ist Ich setze ihn darauf an, wenn er zurückkehrt Er ist ein Zwerg und hört die Gerüchte Ich fürchte, er ist ein wenig zu groß, um die Gerüchte zu hören, Herr, sagte Colin und dabei klang seine Stimme seltsam Mumm neigte den Kopf zur Seite Wie kommst du darauf, Fred? Fred Collins schüttelte den Kopf Es ist nur ein Gefühl, Herr, sagte er Erinnerungen und Verzweiflung vibrierten in seiner Stimme, als er hinzufügte Es war besser, als die Wache nur aus dir, mir, Nobby und dem jungen Karotte bestand Damals kannten wir uns alle gut Jeder von uns wusste, was der andere dachte Ja, wir dachten Ich wünschte, wir wären wenigstens dieses eine Mal im Vorteil, Fred, sagte Mumm Hör mal, dies betrübt uns alle Aber ihr Führungsoffiziere müsst es durchstehen, klar? Wie gefällt dir dein neues Büro? Collins Miene erhellte sich Sehr hübsch, Herr Nur das mit der Tür ist schade Schade Es war ein Problem gewesen, einen Platz für Collins zu finden Wer ihn zum ersten Mal sah, konnte ihn für jemanden halten, der beim Sturz von einer Klippe vor dem Aufprall nach dem Weg fragen musste Den richtigen Fred Collins sah nur, wer ihn kannte Und die neuen Angehörigen der Wache kannten ihn nicht Sie sahen einen dummen Dicken, womit sie zugegebenermaßen der Realität sehr nahe kamen Aber es gab noch mehr Fred hatte den Ruhestand ins Gesicht gesehen und sich dann von ihm abgewendet Mumm war dem Problem aus dem Weg gegangen, indem er ihn zur großen Erheiterung aller anderen zum Sonderaufseher ernannt Und ihm ein Büro im Ausbildungszentrum der Wache auf der anderen Straßenseite gegeben hatte Besser bekannt als die alte Limonadenfabrik Wie in Der alte Fred hält sich für was Besonderes, deshalb hat er sich freiwillig gemeldet Da dies ein Beispiel für Bürohumor ist, muss es nicht unbedingt lustig sein Mumm hatte ihm auch noch die Aufgaben eines Verbindungsoffiziers der Wache übertragen Weil es gut klang und niemand wusste, was es bedeutete Außerdem hatte er ihm Corporal Nobbs zur Seite gestellt Einen weiteren peinlichen Dinosaurier in der modernen Wache Es funktionierte Gab es dort immer Tee und alte Kumpel, ehemalige Wächter und Ex-Ganoven waren jederzeit willkommen Wobei es sich manchmal um ein und dieselbe Person handelte Mumm kam gern für die Krapfen auf, wenn diese Besucher eintrafen, um für einige Zeit der Fuchtel ihrer Ehefrauen zu entgehen Es war die Investition wert Alte Polizisten hielten die Augen offen und tratschten wie Waschfrauen Rein theoretisch war das einzige Problem in Freds Leben die Tür Die Gilde der Historiker meint, wir sollten so viel wie möglich von dem alten Kram bewahren, Fred Ich weiß, Herr, aber Quasselzimmer, Herr, ich muss schon sagen Aber das Messingschild ist hübsch, Fred, wandte Mumm ein Quassel, so nannte man den Sirup, der zur Herstellung der verschiedenen Limonaden diente Eine wichtige historische Tatsache Du könntest das Schild mit einem Stück Papier überkleben Das habe ich gemacht, Herr, aber die Jungs ziehen es immer wieder ab und kichern Mumm seufzte Finde eine Lösung, Fred Wenn ein alter Feldwebel keine Lösung für so etwas finden kann, ist die Welt zu einem sehr sonderbaren Ort geworden Ist das alles? Äh, eigentlich schon, aber Komm schon, Fred, es liegt ein arbeitsreicher Tag vor mir Hast du von Herrn Schein gehört? Benutzt man ihn, um verschmutzte Oberflächen zu reinigen? Äh, wie bitte, Herr? Erwiderte Fred Niemand war besser verwirrt als Fred Collan Mumm schämte sich Entschuldige, Fred, nein, ich habe nicht von Herrn Schein gehört, wieso fragst du? Nur so Herr Schein, ihr Diamant Das habe ich in letzter Zeit mehrmals an Mauern gesehen Troll-Graffiti, tief ins Gestein gekratzt Scheint bei den Trollen für Aufregung zu sorgen Vielleicht ist es wichtig Mumm nickte Das Gekritzel an den Mauern ignorierte man auf eigene Gefahr Manchmal teilte einem die Stadt auf diese Weise mit, was sie nicht unbedingt in ihrem vielbeschäftigten Sinn hatte Aber doch in ihrem knarrenden Herzen Halte weiterhin die Ohren offen, Fred Ich verlasse mich auf dich, damit aus Gerüchten keine bittere Realität wird Sagte Mumm mit zusätzlicher Fröhlichkeit, um den Mann ein wenig aufzumuntern Und jetzt spreche ich mit unserem Vampir Viel Glück, Sam Ich glaube, es wird ein langer Tag Sam Dachte Mumm, als der alte Feldwebel ging Die Götter wissen, dass er es verdient hat Aber er nennt mich nur dann Sam, wenn er sich wirklich Sorgen macht Nun, wir sind alle besorgt Wir warten auf den ersten Knall Mumm entfaltete die Times, die Grinsey auf seinem Schreibtisch zurückgelassen hatte Er las die Zeitung immer im Büro Und dabei galt sein Interesse den Neuigkeiten, die Willikens beim Rasieren für zu gefährlich gehalten hatte Komtal, Komtal Wohin Mums Blick in der Zeitung auch fiel, überall sah er das Komtal Das verdammte Komtal Sollten die Götter diesen Ort verfluchen Was offenbar bereits geschehen war Sie hatten das Komtal verflucht und dann vergessen Eigentlich war es nur irgendein Tal in den Bergen Rein theoretisch war es weit entfernt Aber in letzter Zeit schien es viel näher zu kommen Aus dem Komtal wurde weniger ein Ort, mehr ein geistiger Zustand Wenn man die nackten Tatsachen betrachtete, war es der Schauplatz einer historischen Schlacht An einem unglücklichen Tag unter verhängnisvollen Sternen hatten dort die Zwerge den Trollen aufgelauert Beziehungsweise umgekehrt Sie hatten seit der Schöpfung gegeneinander gekämpft, soweit Mumm wusste Aber bei der Schlacht im Komtal war der gegenseitige Hass in gewisser Weise offiziell geworden Und hatte eine Art mobile Geografie entwickelt Wo irgendein Zwerg gegen einen Troll kämpfte, dort befand sich das Komtal Selbst bei einer Schlägerei in einer Kneipe war das Komtal zugegen Es gehörte zur Mythologie beider Völker und war ein Schlachtruf Der Grund, warum man den kleinen, bärtigen, respektive großen, felsigen Mistkerlen nicht trauen konnte Seit dem ursprünglichen Komtal hatte es viele Komtäler gegeben Der Krieg zwischen Zwergen und Trollen war eine Auseinandersetzung zwischen Naturkräften Wie der Krieg zwischen dem Wind und den Wellen Er hatte ein eigenes Bewegungsmoment Samstag war Komtaltag Und in Langmorpork lebten jede Menge Trolle und Zwerge Und je mehr Trolle und Zwerge aus den Bergen kamen, desto wichtiger wurde das verdammte Komtal Die Paraden stellten kein Problem dar Die Wache hielt die Teilnehmer voneinander fern Und außerdem fanden sie am Morgen statt, wenn die meisten Leute nüchtern waren Aber wenn sich am Abend die Kneipen der Zwerge und Trolle lehrten Brach die Hölle mit hochgerollten Ärmeln zu einem Bummel auf In der schlechten alten Zeit hätte sich die Wache mit anderen Dingen beschäftigt Um erst dann einzugreifen, wenn sich die erhitzten und vom Alkohol umnebelten Gemüter abgekühlt hatten Dann waren die Wächter mit dem Gefangenenwagen losgezogen Und hatten all die Trolle und Zwerge verhaftet Die zu betrunken, benommen oder tot gewesen waren, um sich zu bewegen Ganz einfach Heute sah die Sache anders aus Heute gab es viel mehr Zwerge und Trolle Geistige Korrektur Wachsende dynamische Gemeinschaften aus Zwergen und Trollen hatten die Stadt bereichert Und die Atmosphäre enthielt mehr Gift Zu viel alte Politik Zu viel alter Gräuel, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde Und zu viele Saufereien Und dann, als Mum schon glaubte, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte Erschienen Grack Schinkenbrecher und seine Kumpel Tiefenah nannte man sie Zwerge so fundamental wie Grundgestein Vor einem Monat waren sie gekommen Hatten ein Haus in der Sirupstraße bezogen Und einige Ortsansässige beauftragt, die Keller zu öffnen Es waren Gracks Mum kannte genug Zwergisch, um zu wissen, dass Grack so viel bedeutete wie Namhafter Meister des überlieferten Zwergenwissens Aber Schinkenbrecher war ein Meister ganz besonderer Art Er predigte die Überlegenheit der Zwerge über die Trolle Und behauptete, alle Zwerge seien verpflichtet, in die Fußstapfen ihrer Vorfahren zu treten Und die Trolle vom Angesicht der Welt zu tilgen Offenbar stand es in irgendeinem heiligen Buch geschrieben Und deshalb war es in Ordnung und vermutlich auch obligatorisch Junge Zwerge hörten ihm zu Denn er sprach von Geschichte und Schicksal Und benutzte all die anderen Worte, mit denen man Gemetzel glanzvoll erscheinen ließ Es war berauschendes Zeug Obwohl Gehirne überhaupt nicht involviert waren Bösartige Idioten wie Schinkenbrecher waren der Grund, aus dem man jetzt Zwerge sah Die nicht nur mit der kulturellen Streitachst herumliefen Sondern mit schweren Kettenhemden, Morgensternen und Breitschwertern Mit dummem, provokantem Schwadronieren und lautem Waffengeklirr Auch Trolle hörten Schinkenbrechers Worte Man sah mehr Flechten, mehr Clan-Graffiti, mehr Körpermeißelungen Und die Trolle schleppten viel größere Keulen mit sich herum So war es nicht immer gewesen Während der letzten zehn Jahre hatten sich die Dinge gelockert Zwischen den Völkern der Zwerge und Trolle würde es nie Freundschaft geben Aber die Stadt hatte sie zusammengeworfen Und Mumm glaubte, dass sie mit nicht mehr als Hautabschürfungen davongekommen waren Jetzt steckte der Schmelztiegel wieder voller Brocken Sollten die Götter Schinkenbrecher verfluchen Mumm hätte ihn gern verhaftet Eigentlich hatte er sich nichts zu Schulden kommen lassen Aber das war kein Hindernis für einen erfahrenen Polizisten Er hätte ihn wegen Verhalten, das vielleicht den Frieden gefährdet hinter Gitter bringen können Aber Veterinary war dagegen gewesen Er hatte gesagt, dies würde Öl ins Feuer gießen Doch wie viel schlimmer konnte es noch werden? Mumm schloss die Augen und dachte an die kleine Gestalt Die einen dicken Umhang aus schwarzem Leder mit Kapuze trug Damit sie nicht das Verbrechen begehen konnte, das Tageslicht zu sehen Eine kleine Gestalt, doch mit großen Worten Er erinnerte sich Hütet euch vor dem Troll Vertraut ihm nicht Weist ihn an eurer Tür ab Er ist nichts, nur ein Zufall der Kräfte Ungeschrieben und unsauber Das blasse, neidische Echo lebender, denkender Geschöpfe in der Mineralwelt Er steht in seinem Kopf ein Felsen, in seinem Herzen ein Stein Er baut nicht, er gründet nicht, er pflanzt und erntet nicht Seine Entstehung war ein Akt des Stehlens Und er stiehlt überall dort, wohin er seine Keule mitnimmt Wenn er nicht stiehlt, so plant er zu stehlen Der einzige Zweck seines erbärmlichen Lebens ist sein Ende Denn der Tod befreit den armseligen Felsen von der zu schweren Last des Denkens Ich sage dies voller Kummer Es ist kein Mord, den treu zu töten Schlimmstenfalls ist es ein Akt der nächsten Liebe Etwa zu jenem Zeitpunkt war der Mob in den Saal gekommen So schlimm konnte es werden Mumm blinzelte, sah wieder in die Zeitung Und suchte diesmal nach etwas, das zu behaupten wagte Dass die Bewohner von Angmorpork noch in der realen Welt lebten Oh, verdammt! Er stand auf und eilte die Treppe hinunter Unten duckte sich Grinzi, als sie seine donnernden Schritte hörte Haben wir davon gewusst? Fragte Mumm und klatschte die Zeitung auf das Ereignisbuch Wovon, Herr? Fragte Grinzi Mumm deutete auf einen kurzen, illustrierten Artikel auf der vierten Seite Sein Finger klopfte darauf Siehst du das? Notte er Der schwachsinnige Narr vom Postamt hat eine Komtal-Briefmarke herausgegeben Die Zwergin blickte nervös auf den Artikel Äh, zwei Briefmarken, Herr, sagte sie Mumm sah genauer hin Er hatte nur wenige Details zur Kenntnis genommen, bevor der rote Nebel des Zorns entstanden war Oh ja, zwei Briefmarken Sie waren fast identisch Beide zeigten das Komtal, einen von Bergen umgebenen felsigen Bereich Beide zeigten die Schlacht Aber auf der einen jagten kleine Trolle Zwerge von rechts nach links Und auf der anderen jagten Zwerge Trolle von links nach rechts Das Komtal, wo die Trolle den Zwergen auflauerten und die Zwerge den Trollen Mumm stöhnte Wähle deine eigene dumme Geschichte für nur zehn Cent mit hohem Sammlerwert Die Komtal-Gedenkmarken, las er Aber wir wollen doch gar nicht, dass sich die Zwerge und Trolle daran erinnern Sie sollen es vergessen Es sind nur Briefmarken, Herr, sagte Grinzi Ich meine, Briefmarken sind nicht verboten Es sollte ein Gesetz geben, das schwachsinnige Narren verbietet Wenn es eins gäbe, müssten wir jeden Tag Überstunden machen, sagte Grinzi und lächelte Mumm entspannte sich ein wenig Ja, und niemand könnte schnell genug Zellen bauen Erinnerst du dich an die Kohlgeruch-Briefmarken im letzten Monat? Schickt euren ausgewanderten Söhnen und Töchtern den Geruch der Heimat? Sie gingen sogar in Flammen auf, wenn man zu viele von ihnen zusammenpappte Ich kriege den Geruch noch immer nicht aus meiner Kleidung raus, Herr Ich schätze, es gibt Leute, die hundert Meilen entfernt wohnen und das gleiche Problem haben Was haben wir letztendlich mit den verdammten Dingern gemacht? Ich habe sie in den Beweismittelschrank Nummer vier gelegt und den Schlüssel im Schloss gelassen, sagte Grinzi Aber Nobby Nobbs stiehlt doch alles was, begann Mumm Genau, Herr, sagte Grinzi munter Ich habe sie seit Wochen nicht mehr gesehen Ein Krachen kam von der Kantine, gefolgt von Geschrei Etwas in Mumm, vielleicht der Teil, der auf den ersten Knall gewartet hatte Trieb ihn durch das Büro, durch den Flur und zur Tür der Kantine So schnell, dass der Staub Spiralen auf dem Boden bildete Dort bot sich seinen Blicken eine dramatische Szene mit verschiedenen Schattierungen von Schuld dar Einer der Tische war umgestürzt Essen und billiges Besteck lagen auf dem Boden verstreut Auf der einen Seite der Kantine stand der Troll obergefreiter Muscovit Derzeit festgehalten von zwei anderen Trollen Den obergefreiten Fluss Spat und Schiefer Auf der anderen Seite stand der Zwerg obergefreiter Brackenschild Derzeit über dem Boden gehalten von dem wahrscheinlich menschlichen Corporal Nobbs Und dem ganz sicher menschlichen obergefreiten Haddock Die Wächter an den anderen Tischen hatten gerade aufstehen wollen In der Stille konnten empfindliche Ohren, die danach lauschten, das Geräusch von Händen hören Die einen Zentimeter von den Waffen ihrer Wahl entfernt verharrten Und dann ganz langsam gesenkt wurden »Na schön«, sagte Mumm in der schallenden Leere »Wer will mir als Erster eine faustdicke Lüge auftischen? Corporal Nobbs?« »Nun, Herr Mumm«, sagte Nobby Nobbs und ließ den stummen Brackenschild auf den Boden hinab »Ähm, Brackenschild hier nahm Muscovitz...« »Ja, er nahm Muscovitz Becher, natürlich aus Versehen und...« »Das haben wir alle bemerkt und sind aufgesprungen, ja...« Nobby sprach schneller, als die wirklich steilen Schwindeleien überwunden waren »Und dadurch kippte der Tisch um, weil...« Bei diesen Worten zeigte Nobbys Gesicht einen grässlich anzusehenden Ausdruck rechtschaffener Idiotie »Es ihm sehr schlecht ergangen wäre, wenn er einen Schluck Trollkaffee getrunken hätte, Herr...« Mumm seufzte innerlich Was dumme, faule Ausreden betraf, war diese nicht einmal so schlecht Sie hatte zum Beispiel den Vorteil, völlig unglaubwürdig zu sein Kein Zwerg würde es wagen, einen Becher mit Trollespresso zu nehmen Einem geschmolzenen chemischen Eintopf mit Rost darauf Das wussten alle Außerdem konnten alle sehen, dass Brackenschild eine Axt über den Kopf gehoben hatte Während obergefreiter Flussspat bei dem Versuch erstarrt war, Muscovitz die Keule abzuringen Und alle wussten, dass Mumm den ersten verdammten Idioten rausschmeißen würde Der eine falsche Bewegung machte oder auch nur in dessen Nähe stand So hat es sich also zugetragen, bemerkte Mumm Es hat also niemand eine böse Bemerkung über einen Wächterkollegen und andere Angehörige seines Volkes gemacht Es kam nicht zu einer kleinen Dummheit, die man den großen Dummheiten draußen in den Straßen hinzufügen könnte? Oh nein, nichts dergleichen, Herr, sagte Nobby Es war nur so eine Sache Sie hätte nur fast zu einem scheußlichen Zwischenfall geführt, nicht wahr? fragte Mumm Ja, Herr Und wir wollen keine scheußlichen Zwischenfälle, oder, Nobby? Nein, Herr Niemand von uns wünscht sich scheußliche Zwischenfälle, denke ich sagte Mumm und sah sich im Raum um Mit grimmiger Zufriedenheit stellte er fest, dass einige der Obergefreiten infolge der Anstrengung, sich nicht zu bewegen, ins Schwitzen kamen Und es kann so leicht dazu kommen, wenn man sich nicht ganz auf die Arbeit konzentriert Verstanden? Stimmen brummten leise Ich höre euch nicht Diesmal erklang ein Chor aus Ja, Herr Gut, sagte Mumm scharf Geht jetzt raus und bewahrt den Frieden, denn hier drin tut ihr das nicht, so viel steht fest Er richtete einen besonders durchdringenden Blick auf die Obergefreiten Brackenschild und Muscovit, bevor er ins Hauptbüro zurückkehrte und dort fast gegen Feldwebel Angua gestoßen wäre Entschuldigung, Herr, ich wollte gerade Begann sie Ich hab's in Ordnung gebracht, keine Sorge, sagte Mumm Aber es war sehr knapp Einige der Zwerge sind ziemlich nervös, Herr, erwiderte Angua Ich kann es riechen Du und Fred Colon, sagte Mumm Ich glaube nicht, dass es nur um Schinkenbrecher geht, Herr Es ist etwas Zwergisches Nun, ich kann es nicht aus ihnen rausprügeln Und obwohl der Tag eigentlich nicht mehr schlimmer werden könnte, muss ich jetzt mit einem verdammten Vampir reden Zu spät bemerkte Mumm Anguas warnenden Blick Äh, ich glaube, damit bin ich gemeint Piepste es hinter ihm Hinter ihm Fred Colon und Nobby Nobbs hatten ihre lange Kaffeepause beenden müssen, schlenderten langsam über den breiten Weg und lüfteten ihre alten Uniformen Unter den gegenwärtigen Umständen Die umhergingen oder still an einem Ort standen Für den Fall, dass die umhergehenden Mistkerle in diesem Viertel Ärger machen wollten Seit Wochen kam es immer wieder zu Streitereien Der gesunde Menschenverstand sagte ihnen, dass das stimmte Es war klar wie Kloßbrühe Üble Sache, sagte Colon, während sie schlenderten Ich habe die Zwerge nie so erlebt Vor dem Komteiltag wird's immer brenzlig, Feldwebel, meinte Nobby Ja, aber Schinkenbrecher hat sie richtig in Wallung gebracht Und ob Colon nahm den Helm ab und fischte sich Schweiß von der Stirn Ich habe Sam von meinem Wasser erzählt Und er war beeindruckt Na klar, pflichtete ihm Nobby bei Es würde jeden beeindrucken Colon klopfte sich an die Nase Ein Sturm zieht auf, Nobby Der Himmel ist völlig wolkenlos, Feldwebel Erwiderte Nobby Im übertragenen Sinne, Nobby Im übertragenen Sinne Colon seufzte und sah seinen Freund von der Seite an Als er fortfuhr, sprach er im zögernden Tonfall eines Mannes Der an etwas anderes dachte Übrigens, Nobby, es gibt da eine Sache Über die ich mit dir reden wollte Sozusagen von Mann zu Er zögerte nur kurz Mann Ja, Feldwebel Wie du weißt, Nobby Liegt mir dein moralisches Wohlergehen immer sehr am Herzen Immerhin hast du keinen Vater, der deine Schritte auf den richtigen Weg lenkt Das stimmt, Feldwebel Ohne dich wäre ich dauernd umhergeirrt Sagte Nobby tugendhaft Du hast mir da von der jungen Frau erzählt, mit der du ausgehst Wie lautet noch ihr Name? Bronzallee, Feldwebel Genau die meine ich Sie arbeitet in einem Club, nicht wahr? Ja, gibt es da ein Problem, Feldwebel? Fragte Nobby besorgt Nicht in dem Sinne, aber als du letzte Woche deinen freien Tag hattest, wurde Obergefreiter Juleson in den rosaroten Kettchenclub gerufen, Nobby Du weißt schon Dort wird an Stangen getanzt und auf Tischen und so Und kennst du die alte Frau Spadding aus dem neuen Flickschusterweg? Die alte Frau Spadding mit den Holzzähnen, Feldwebel? Ja, Nobby, sagte Colin würdevoll Sie macht dort sauber Und als sie um acht Uhr morgens eintraf und niemanden vorfand, Nobby Tja, ich sage es nicht gern, aber offenbar versuchte sie sich an der Stange Sie teilten einen Moment des Schweigens, als Nobby dieses Bild im Kino seiner Fantasie betrachtete Und hastig einen großen Teil davon auf den Boden des Schneideraums fallen ließ Aber sie muss mindestens fünfundsiebzig sein, Feldwebel Sagte er und starrte mit faszinierten Entsetzen ins Leere Ach, ein Mädchen kann träumen, Nobby Natürlich vergass sie, dass sie nicht mehr so gelenkig ist wie früher Außerdem verhedderte sie sich mit dem Fuß in der langen Unterhose und geriet in Panik, als ihr das Kleid über den Kopf fiel Es ging ihr ziemlich schlecht, als der Geschäftsführer kam Denn zu dem Zeitpunkt hing sie seit drei Stunden mit dem Kopf nach unten und die Zähne waren ihr aus dem Mund gefallen Doch die Stange wollte sie einfach nicht loslassen Kein schöner Anblick Ich hoffe, ich musste keine Einzelheiten nennen Um die Geschichte zu beenden Obergefreiter Jolson musste die Stange oben und unten losreißen Und dann haben wir Frau Spadding von ihr heruntergezogen Das alte Mädchen hat Muskeln wie ein Troll, Nobby, ich schwöre es Und dann, Nobby, als wir sie hinter den Kulissen wieder zu sich brachten, kam diese junge Frau mit Nicht mehr bekleidet als zwei Pailletten und einem Schnürsenkel und meinte, sie wäre eine Freundin von dir Mann, ich war völlig von den Socken Du hattest plötzlich keine Socken mehr? fragte Nobby Warum? Du hast mir nie gesagt, dass sie an Stangen tanzten, Nobby Jammerte Fred Warum klingst du so vorwurfsvoll? Nobby schien ein wenig gekränkt zu sein Die sind moderne Zeiten Und Bronzallee hat Klasse, ja, die hat sie Sie bringt sogar ihre eigene Stange mit Keine Mauschelein Aber ich meine, ähm Sie zeigt ihren Körper auf unanständige Weise, Nobby Sie tanzt ohne ihr Unterhemd Und praktisch ohne Schlüpfer? Ist das etwa richtiges Benehmen? Nobby dachte über diese profunde, metaphysische Frage nach und prüfte sie aus verschiedenen Blickwinkeln Äh, ja, antwortete er schließlich Außerdem dachte ich, du gehst noch immer mit Wilma Schubwagen Sie hat einen hübschen kleinen Meeresfrüchte-Laden Sagte Kolon Es hörte sich an, als müsste er eine Sache vor Gericht vertreten Oh, Hammer heißt ein nettes Mädchen, wenn sie einen guten Tag hat, Feldwebel Räumte Nobby ein Meinst du, die Tage, an denen sie nicht sagt, dass du abhauen sollst, dir hinterher rennt und mit Krabben schmeißt? Genau die Tage, Feldwebel Aber ob sie nun einen guten oder schlechten Tag hat Den Fischgeruch wird man nicht los Und ihre Augen stehen zu weit auseinander Ich meine, wie soll man eine Beziehung mit einem Mädchen haben, das einen nicht sieht, wenn man direkt vor ihr steht? Ich bezweifle, dass dich Bronzalee sehen kann, wenn sie direkt vor dir steht Entfuhr es Kolon Sie ist fast 1,80 groß und hat einen Busen wie Oh, sie ist ein üppiges Mädchen, Nobby Fred Kolon wusste nicht weiter Nobby Nobs und eine Tänzerin mit üppigem Haar, einem üppigen Lächeln und Allgemeiner Üppigkeit? Sieh dir dieses Bild an und an jenes Wie willst du beide zusammenbringen? Kolon unternahm einen neuen Versuch Nobby, sie hat mir gesagt, dass sie Miss Mai auf der Mittelseite von heißem Mädchen mit coolen Strapsen gewesen ist, ich meine Was meinst du, Feldwebel? fragte Nobby Und überhaupt, sie war nicht nur Miss Mai, sondern auch die erste Woche im Juni Nur so hatten sie Platz genug Äh, Kolon suchte nach den richtigen Worten Ich frage dich, ist ein Mädchen, das seinen Körper für Geld zeigt, die richtige Frau für einen Polizisten? Frag es dich selbst Zum zweiten Mal in fünf Minuten bildeten sich tiefe, nachdenkliche Falten dort, wo man bei Nobby das Gesicht vermutete Ist das eine Fangfrage? Erwiderte er schließlich Ich weiß nämlich genau, dass Haddock dieses Bild in seinem Spind hat und wenn er die Tür öffnet, sagt er jedes Mal Boah, seht euch die Wie hast du sie eigentlich kennengelernt? fragte Kolon rasch Was? Oh, unsere Blicke trafen sich, als ich ihr einen Schuldschein unter den Straps schob, Feldwebel, antwortete Nobby fröhlich Und sie hatte nicht gerade einen Schlag auf dem Kopf bekommen oder so? Ich glaube nicht, Feldwebel Sie ist doch nicht Krank? fragte Kolon und erkundete alle Möglichkeiten Nein, Feldwebel Bist du sicher? Sie meint Vielleicht sind wir zwei Hälften der gleichen Seele, Feldwebel, sagte Nobby verträumt Kolon verharrte mit einem Fuß über dem Pflaster Er blickte ins Leere und seine Lippen bewegten sich Feldwebel? fragte Nobby verwundert Ja, ja, sagte Kolon mehr zu sich selbst Ja, ich verstehe Natürlich sind nicht die gleichen Sachen in beiden Hälften Ihr Inhalt scheint gesiebt zu sein Der Fuß traf auf Hallo? Es war mehr ein Blöken als ein Ruf und die Stimme kam aus der Tür des Königlichen Kunstmuseums Eine große, dünne Gestalt winkte den Wächtern zu, die sich näherten Ja, Herr? fragte Kolon und hob die Hand zum Helm Bei uns ist eingebrochen worden Hein hat sich was gebrochen? fragte Nobby Meine Güte, Herr! sagte Kolon und legte eine warnende Hand auf die Schulter des Corporals Ist etwas abhanden gekommen? Ja, ich glaube, deshalb kann man von einem Diebstahl sprechen sagte der Mann Er hatte die Haltung eines gedankenverlorenen Huhns, aber Fred war beeindruckt Dieser Mann war so piekfein, dass man ihn kaum verstehen konnte Seine Sprechweise lief auf moduliertes Gähnen hinaus Ich bin Sir Reynolds Stichlich, Konservator der schönen Künste Als ich durch die lange Galerie ging Lieber Himmel, Sie haben den Schlingel gestohlen! Der Mann blickte in zwei leere Gesichter Methodia Schlingel? fügte er hinzu Die Schlacht vom Komtal! Es ist ein unschätzbares Kunstwerk! Fred hob seinen Bauch Ah! sagte er Eine ernste Angelegenheit Wir sollten sie uns besser ansehen Ich meine den Ort, wo sich das Kunstwerk befand Ja, ja, natürlich sagte Sir Reynolds Bitte hier entlang Soweit ich weiß, kann die moderne Wache viel herausfinden indem sie den Ort betrachtet, an dem sich ein Objekt befand Ist das nicht so? Zum Beispiel, dass das fehlende Objekt verschwunden ist? fragte Nobby Na klar, darin sind wir gut Äh, in der Tat erwiderte Sir Reynolds Bitte hier entlang Die Wächter folgten ihm Natürlich sahen sie das Innere des Museums nicht zum ersten Mal Die meisten Bürger der Stadt hatten es besucht, an Tagen, wenn sich keine bessere Unterhaltung anbot Unter der Herrschaft von Lord Veterinary gab es weniger moderne Ausstellungsstücke, da seine Lordschaft gewisse Ansichten vertrat Aber ein gemütlicher Spaziergang vorbei an den alten Wandteppichen und recht braunen und staubigen Gemälden stellte eine angenehme Möglichkeit dar, den Nachmittag zu verbringen Außerdem war es immer nett, die Bilder großer, rosaroter Frauen ohne Kleidung zu betrachten Nobby hatte ein Problem Was ist eigentlich los, Feldwebel? fragte er leise Er klingt so, als gähnt er die ganze Zeit über Was ist eine Galerie? Eine Galerie, Nobby erklärte Kolon Das ist sehr vornehmes Sprechen Ich verstehe ihn kaum Was zeigt, wie vornehme er ist, Nobby? Es wäre wohl kaum sehr vornehme, wenn Leute wie du ihn ohne weiteres verstehen könnten, oder? Guter Hinweis, sagte Nobby Das habe ich nicht bedacht Hast du das Fehlen des Objekts heute Morgen festgestellt, Herr? fragte Kolon, als sie dem Konservator in eine Galerie voller Leitern und Staubdecken folgten Ja Also wurde es in der vergangenen Nacht gestohlen? Sir Reynold zögerte Äh, nicht Unbedingt, fürchte ich Wir sind dabei, die lange Galerie zu renovieren Das Bild war zu groß, um es woanders unterzubringen Deshalb haben wir es während des letzten Monats mit Staubdecken verhüllt Als wir sie heute Morgen abnahmen, war nur noch der Rahmen da Der Rahmen des Schlingels, verdächtig leer, war drei Meter hoch und fünfzehn Meter lang Und eigentlich konnte man schon ihn selbst als Kunstwerk bezeichnen Jetzt umgab er nichts weiter als unebenen, staubigen Verputz Ich schätze, das Gemälde befindet sich inzwischen bei einem reichen privaten Sammler Stöhnte Sir Reynold Aber wie könnte er es geheim halten? Es zählt zu den bekanntesten Bildern auf der ganzen Welt Jede zivilisierte Person würde es sofort erkennen Wie sieht es aus? Fragte Fred Cullen Sir Reynold schraubte seine Erwartungen herunter Was häufig geschah, wenn jemand mit den Besten von Unk Morpogs Wache sprach Vielleicht kann ich euch eine Kopie zeigen Sagte er schwach Aber das Original ist fünfzehn Meter lang Habt ihr es nie gesehen? Man hat mich damals als Kind hierher gebracht, damit ich es mir ansehe Aber das ist ziemlich lange her Außerdem konnte man es nicht in dem Sinne sehen Wenn man das andere Ende erreichte, hatte man schon vergessen, was am Anfang geschah Das stimmt leider, Feldwebel Sagte Sir Reynold Und was diese Sache so ärgerlich macht Der Sinn der Renovierung bestand darin, einen speziellen runden Raum zu schaffen, der den Schlingel aufnehmen sollte Der Besucher sollte ganz von dem Gemälde umgeben sein und sich praktisch mitten in dem Schlachtgetümmel befinden Er sollte das Gefühl haben, im Kobtal zu sein Der Künstler sprach in diesem Zusammenhang von panoskopischer Kunst Wie auch immer man das gegenwärtige Interesse an den historischen Ereignissen bewerten mag Die zusätzlichen Besucher hätten uns erlaubt, das Bild so zu präsentieren, wie es gezeigt werden sollte Und jetzt dies Wenn beabsichtigt war, das Bild woanders auszustellen Warum habt ihr es dann nicht abgenommen und an einem sicheren Ort untergebracht? Meinst du etwa, wir hätten es zusammenrollen sollen? Fragte Sir Reynold entsetzt Das könnte großen Schaden verursachen Oh, wie ersetzlich Nein, wir hatten für nächste Woche einen Transport geplant, der mit größter Sorgfalt durchgeführt werden sollte Er schauderte Wenn ich mir vorstelle, dass jemand das Bild aus dem Rahmen geschnitten hat, schwinden mir die Sinne Hey, Feldwebe, dies muss eine Spur sein sagte Nobby, der einer alten Angewohnheit folgend umhergelatscht war und Dinge befingert hatte, um festzustellen, ob sie wertvoll waren Sieh nur, hier hat jemand stinkenden Müll abgeladen Er stand vor einer Plinte, auf der etwas lag, das nach einem Lumpenhaufen aussah Bitte fasst das nicht an, sagte Sir Reynold und eilte zu Nobby Das ist, erzähl mir nichts von Montagen, das umstrittenste Werk von Danielarina Schmoller Du hast doch nichts bewegt, oder? Fügte er nervös hinzu Es ist praktisch unbezahlbar und sie hat eine spitze Zunge Es ist doch nur ein Haufen Abfall, protestierte Nobby und wich zurück Kunst ist größer als die Summe ihrer mechanischen Komponenten, Corporal, sagte der Konservator Du würdest doch auch nicht behaupten, dass Karavatis, drei große, rosa-rote Frauen und ein kleiner Schleier, nur eine Ansammlung alter Farbe ist Und das hier? fragte Nobby und deutete auf die nächste Plinte Ein dicker Pfosten mit einem Nagel drin, ist das ebenfalls Kunst? Freiheit? Wenn es jemals zum Verkauf stünde, brächte dieses Kunstnetz sicher 30.000 Dollar ein, sagte Sir Reynold Als Lord Veterinary erzähl mir nichts von Montagen sah, ließ er Frau Schmoller gnädigerweise am Ohr an den Pfahl nageln, sagte Sir Reynold Am Nachmittag gelang es ihr allerdings, sich zu befreien Bestimmt war sie fuchsteifelswild, warf Nobby ein Nicht nachdem sie mehrere Preise dafür gewonnen hatte Ich glaube, sie hat vor, sich an andere Dinge nageln zu lassen Es könnte eine sehr aufregende Ausstellung werden Hey, da fällt mir etwas ein, sagte Cullen Warum lasst ihr den großen, leeren Rahmen nicht an Ort und Stelle und gebt ihm einen neuen Namen, zum Beispiel Kunstraub? Nein, erwiderte Sir Reynold kühl Das wäre dumm Fred Cullen schüttelte den Kopf über die Schrullen der Welt und ging zu der Wand, die auf so grausame oder grausame Weise ihrer Bedeckung beraubt worden war Jemand hatte das Gemälde ziemlich rücksichtslos aus dem Rahmen geschnitten Feldwebel Cullen war kein Hochgeschwindigkeitsdenker, aber dieser Umstand erschien ihm seltsam Warum solcher Pfusch, wenn man einen Monat Zeit hatte? Fred sah die Menschheit aus dem Blickwinkel eines Polizisten, der sich in mancher Hinsicht von dem eines Konservators unterschied Sage nie, dass die Leute etwas nicht machen, wie seltsam auch immer es sein mag Vermutlich gab es dort draußen irgendwelche reichen Irren, die tatsächlich bereit waren, das Bild zu kaufen Selbst wenn sie es nur allein in ihrer Villa betrachten konnten Ja, gewisse Leute würden sich auf so etwas einlassen Das Wissen um ein solches Geheimnis ließ sie innerlich auf angenehme Weise erschauern Aber die Diebe hatten das Gemälde aus dem Rahmen geschnitten, als wäre ihnen ein eventueller Verkauf völlig gleich Es waren einige Fetzen übrig geblieben, und zwar an... Moment mal... Fred trat zurück Eine Spur Dort war sie, deutlich zu sehen Er erschauerte wohlig Dieses Bild, verkündete er Dieses Bild, das nicht mehr da ist Ich meine, das ganz offensichtlich abhanden gekommen ist Wurde von einem Troll gestohlen Meine Güte, woher weißt du das? Fragte Sir Raynald Es freut mich sehr, dass du mir diese Frage stellst Sagte Fred Cullen, der sich wirklich freute Ich habe festgestellt, dass der obere Teil des Gemäldes ganz dicht am Rahmen abgetrennt wurde Er zeigte auf die betreffenden Stellen Einem Troll fällt es ganz leicht, mit dem Messer nach oben zu langen So, äh, und am Rand des Rahmens entlang zu schneiden Und auch ein Stück an den Seiten herunter, siehst du? Aber dem durchschnittlichen Troll fällt das Bücken schwer Deshalb stellte er sich am unteren Rand des Rahmens ungeschickt an und ließ die Fetzen zurück Außerdem könnte nur ein Troll das Bild vortragen Der Teppich einer Treppe ist schon schlimm genug Aber ein zusammengerolltes Wandgemälde dieser Größe wäre noch viel schwerer Cullen strahlte Ausgezeichnet, Feldwebel Sagte der Konservator Gut überlegt, Fred Fügte Nobby hinzu Danke, Corporal Erwiderte Fred Cullen großzügig Es könnten auch zwei Zwerge mit einer Trittleiter gewesen sein Fuhr Nobby munter fort Die Maler haben einige zurückgelassen Sie stehen hier überall herum Fred Cullen seufzte Weißt du, Nobby, solche Bemerkungen in Anwesenheit eines Vertreters der Öffentlichkeit sind der Grund, warum ich Feldwebel bin und du nicht Wenn Zwerge das Bild gestohlen hätten, wäre alles fein säuberlich abgeschnitten, ist doch klar Wird hier nachts abgeschlossen, Herr Sir Reynolds? Natürlich, nicht nur abgeschlossen, sondern auch verriegelt Der alte John achtet sehr darauf Und er wohnt in der Dachstube und kann diesen Ort in eine Festung verwandeln Meinst du den Hausmeister? fragte Fred Wir müssen auch mit ihm reden Das könnt ihr natürlich, sagte Sir Reynolds nervös Ich glaube, wir haben in unserem Lager erläutertes Material über das Bild Ich gehe und hole es Er eilte in Richtung einer kleinen Tür davon Ich frage mich, wie die Diebe das Bild nach draußen geschafft haben sagte Nobby, als sie allein waren Vielleicht haben sie es gar nicht nach draußen geschafft erwiderte Cullen In einem so großen Gebäude gibt es reichlich Mansarden, Keller, Ecken und Winkel Vielleicht haben die Diebes irgendwo verborgen, mit der Absicht zunächst ein wenig abzuwarten Du kommst eines Tages als Besucher, versteckst dich unter einer Staubdecke schneidest das Bild nachts aus dem Rahmen, lässt es irgendwo verschwinden und gehst am nächsten Tag zusammen mit den anderen Besuchern wieder nach draußen Es ist ganz einfach Er sah Nobby an und strahlte Man muss wie ein Verbrecher denken und ihn überlisten, verstehst du? Die Diebe hätten auch einfach eine Tür aufbrechen und mitten in der Nacht mit dem Gemälde verschwinden können sagte Nobby Warum einen listigen Plan entwickeln, wenn ein einfacher genügt? Fred seufzte Mir scheint uns steht ein schwieriger Fall bevor, Nobby Du solltest Mummi fragen, ob wir ihn übernehmen können, sagte Nobby Schließlich kennen wir bereits die Fakten In der Luft hingen die unausgesprochenen Worte Wo möchtest du während der nächsten Tage sein? Dort draußen, wo vermutlich Äxte und Cullen fliegen werden? Oder hier drin? Damit beschäftigt all die Mansarden und Keller sehr gründlich zu durchsuchen Denk darüber nach Das wäre sicher nicht feige, denn ein so berühmtes Gemälde gehört bestimmt zum nationalen Erbe Selbst wenn es nur einen Haufen Zwerge und Troller abbildet, die aufeinander eindreschen Ich glaube, ich werde auf angemessene Weise Bericht erstatten und Herrn Mumm vorschlagen, dass er uns mit diesem Fall betraut, sagte Fred Cullen langsam Er erfordert die Aufmerksamkeit erfahrener Polizisten Verstehst du viel von Kunst, Nobby? Wenn es sein muss, Feldwebel Oh, ich bitte dich, Nobby Was? Ron Salé meint, was sie macht, ist Kunst, Feldwebel Und sie trägt mehr Kleidung als viele der Frauen an den Wänden hier Warum also darüber die Nase rümpfen? Ja, aber Fred Cullen zögerte Tief in seinem Innern wusste er, dass der Tanz an einer Stange, in Kleidung, die man als Zahnseide verwenden konnte, keine Kunst war Wohingegen gemalte Frauen, die mit nicht mehr als einem Lächeln und einem Bündel Weintrauben bekleidet auf einem Bett lagen, gute, solide Kunst darstellten Aber es fiel ihm schwer zu benennen, warum das so war Keine Urnen, sagte er schließlich Äh, welche Urnen? Fragte Nobby Nackte Frauen sind nur dann Kunst, wenn auf dem Bild auch eine Urne zu sehen ist, sagte Fred Cullen Das klang ein wenig schwach, selbst für ihn, deshalb fügte er hinzu Oder eine Plinte Beides zusammen ist natürlich am besten Dieses geheime Zeichen weist dem Betrachter darauf hin, dass es sich um Kunst handelt und man ruhig hinsehen darf Was ist mit einer Tapf-Pflanze? Daran gibt es nichts auszusetzen, wenn sie in einer Urne steckt Was ist, wenn das Bild weder eine Urne noch eine Plinte oder eine Topf-Pflanze zeigt? Fragte Nobby Hast du ein Bestimmtes im Sinn? Erwiderte Cullen argwöhnisch Ja, die Göttin Erneuer erhebt sich vom Essbesteck, sagte Nobby Erneuer ist Ank Morpoks Göttin der Dinge, die in Schubladen klemmen Das Bild hängt hier irgendwo Gemalt wurde es von einem Burschen mit drei Is in seinem Namen, was für mich sehr künstlerisch klingt Die Anzahl der Is im Namen ist wichtig, Nobby, sagte Feldwebel Kolon ernst Aber in solchen Situationen muss man sich fragen, wo ist der Engel? Wenn es ein dickes, rosarotes Kindlein gibt, das einen Spiegel oder einen Fächer hält, hat alles seine Ordnung Selbst wenn der kleine Racker grinst Man kann ja nicht überall Urnen haben Na schön, aber angenommen, begann Nobby Begann Nobby Begann Nobby Die ferne Tür öffnete sich und Sir Raynald eilte mit einem Buch unter dem Arm über den Marmorboden Ach, ich fürchte, es gibt keine Kopie des Gemäldes, sagte er Es wäre ziemlich schwer, eine Kopie zu erstellen, die dem Original gerecht wird Doch diese, äh, recht sensationalistische Abhandlung enthält viele detaillierte Skizzen Heutzutage scheint jeder Besucher ein solches Buch zu haben Wusstet er, dass im Originalbild mehr als 2490 verschiedene Zwerge und Trolle anhand der Rüstung und von Körpermarkierungen identifiziert werden können? Ach, es trieb Schlingel in den Wahnsinn, der arme Kerl Er brauchte 16 Jahre, um das Bild fertigzustellen Das ist gar nichts, sagte Nobby fröhlich Brad hier ist noch nicht damit fertig, seine Küche zu streichen, obwohl er vor 20 Jahren begonnen hat Herzlichen Dank, Nobby, sagte Kolon kühl Er nahm das Buch vom Konservator entgegen Der Titel lautete Der Kuhmteilkodex Was meinst du mit Wahnsinn? Er vernachlässigte seine anderen Arbeiten Er zog dauernd um, weil er die Miete nicht zahlen konnte und dabei musste er das riesige Gemälde mit sich schleppen Stellt es euch vor! Auf der Straße musste er um Farbe betteln, was einen großen Teil seiner Zeit beanspruchte, da nicht viele Leute eine Tube, gebrannte Umbra mit sich führen Außerdem behauptete er, es spräche zu ihm Es steht alles da drin, in recht dramatisierter Form, fürchte ich Das Gemälde sprach zu ihm? Sir Reynolds schnitt eine Grimasse Wir glauben, dass er das meinte, genau wissen wir es nicht Er hatte keine Freunde und glaubte, dass er sich in ein Huhn verwandeln würde, wenn er abends schlafen ging Er schrieb kleine Zettel für sich, auf denen geschrieben stand, du bist kein Huhn Allerdings vermutete er manchmal, dass er log Man nimmt allgemein an, dass er sich so sehr auf das Gemälde konzentrierte, dass er eine Art Hirnfieber bekam Am Ende war er sicher, dass er den Verstand verlor Er meinte, er könnte die Schlacht hören Woher weißt du das? fragte Fred Cullen Du hast doch gesagt, er hatte keine Freunde Ah, der scharfe Intellekt des Polizisten sagte Sir Reynolds und lächelte Er schrieb sich Zettelfeldwebe die ganze Zeit über Als die letzte Hauswirtin sein Zimmer betrat, fand sie hunderte davon in alten Hühnerfutterbeuteln Zum Glück konnte sie nicht lesen Und da sie ihren Mieter für eine Art Genie hielt und glaubte, dass er deshalb vielleicht etwas hatte, das sie verkaufen konnte Rief sie ihre Nachbarin Fräulein Adelina Heiter, die Aquarelle malte Und Fräulein Heiter rief einen Freund, der Bilder rahmte Und der wiederum verständigte rasch Ephraim Dauster, den bekannten Landschaftsmaler Seitdem Rätsel gelehrte über die Zettel und versuchen mit ihnen Einblick in den gequälten Geist des armen Mannes zu gewinnen Die Zettel sind nicht geordnet Und einige von ihnen sind sehr seltsam Noch seltsamer als du bist kein Huhn? fragte Fred Ja, bestätigte Sir Reynolds Oh, es geht um Stimmen, oh mit Geister Darüber hinaus schrieb er ein Tagebuch Auf anderen Zetteln, die ihm gerade zur Hand waren Und vermerkte dabei nie Datum und Aufenthaltsort, um zu verhindern, dass das Huhn ihn fand Und er drückte sich sehr vorsichtig aus, um dem Huhn keine verräterischen Informationen zu geben Entschuldige, aber du hast doch gesagt, dass er glaubte, er wäre ein Huhn, sagte Colin Wer kann schon die Überlegungen eines armen Geistes krank ergründen, Feldwebel? Erwiderte Sir Reynolds matt Ähm, hat das Gemälde zu ihm gesprochen? fragte Nobby Nobbs Es sind schon seltsamere Dinge geschehen Äh, nein, antwortete Sir Reynolds Zumindest nicht in meiner Zeit Seit das Buch in einer neuen Auflage erschienen ist, hat hier während der Besuchszeit ein Wächter gestanden Und er meint, das Gemälde hätte nie einen Ton von sich gegeben Natürlich hat es die Leute immer fasziniert Und man erzählt sich Geschichten über einen verborgenen Schatz Deshalb gab es eine Neuauflage des Buches Die Leute mögen das Mysteriöse Wir nicht, sagte Fred Cullen Ich weiß nicht einmal, wie das Mysteriöse schmeckt Sagte Nobby und blätterte im Kodex Ich habe von diesem Buch gehört Mein Freund Dave vom Briefmarkenladen hat mir von einer Geschichte über einen Zwerg erzählt Der in einem Dorf unweit des Komtals aufkreuzte, gut zwei Wochen nach der Schlacht Und er war ganz verletzt, weil ihm Trolle aufgelauert hatten Und er war halb verhungert obendrein, genau Und niemand sprach so richtig zwergisch Aber die Leute glaubten, dass sie ihm folgen sollten Und er sprach immer wieder ein Wort Und wie sich herausstellte, war es das zwergische Wort für Schatz Tja, und als sie ihm zurück ins Tal folgten, starb er auf dem Weg dorthin Und die Leute fanden nie was Und dann entdeckte dieser Künstlertyp etwas im Komtal Und verbarg den Fundort in diesem Bild Aber es brachte ihn um den Verstand Wie ein Spuk, meinte Dave Die Regierung hat alles vertuscht, meinte er außerdem Ja, aber dein Kumpel Dave redet dauernd davon, dass die Regierung Dinge vertuscht, Nobby Fandte Fred ein Das tut sie auch Aber er erfährt immer davon Und ihn bringt niemand zum Schweigen, sagte Fred Ich weiß, dass du gern spottest, Feldwebel Aber es geschehen viele Dinge, von denen wir nichts wissen Was denn zum Beispiel, erwiderte Colin Nenn mir eine Sache, die geschieht und von der wir nichts wissen Na bitte, das kannst du nicht Sir Reynold räusperte sich Das ist gewiss eine der Theorien Sagte er mit der typischen Vorsicht von jemandem, der den Colin Nobbs Braintrust in voller Aktion erlebt hatte Bedauerlicherweise stützten Methodia Schlingels Aufzeichnungen praktisch jede beliebige Theorie Ich vermute, das Gemälde verdankt seine gegenwärtige Popularität der Tatsache, dass das Buch auf die alte Geschichte zurückgreift, nach der in dem Bild ein großes Geheimnis verborgen ist Ach, Fred Collins sah auf Welches Geheimnis? Das weiß ich nicht Die Landschaft ist sehr detailliert gemalt Vielleicht existiert irgendwo ein Hinweis auf eine geheime Höhle Es gibt viele Theorien Recht seltsame Leute kamen mit Messbändern und wirkten beunruhigend entschlossen Aber ich bezweifle, dass sie jemals etwas entdeckt haben Vielleicht steckt einer von Ihnen hinter dem Diebstahl, spekulierte Nobby Das glaube ich nicht Meistens sind es recht heimlich-tuerische Leute, die belegte Brote und eine Reiseflasche mitbringen und den ganzen Tag bleiben Leute, die Anagramme und geheime Zeichen lieben und kleine Theorien und Pickel haben Sie sind recht harmlos, nur nicht gegenüber ihresgleichen Außerdem, warum das Bild stehlen? Wir möchten, dass sich Leute dafür interessieren Und wer sich dafür interessiert, denkt wohl kaum daran, es mit nach Hause zu nehmen Denn immerhin passt es dort nicht unters Bett Wusstet ihr, dass Schlingel von Schreien schrieb, die er manchmal mitten in der Nacht hörte? Die Geräusche der Schlacht muss man annehmen Ach, wie traurig Hör, nichts, was man über dem Kamin haben möchte, kommentierte Fred Cullen Genau, Feldwebe Selbst wenn man einen 15 Meter langen Kamin hätte Danke Noch eine letzte Sache Wie viele Türen gewähren Zugang zu diesem Ort? Drei Antwortete Sir Reynolds sofort Aber zwei von ihnen sind immer abgeschlossen Wenn der Troll Oder die Zwerge Warf Nobby ein Oder wie mein jüngerer Kollege meint, die Zwerge versucht nach draußen zu gelangen Wasserspeier Sagte Sir Reynolds stolz Zwei beobachten ständig den Haupteingang vom Gebäude auf der anderen Seite aus Und es sitzt auch jeweils einer bei den beiden anderen Türen Und tagsüber behalten natürlich die Mitarbeiter alles im Auge Es mag dumm klingen, aber habt ihr wirklich überall nachgesehen? Heute Morgen haben wir alles abgesucht, Feldwebe Es müsste eine sehr dicke und sehr schwere Rolle sein Dieses Gebäude ist voller Ecken und Winkel, aber eine solche Rolle würde gewiss auffallen Colin salutierte Danke, Herr Wir schauen uns ein wenig um, wenn du gestattest Ja, nach Ornen Sagte Nobby Nobs Mum ließ sich auf seinen Stuhl sinken und musterte den verdammten Vampir Beziehungsweise die Vampirin Man hätte sie für eine Sechzehnjährige halten können Es fiel schwer zu glauben, dass sie nicht viel jünger war als Mum So kurzes Haar hatte er noch bei keinem Vampir gesehen Und wenn sie nicht wie ein Junge wirkte, dann doch wie ein Mädchen, das für einen Jungen durchgegangen wäre Bitte entschuldige meine Bemerkung von vorhin, sagte Mum Es ist keine gute Woche gewesen und sie wird mit jeder verstreichenden Stunde schlimmer Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte Sally Wenn es dir was nützt, dies gefällt mir ebenso wenig wie dir Ich fürchte mich nicht, erwiderte Mum scharf Bitte um Verzeihung, Herr Mum, du riechst wie jemand, der sich fürchtet Ähm, nicht sehr, fügte Sally hinzu Aber ein wenig und dein Herz schlägt schneller Es tut mir leid, wenn ich dich beleidigt haben sollte Ich wollte dir nur Gelegenheit geben, dich zu entspannen Mum lehnte sich zurück Für meine Entspannung sorge ich selbst, Fräulein von Humpedink, sagte er Es macht mich nervös, wenn sich andere darum kümmern wollen Alles, was mit Spannung zu tun hat, kannst du getrost mir überlassen Und bitte verkneif dir Kommentare über meinen Geruch Und es heißt Kommandeur Mum oder Herr, verstanden? Nicht einfach Herr Mum Und ich möchte Sally genannt werden, sagte die Vampiren Sie sahen sich an und wussten beide, dass es nicht gut lief Und sie waren auch nicht sicher, ob sie es besser machen konnten Nun, Sally, du möchtest also Polizist werden? Fragte Mum Ja, das ist mein Wunsch Hat es in deiner Familie irgendwelche Polizisten gegeben? Das war eine Standardfrage Es half immer, wenn neue Kandidaten eine Vorstellung vom Polizeidienst geerbt hatten Nein, nur Halsbeißer, antwortete Sally Wieder folgte eine Pause Mum seufzte Ich möchte nur eins wissen, sagte er Haben dich, John, überhaupt kein Vampir Smith und Doreen Winkins auf diese Idee gebracht? Nein, sagte Sally Ich habe mich an sie gewandt Und wenn du es ganz genau wissen willst Ich hätte nicht gedacht, dass es deswegen so ein Trara gibt Das überraschte Mum Aber du hast dich beworben, sagte er Ja, aber ich verstehe all das Interesse daran nicht Gib nicht mir die Schuld Dahinter steckt die Enthaltsamkeitsliga Wirklich? Erwiderte Sally Die Zeitung hat ein Zitat von deinem Lord Veterinary gebracht Darin hieß es, die Abwesenheit von Rassendiskriminierung gehöre zu den guten Traditionen der Wache Ha, sagte Mum Es stimmt schon Ein Polizist ist ein Polizist, soweit es mich betrifft Aber die guten Traditionen der Wache, Fräulein von Humpeding Bestehen größtenteils darin, einen regengeschützten Platz zu finden Hinten in Kneipen Freibier zu schnorren und immer zwei Notizbücher zu haben Du willst mich also nicht? Fragte Sally Ich dachte, du brauchst alle Rekruten, die du bekommen kannst Weißt du, ich bin wahrscheinlich stärker als alle anderen Angehörigen der Wache Abgesehen von Treuen Ich bin ziemlich clever, habe nichts gegen harte Arbeit und kann nachts sehr gut sehen Ich kann mich nützlich machen Ich möchte mich nützlich machen Kannst du dich in eine Fledermaus verwandeln? Sally wirkte schockiert Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Sie gehört vermutlich zu den weniger Heiklen, sagte Mum Außerdem könnte so etwas nützlich sein Bist du dazu imstande? Nein Na schön, macht nichts Ich kann mich in viele Fledermäuse verwandeln, sagte Sally Eine ist schwierig, weil man dabei die Veränderung in der Körpermasse berücksichtigen muss Und das kriegt man für eine Weile nicht hin, wenn man zu den Enthaltsamen zählt Und überhaupt bekomme ich davon Kopfschmerzen Was war dein letzter Job? Ich hatte keinen, ich war Musikerin Mums Miene erhellte sich Im Ernst? Einige der Jungs haben davon gesprochen, eine Wachkapelle zu gründen Könnten sie ein Cello gebrauchen? Wahrscheinlich nicht Mum trommelte mit den Fingern auf den Schreibtisch Sie war ihm noch nicht an den Hals gefahren Dort lag natürlich das Problem Mit Vampiren war alles in Ordnung Bis mit ihnen plötzlich nicht mehr alles in Ordnung war Aber er wusste auch, dass Sally recht hatte Derzeit benötigte er tatsächlich jeden, der aufrecht stehen und einen Satz zu Ende sprechen konnte Die jüngsten Entwicklungen strapazierten die Kräfte der Wache Er brauchte permanent Leute dort draußen, die alles unter Kontrolle hielten Im Augenblick ging es nur um Raufereien, Steinwürfe und zertrümmerte Fenster Aber der Ärger sammelte sich an wie Schnee an einem Lawinenhang In solchen Zeiten musste die Wache ständig präsent sein Das gab den Bürgern der Stadt die Illusion, dass die Welt nicht völlig verrückt geworden war Und die Enthaltsamkeitsliga kümmerte sich sehr um ihre Mitglieder Es lag in ihrem Interesse, dass sich kein Enthaltsamer in einem seltsamen Schlafzimmer wiederfand Mit einem peinlichen Völlegefühl Man würde Sally im Auge behalten Wir haben keinen Platz für Drückeberger in der Wache Sagte Mumm Unter den gegenwärtigen Umständen haben wir zu viel zu tun, um dir mehr zu geben Als das, was man lächerlicherweise praktische Ausbildung nennt Du wirst vom ersten Tag an auf der Straße Dienst schieben Äh, wie ist es bei dir mit dem Tageslicht? Mit langen Ärmeln und breiter Krempe kein Problem Außerdem habe ich die Notausrüstung dabei Mumm nickte Eine kleine Kehrichtschaufel Eine Bürste Eine Fiole mit Tierblut Und eine Karte mit der Aufschrift Hilfe, ich bin zu Staub zerfallen und kann nicht mehr aufstehen Bitte kehre mich zu einem Haufen zusammen und zerbricht danach die Fiole darüber Und Ich bin ein Schwarzbandler und werde dir nichts tun Vielen Dank im Voraus Mums Finger trommelten erneut auf den Schreibtisch Sally erwiderte seinen Blick Na schön, du bist eingestellt, sagte er schließlich Zunächst auf Probe, so fangen alle an Klär den Papierkram unten mit Feldwebel Kleinpo und geh dann zu Feldwebel Detritus, der dir deine Sachen gibt und dich einweist Versuch bitte dabei nicht zu lachen Und da du jetzt bekommen hast, was du willst und dies kein offizielles Gespräch mehr ist, nenn mir den Grund Äh, wie bitte? Fragte Sally Ein Vampir, der Polizist sein möchte? Mum lehnte sich zurück Das passt irgendwie nicht, Sally Ich dachte, es wäre ein interessanter Job an der frischen Luft, mit der Möglichkeit, den Leuten zu helfen, Kommandeur Mum Hm, machte Mum Wenn du das sagen kannst ohne zu lächeln, hast du vielleicht wirklich das Zeug zu einer Polizistin Willkommen in der Wache, Obergefreite Ich hoffe, du hast... Die Tür knallte Hauptmann Karotte trat zwei Schritte ins Zimmer, saß Sally und zögerte Obergefreite von Humpedink hat gerade den Dienst angetreten, Hauptmann, sagte Mum Äh, gut, hallo, Fräulein, sagte Karotte schnell Ha, jemand hat Schinkenbrecher umgebracht Die Besten aus Ant Morporks Wache schlenderten zum Pseudopolisplatz zurück Ich würde das Gemälde in kleine Stücke schneiden, sagte Nobby Jeweils mit einem Durchmesser von nur einigen Zoll Das macht man mit Diamanten, Nobby So wird man gestohlene Diamanten los Na schön, die wär's hiermit Man schneidet das Wandgemälde in einzelne Teile, die jeweils so groß sind wie gewöhnliche Bilder Dann malt man ein Bild auf die Rückseite der Einzelteile, rahmt sie und hängt sie auf Niemand würde ein paar zusätzliche Bilder bemerken Und dann lässt man sie verschwinden, wenn sich die Lage beruhigt hat Und wie würdest du diese Bilder nach draußen schaffen, Nobby? Nimm Klebstoff, einen sehr langen Stock und dann... Fred Cullen schüttelte den Kopf Nein, das halte ich für ausgeschlossen, Nobby Na gut, dann nimmt man Farbe in der gleichen Farbe wie die Wände Und man klebt das Gemälde irgendwo dort an die Wand, wo genug Platz ist Und man übermalt es mit der Farbe, damit es wie ein Teil der Wand aussieht Hast du eine bestimmte Wand im Sinn? Wie wär's mit der im Rahmen, Feldwebel? Verdammt, Nobby, das ist schlau, sagte Fred und blieb stehen Danke, Feldwebel, ein solches Lob von dir bedeutet mir viel Aber es bleibt das Problem, wie man das Bild nach draußen schafft Erinnerst du dich an all die Staubdecken, Feldwebel? Ich schätze, in einigen Wochen könnten zwei Burschen in Overalls mit einer großen weißen Rolle hinausgehen Ohne dass sich jemand darüber Gedanken macht Denn es würden alle denken, dass das große Wandgemälde schon vor Wochen gestohlen worden ist Es folgten einige Sekunden der Stille und dann sagte Feldwebel Kollon mit gedämpfter Stimme Du hast eine sehr gefährliche Fantasie, Nobby Ja, sehr gefährlich Wie würdest du die neue Farbe entfernen? Oh, das ist leicht, sagte Nobby Und ich weiß auch, wo ich mir Malerschürzen besorgen kann Nobby, entfuhr Fred schockiert Ja, schon gut, Feldwebel Du kannst einem Mann nicht vorwerfen zu träumen Dies könnte etwas sein, für das wir eine Auszeichnung bekommen, Nobby Und die könnten wir gut gebrauchen Meldet sich da erneut ein Wasser, Feldwebel? Du hältst es vielleicht für komisch, Nobby Aber man muss sich nur umsehen, sagte Fred bedrückt Noch sind es nur Bandenkämpfe Aber es wird bald schlimmer, verlässt dich drauf Dieser Streit um etwas, das vor Jahrtausenden geschah Warum kehren Sie nicht dorthin zurück, woher Sie kommen, wenn Ihnen das so wichtig ist? Inzwischen kommen die meisten von Ihnen von hier, sagte Nobby Fred kommentierte diesen geografischen Hinweis mit einem verächtlichen Brummen Krieg, Nobby Wozu ist Krieg gut? Fragte er Keine Ahnung, Feldwebel Vielleicht dazu, Sklaven zu befreien? Absolut Naja, meinetwegen Um sich gegen einen totalitären Aggressor zu verteidigen? Zugegeben aber Die Zivilisation vor einer Horde zu retten? Langfristig ist er für nichts gut Darauf wollte ich hinaus, Nobby Wenn du mir fünf Sekunden hintereinander zuhören würdest, sagte Fred Cullen scharf Ja, aber was ist schon langfristig für irgendwas gut, Feldwebel? Sag das noch einmal und achte dabei auf jedes einzelne Wort, wandte sich Mum an Karotte Er ist tot, Herr Schinkenbrecher ist tot Die Zwerge sind ganz sicher Mum starrte den Hauptmann an Dann glitt sein Blick zu Sally und er sagte Ich habe dir einen Befehl gegeben, obergefreite Humpeding Geh und tritt deinen Dienst an Als die Vampiren fortgeeilt war, fuhr er fort Ich hoffe, du bist dir ebenfalls ganz sicher, Hauptmann Es breitet sich bei den Zwergen aus wie Wie? Begann Karotte Alkohol? Schlug Mum vor Es breitet sich zumindest sehr schnell aus, räumte Karotte ein Gestern Abend, heißt es Ein Troll kam in der Sirupstraße zu ihm und erschlug ihn Ich habe einige der Jungs darüber sprechen gehört Karotte, wüssten wir nicht davon, wenn so etwas geschehen wäre? fragte Mum, doch im Theater seines Geistes wiederholten Angor und Fred Cullen ihre kassandrischen Warnungen Die Zwerge wussten etwas Die Zwerge waren besorgt Wissen wir es nicht, Herr? Erwiderte Karotte Ich habe dir gerade davon erzählt Ich meine, warum schreien die Leute nicht in den Straßen herum? Politischer Mord und so Sollten sie nicht lautstark darauf hinweisen, dass solch ein Mord geschehen ist? Wer hat dir davon erzählt? Obergefreiter Eisenbäger und Corporal Ringgießer, Herr Es sind gute Jungs Ringgießer ist bald für die Beförderung zum Feldwebel vorgesehen Äh, es gibt da noch etwas, Herr Ich habe sie gefragt, warum wir keine offizielle Nachricht erhielten Und Eisenbäger meinte Dies wird dir nicht gefallen, Herr Er meinte, die Wache sollte nichts davon erfahren Karotte beobachtete Mum aufmerksam Die Veränderung im Gesicht des Kommandeurs war kaum zu sehen Aber einige Muskeln spannten sich etwas fester Auf wessen Anweisung geht das zurück? Fragte Mum Offenbar auf die eines Gewissen feurig Er ist Schinkenbrechers Sprecher, könnte man vielleicht sagen Er meint, dies sei eine Zwagenangelegenheit Wir sind hier in Angt Mordpark, Hauptmann Und Mord ist Mord Ja, Herr Und wir sind die Stadtwache Fuhr Mum fort So steht es an der Tür Derzeit steht, Polizisten sind Bullen an der Tür Aber ich werde jemanden beauftragen, es abzuwischen Sagte Karotte Und ich Das bedeutet Wenn jemand ermordet wird, sind wir verantwortlich Sagte Mum Ich verstehe, was du meinst Erwiderte Karotte vorsichtig Weiß Veterinary Bescheid? Ich kann mir kaum vorstellen, dass er keine Kenntnis davon hat Ich auch nicht Mum überlegte kurz Was ist mit der Times? Dort arbeiten viele Zwerge Es würde mich sehr überraschen, wenn Sie solche Informationen an Menschen weitergeben, Herr Ich habe nur davon gehört, weil ich ein Zwerg bin Und Ringgießer großen Wert darauf legt, Feldwebel zu werden Und ehrlich gesagt, ich habe es zufällig gehört Die Druckerzwerge würden bestimmt nicht an die Redaktion herantreten Soll das heißen, dass Zwerge in der Wache einen Mord geheim halten würden? Karotte wirkte schockiert Oh nein, Herr Gut Sie würden ihn nur vor Menschen geheim halten Äh, tut mir leid, Herr Das Wichtige an dieser Stelle ist, nicht zu schreien Dachte Mum Nicht, wie nennt man es Ausflippen Du kannst hier etwas lernen Finde heraus, warum die Welt nicht deiner Vorstellungen spricht Sammle die Fakten Verarbeite die Informationen Denk über ihre Konsequenzen nach Danach kannst du ausflippen Aber mit Präzision Zwerge waren immer gesetzestreue Bürgerhauptmann Sagte Mum Sie bezahlen sogar ihre Steuern Plötzlich finden sie es in Ordnung, einen möglichen Mord nicht zu melden Karotte sah den Stähl einen Glanz in Mums Augen Nun, die Sache ist Begann er Ja Schinkenbrecher ist ein Tiefenzwerg, Herr Ich meine, ein richtig tiefer Tiefenzwerg Er verabscheute es, an die Oberfläche zu kommen Es heißt, dass er weit unter dem Kellerniveau wohnt Ja, das weiß ich alles, und? Wie weit nach unten reicht unsere Zuständigkeit, Herr? Fragte Karotte Was? So weit nach unten, wie wir möchten Äh, steht das irgendwo geschrieben, Herr? Die meisten Zwerge in der Stadt stammen aus Kupferkopf, Lamedos und Überwald Sagte Karotte Dort gibt es Gesetze für die Oberfläche und andere Gesetze für das Darunter Ich weiß, dass es hier bei uns anders ist, aber So sehen sie die Welt Und Schinkenbrechers Zwerge sind natürlich alle tiefenah Und du weißt, wie gewöhnliche Zwerge von ihnen denken Sie verehren sie praktisch, dachte Mum Zwickte sich in den Nasenrücken und schloss die Augen Es wird immer schlimmer Blümmer Na schön, sagte er Aber dies ist Ank Morpork Und wir haben unsere eigenen Gesetze Es kann doch nicht schaden, nachzusehen, wie es Bruder Schinkenbrecher geht, oder? Wir können bei ihm an die Tür klopfen Und sagen, dass wir guten Grund haben, uns nach seiner Gesundheit zu erkundigen Ich weiß, dass es nur ein Gerücht ist, aber wenn genug Leute an ein solches Gerücht glauben Können wir nicht verhindern, dass die Sache herauskommt Gute Idee, Herr Geh und sag Angua, dass sie mich begleiten soll Und Haddock Und vielleicht auch Ringgießer Du kommst natürlich ebenfalls mit Äh, das ist keine gute Idee, Herr Zufälligerweise weiß ich, dass die meisten tiefenah mir ablehnend gegenüberstehen Sie glauben, dass ich zu sehr Mensch bin, um ein Zwerg zu sein Tatsächlich? Fast 1,90 in Strümpfen, dachte Mum In den Bergen von den Zwergen einer kleinen Zwergenmine adoptiert und großgezogen Sein zwergischer Name lautet Katzat Behat, was Kopfstoßer bedeutet Mum hüstelte Warum in aller Welt sollten Sie das glauben? Fragte er Na schön, ich weiß, dass ich im Grunde ein Mensch bin, Herr Aber die Größe war traditionell nie die zwergische Definition eines Zwergs Allerdings ist Schinkenbrechers Gruppe nicht glücklich mit mir Tut mir leid, das zu hören Dann nehm ich Grinzi mit Bist du übergeschnappt, Herr? Du weißt doch, was die Tiefener von Zwergen enthalten, die ihre Weiblichkeit zeigen Na gut, dann lass ich mich eben von Feldwebel die Tretus begleiten Ihm werden sie glauben Es könnte ein wenig zu provokant sein, Herr Begann Karotte skeptisch Detretus ist ein Polizist von Angt-Morpork-Hauptmann, so wie du und ich, sagte Mum Ich nehme an, ich bin akzeptabel Ja, natürlich, Herr Ich glaube aber, dass du die Tiefener beunruhigst Tatsächlich? Mum zögerte Das ist gut Und Detretus ist ein Vertreter des Gesetzes Wir haben hier noch Gesetze Und soweit es mich betrifft, reichen sie tief Bis ganz nach unten Eine verdammt blöde Bemerkung, dachte Mum fünf Minuten später, als er an der Spitze des kleinen Trupps durch die Straßen ging Er verfluchte sich dafür, diese Worte ausgesprochen zu haben Polizisten blieben durch Klugheit am Leben So funktionierte das Man hatte die Wachhäuser mit den großen blauen Lichtern Und man sorgte dafür, dass immer kräftig gebaute Wächter an großen öffentlichen Orten zu sehen waren Und man protzte, als gehörte einem alles Aber es war falsche Protzerei, denn es gehörte einem nichts Es war alles Lug und Trug Man zauberte einen kleinen Polizisten in die Köpfe der Leute Man verließ sich darauf, dass die Leute die Regeln kannten und nachgaben Doch in Wirklichkeit hätten hundert gut bewaffnete Kämpfer die Wache auslöschen können, wenn sie entschlossen genug vorgegangen wären Sobald irgendein Verrückter herausfindet, dass ein überraschter Polizist ebenso stirbt wie alle anderen Ist der Bann gebrochen Schinkenbrechers Zwerge glaubten nicht an die Stadtwache? Das konnte zu einem Problem werden Vielleicht war es provozierend, einen Troll mitzubringen Aber bei den Göttern Detritus war ein Bürger wie alle anderen Wenn man Bimmelbamm, Bimmelbamm, Bimmelbamm Ah ja, wie schlimm die Dinge auch standen Es gab immer die Möglichkeit, dass sie noch schlimmer wurden Er holte den klugen braunen Kasten hervor und öffnete ihn Ein kleiner, grüner Kobold mit spitzen Ohren blickte zu ihm auf Und sein Gesicht zeigte jenes sehnsüchtige, hoffnungslose Lächeln, das Mumm in verschiedenen Variationen kannte und fürchtete Guten Morgen, hier Namen einfügen! Ich bin der Disorganizer Modell 5, die Stachelbeere, wie kann ich? Begann der Kobold und sprach schnell, um möglichst viel zu sagen, bevor es zur unvermeidlichen Unterbrechung kam Ich könnte schwören, dass ich dich ausgeschaltet habe, sagte Mumm Du hast mich mit einem Hammer bedroht Er widerte der Kobold vorwurfsvoll und zog an den kleinen Gitterstäben An alle! Er bedroht ein hochmodernes Stück Technomantie mit einem Hammer! rief er Er füllt nicht einmal die Registrierkarte aus, deshalb muss ich ihn hier Namen einfügen nennen Ich dachte, du wärst das Ding losgeworden, Herr, sagte Angua, als Mumm den Deckel schloss Ich dachte, es wäre einem... Unfall zum Opfer gefallen Hä? kam eine gedämpfte Stimme aus dem Kasten Sibyl besorgt mir immer einen neuen Mumm verzog das Gesicht Einen besseren Aber ich weiß, dass dieses Modell ausgeschaltet war Der Deckel fuhr wieder nach oben Ich erwache, wenn ich an etwas erinnern muss, kreischte der Kobold 10.45, für das verdammte Porträt sitzen! Mumm stöhnte Das Porträt mit Sir Joshua Dafür drohte ihm Ärger Er hatte bereits zwei Termine versäumt Aber diese Zwergensache war... wichtig Das kann ich unmöglich schaffen, murmelte er Möchtest du den praktischen, integrierten Blue-Nose-Nachrichtendienst benutzen? Was macht der? fragte Mumm misstrauisch Den verschiedenen Disorganisern in seinem Besitz war es recht gut gelungen, fast alle Probleme zu lösen, die sich durch ihren Besitz ergaben Äh, eigentlich laufe ich sehr schnell mit einer Nachricht zum nächsten Klackerturm, sagte der Kobold hoffnungsvoll Und gehst du zurück? fragte Mumm, indem ebenfalls Hoffnung keimte Natürlich! Danke, nein! sagte Mumm Wie wäre es mit einer Partie Splong, speziell für das Modell 5 entwickelt? flähte der Kobold Ich habe die Schläger hier, nein? Vielleicht ist dir das stets beliebte Schätzmann-Gewicht in Schweinen lieber Ich könnte auch eine deiner Lieblingsmelodien pfeifen Meine E-Sum-Funktion geben mir die Möglichkeit, mich an 1500... Du könntest versuchen zu lernen, ihn richtig zu gebrauchen, Herr sagte Angor als Mumm erneut den Deckel schloss Ein protestierendes Quieken drang aus dem Kasten Ich habe ein Modell benutzt, sagte Mumm Ja, als Türstopper, polterte die Tritus hinter ihm Ich komme mit Technomantie einfach nicht zurecht, erwiderte Mumm Ende der Diskussion Herr Doc, lauf mal schnell zum Mondteichweg Entschuldige mich bei Lady Sibyl, die in Sir Joshuas Atelier sein wird Sag ihr, dass es mir sehr leid tut, aber diese Sache hat sich ergeben und erfordert große Vorsicht Das stimmt, dachte er, als sie den Weg fortsetzten Wahrscheinlich erfordert sie mehr Vorsicht, als mir möglich ist Ach, zur Hölle damit! Wäre ja noch schöner, wenn man bei der Feststellung, ob überhaupt ein Mord geschehen ist, vorsichtig sein muss Die Sirupstraße war typisch für das Siedlungsgebiet der Zwaage Am Rand der weniger angenehmen Viertel der Stadt, aber nicht ganz Teil davon Man bemerkte die Außenposten der Zwaage Ein Flickwerk aus Fenstern verriet ein zweistöckiges Haus, das in ein dreistöckiges verwandelt worden war, ohne an Höhe zuzunehmen Auffallend viele Ponys, die kleine Karren zogen Und natürlich recht kleine Leute mit Bärten und Helmen boten ebenfalls gute Hinweise Zwerge gruben sich auch in den Boden Es war eine typische Zwergensache Hier oben, fern vom Fluss, erreichten sie vermutlich das Kellergeschossniveau, ohne bis zum Hals im Wasser zu stehen An diesem Morgen waren ziemlich viele Zwerge unterwegs Sie schienen nicht besonders zornig zu sein, soweit Mumm das feststellen konnte Der zu mimikfähige Bereich zwischen Augenbrauen und Bart beschränkte sich auf wenige Quadratzoll Doch es war ungewöhnlich, dass so viele Zwerge einfach nur herumstanden Meistens arbeiteten sie hart, normalerweise füreinander Nein, sie waren nicht zornig, aber besorgt Man brauchte nicht viele Gesichter zu sehen, um das zu spüren Die Zwerge als Ganzes hielten nicht viel von Zeitungen Solche Nachrichten betrachteten sie in etwa so wie Liebhaber erlesener Weintrauben Rosinen Sie bezogen ihre Neuigkeiten von anderen Zwergen, um sicher zu sein, dass sie frisch und voller Persönlichkeit waren Und zweifellos erhielten sie beim Erzählen viele Extras Diese Menge wartete unsicher auf die Nachricht, dass sie sich in einen Aufruhr verwandelte Noch wichen die Zwerge beiseite, um sie passieren zu lassen Die Präsenz von Detritus rief Gemurmel hervor, dass der Troll klugerweise überhörte Fühlst du das? fragte Angua, als sie über die Straße gingen Durch die Fußsohlen? Ich habe nicht deine empfindlichen Sinne, Feldhebel, sagte Mumm Es pocht ständig unter uns, sagte Angua Ich fühle die Straße zittern Ich glaube, es ist eine Pumpe Vielleicht werden weitere Keller ausgepumpt, sagte Mumm Klingt nach einem großen Projekt Wie weit können sie nach unten? Überlegte er Immerhin ist Ang Morpock zum größten Teil auf Ang Morpock erbaut Hier hat es schon immer eine Stadt gegeben Wenn man genau hinsah, bemerkte man eine gewisse Ordnung in der Menge Die Zwerge standen nicht einfach so herum, sondern in einer langen Schlange auf der einen Straßenseite und näherten sich langsam einer Seitentür Sie warteten auf eine Gelegenheit, mit den Grax zu reden Bitte komm und sprich die toten Worte für meinen Vater Bitte berate mich bei dem Verkauf meines Ladens Bitte geleite mich bei meinen Geschäften Ich bin weit weg von den Knochen meines Großvaters entfernt Bitte hilf mir, ein Zwerg zu bleiben Dies war nicht die richtige Zeit, der Erkazzer zu sein Genau genommen waren die meisten Zwerge von Ang Morpock der Erkazzer Es bedeutete so viel wie kein richtiger Zwerg Sie lebten nicht tief im Boden und kamen nur nachts nach oben Sie bauten kein Erz ab, um Metall daraus zu gewinnen Sie ließen zu, dass ihre Töchter zumindest einige kleine Hinweise auf ihre Weiblichkeit preisgaben Sie neigten zu Nachlässigkeit, was bestimmte Zeremonien anging Jetzt lag der Geruch des Komtals in der Luft Und unter solchen Umständen musste man mehr sein als nur größtenteils ein Zwerg Deshalb hörte man auf die Grax Sie sorgten dafür, dass man beim Rechten Flöts blieb Und bisher hatte Mumm nichts dagegen gehabt Allerdings hatten sich die Grax bisher auch nicht für Mord zuständig gefühlt Er mochte Zwerge Sie gaben gute Polizisten ab und waren von Natur aus gesetzestreu Zumindest in der Abwesenheit von Alkohol Doch diese Zwerge starrten ihn alle an Er fühlte den Druck ihrer Blicke Herumzustehen und Leute zu beobachten war natürlich die führende Industrie von Angmorpork Dieser Ort hätte durchdringende Blicke exportieren können Aber es waren durchdringende Blicke der falschen Art Die Straße fühlte sich nicht direkt feindselig an, aber fremd Und doch war es eine Straße in Angmorpork Wie konnte Mumm hier ein Fremder sein? Vielleicht hätte ich kein Treu mitbringen sollen, dachte er Doch wohin sollte das führen? Wähl deinen eigenen Polizisten aus? Zwei Zwerge hielten vor Schinkenbrechers Haus Wache Sie waren schwerer bewaffnet als der durchschnittliche Zwerg Wenn sich das überhaupt bewerkstelligen ließ Aber vermutlich waren es die schwarzen Lederschappen der beiden Wächter Die für gedämpfte Stimmung sorgten Sie wiesen diejenigen, die ihre Bedeutung kannten, darauf hin Dass diese Zwerge in den Diensten der Tiefen erstanden Und trugen damit bei zu der Mischung aus Magie, Mana, Ehrfurcht und Sorge Bei den gewöhnlichen Zwergen Sie schenkten Mumm den typischen Blick aller Wächter Und der besagte Normalerweise wärst du bereits tot Nur meine Geduld hält dich am Leben Doch darauf war Mumm vorbereitet Jede der fünf Höllen, deren Namen jemand nennen konnte, wusste Er hatte ihn oft genug selbst benutzt Er konterte mit dem distanzierten Gesichtsausdruck eines Mannes Der keine Wächter zur Kenntnis nahm Kommande Mumm, Stadtwache Sagte er und hob seine Dienstmarke Ich muss sofort mit Gerg Schinkenbrecher sprechen Er empfängt niemanden Sagte einer der beiden Wächter Oh, er ist also tot? Fragte Mumm Er fühlte die Antwort Und brauchte nicht einmal Anguas kurzes Nicken zu sehen Die Zwerge hatten die Frage gefürchtet und schwitzten Zu ihrem schockierten Entsetzen und auch zu seiner eigenen Überraschung Setzte er sich zwischen ihnen auf die Stufen und holte ein Päckchen mit billigen Zigarren hervor Ich biete euch Jungs keine an, denn ich weiß, dass ihr im Dienst nicht rauchen dürft Sagte Mumm gemütlich Meinen Jungs erlaube ich es auch nicht Ich komme nur deshalb damit durch, weil es niemanden gibt, der mich verpetzt Er blies blauen Rauch aus Ihr wisst, dass ich das Oberhaupt der Stadtwache bin? Die beiden Zwerge starrten geradeaus und nickten kaum merklich Gut, sagte Mumm Und das bedeutet, dass ihr beide mich bei der Ausübung meiner Pflicht behindert Was mir eine ganze Reihe von Möglichkeiten eröffnet Diejenige, an die ich gerade denke, ist die Den obergefreiten Dorfel zu rufen Er ist ein Golem Nichts hindert ihn an der Ausübung seiner Pflicht, glaubt mir Ihr werdet wochenlang Teile dieser Tür vom Boden aufsammeln Und an eurer Stelle würde ich ihm nicht in den Weg treten Und es wäre rechtens, was bedeutet Wenn sich jemand zur Wehr setzt, wird die Sache richtig interessant Ich sage euch das, weil ich im Laufe der Jahre selbst oft wache gestanden habe Und daher weiß ich, manchmal funktioniert es stark zu wirken Doch bei anderen Gelegenheiten Und ich versichere euch, dies ist eine davon Geht man besser hinein und fragt die Leute drinnen, was man tun soll Wir dürfen unseren Posten nicht verlassen, sagte einer der Zwerge Macht euch darüber keine Gedanken Mumm stand auf Ich halte für euch Wache Das geht nicht Mumm beugte sich zum Ohr eines der Zwerge hinab Ich bin der Kommandeur der Wache Zischte er, jetzt nicht mehr herfreundlich Er deutete auf das Kopfsteinpflaster Dies ist meine Straße Ich kann stehen, wo ich will Du stehst auf meiner Straße Sie ist ein öffentlicher Ort Was mir ungefähr zwei Dutzend Gründe gibt, dich zu verhaften Das würde Ärger geben, ja, aber du wärst mittendrin Ich habe einen guten Rat für dich Von einem Wächter zum anderen Lauf los und sprich mit jemandem, der Weiter oben auf der Leiter steht Er sah besorgte Augen zwischen den wuchernden Braun und dem üppigen Bart Und er entdeckte die kleinen, subtilen Hinweise, die er zu erkennen gelernt hatte Na los, verehrteste Verehrteste Die Zwergin hämmerte an die Tür Die Klappe darin öffnete sich Es wurde geflüstert Die Tür wurde geöffnet Die Zwergin trat ein Die Tür schloss sich Mumm drehte sich um und nahm Haltung an Etwas theatralischer als nötig Hier und dort lachte jemand Es mochten Zwerge sein Aber in Angmorpork wollten die Leute immer sehen, was als nächstes geschah Der übrig gebliebene Zwerg sagte leise Wir dürfen im Dienst nicht rauchen Entschuldigung Mumm nahm die Zigarre aus dem Mund und schob sie sich für später in das Ohr Das brachte ihm einige weitere Lacher ein Sollen Sie lachen, dachte er Wenigstens werfen Sie nicht mit irgendwelchen Dingen Die Sonne schien Die Menge stand still Feldwebel Angua beobachtete den Himmel und achtete darauf, dass ihr Gesicht leer blieb Detritus wartete mit der absoluten felsartigen Reglosigkeit eines Trolls, für den es derzeit nichts zu tun gab Nur Ringgießer wirkte nervös Dies war vermutlich weder der richtige Ort noch ein geeigneter Zeitpunkt, um ein Zwerg mit einer Dienstmarke zu sein Dachte Mumm Aber warum? Während der letzten beiden Wochen haben wir doch nur versucht, zwei Gruppen von Idioten daran zu hindern, sich gegenseitig umzubringen Und jetzt dies Für diesen Morgen würde er etwas zu hören bekommen, obgleich Sibyl nie laut wurde, wenn sie ihn tadelte Sie sprach nur traurig, was viel schlimmer war Das verdammte Familienporträt Dort lag das Problem Es schien viele Sitzungen zu erfordern, aber in Sibyls Familie gehörte es zur Tradition Basta Es war in jeder Generation mehr oder weniger das gleiche Porträt Die fröhliche Familiengruppe vor dem Hintergrund ihrer Weitenländereien Mumm hatte keine Weitenländereien, nur schmerzende Füße Aber als Erbe des Käsedickvermögens war er auch, wie er erfahren hatte, Eigentümer von Crandles, einem herrschaftlichen Anwesen auf dem Land Er war noch nicht einmal dort gewesen Mumm hatte nichts gegen das Land, solange es friedlich blieb und nicht angriff Aber er mochte Pflaster unter seinen Füßen und legte keinen besonderen Wert darauf, dass man ihn als eine Art Gutsherr darstellte Bisher waren seine Entschuldigungen dafür, nicht zu den endlosen Sitzungen zu erscheinen, vernünftig gewesen Aber allmählich wurde es eng Mehr Zeit verstrich Einige Zwerge in der Menge gingen fort Mumm bewegte sich nicht Nicht einmal dann, als er hörte, wie sich die Klappe in der Tür kurz öffnete und dann wieder schloss Sie versuchten, die Sache auszusitzen Bimidimidim, dummdamm, bimidim Mumm sah nicht nach unten und behielt seinen gleichmütigen, tausendmeilen weitreichenden Wächterblick Als er den Disorganizer hervorholte und ihn an die Lippen hob Ich weiß, dass du ausgeschaltet warst, brummte er Ich schalte mich selbst wieder ein, um dich an bestimmte Dinge zu erinnern, erwiderte der Kobold Wie kann ich das verhindern? Die korrekte Wortfolge steht im Handbuch, hier Namen einfügen Antwortete der Kobold steif Wo ist das Handbuch? Du hast es weggeworfen, sagte der Kobold vorwurfsvoll Das machst du immer Deshalb benutzt du nie die richtigen Befehle Und das ist der Grund, warum ich gestern nicht losgegangen bin, um meinen Kopf in einen Enten hinter zu stecken Du hast in einer halben Stunde einen Termin bei Lord Veterinary Ich habe zu tun, brummte Mumm Möchtest du, dass ich dich in zehn Minuten noch einmal daran erinnere? Sag mir, welchen Teil von »Geh und steck deinen Kopf in einen Enten hinter, du nicht verstehst«, erwiderte Mumm und ließ das Ding wieder in seiner Tasche verschwinden Es war also eine halbe Stunde vergangen Eine halbe Stunde genügte Es blieb ihm nichts anderes übrig, als drastische Maßnahmen zu ergreifen Er hatte bemerkt, auf welche Weise die Zwage Detritus ansahen Gerüchte waren ein gefährliches Gift Als er vortrat, dazu bereit, Dorfel zu holen und damit eine Menge Probleme zu verursachen Für die Zwage ebenso wie für ihn selbst, öffnete sich hinter ihm die Tür Kommandeur Mumm, du kannst hereinkommen Ein Zwag stand im Eingang Mumm konnte in der Düsternis nur seine Umrisse erkennen Und zum ersten Mal bemerkte er das mit Kreide gemalte Symbol über der Tür Ein Kreis mit einer horizontalen Linie »Feldwebel Angua wird mich begleiten«, sagte er Das Symbol bereitete Mumm Vages Unbehagen Es schien nachdrücklicher, einen Besitzanspruch zu vermitteln, als ein Schild mit der Aufschrift »Mont Repos« »Der Treu bleibt draußen«, sagte die Gestalt kategorisch »Feldwebel Detritus hält Wache« »Zusammen mit Corporal Ringgießer«, sagte Mumm Diese neue Formulierung einer Tatsache schien einer Überprüfung standzuhalten Was darauf hindeutete, dass der Zeug zwar viel von hartem Eisen verstand, aber nur wenig von harter Ironie Abgesehen von einigen aufeinandergestapelten Kisten war der Flur leer Und die Luft roch nach Was? Verdorbenen Lebensmitteln? Alten, leeren Häusern? Verschlossenen Zimmern? Dachböden? Das ganze Haus ist ein Dachboden, dachte Mumm Hier hörte er das Bumm, Bumm, Klonk, Klonk in der Tiefe Es klang wie ein Herzschlag »Bitte hier entlang«, sagte der Zwerg und führte Mumm und Angor in einen Nebenraum Auch dort bestand die einzige Einrichtung aus Holzkisten Hier und dort standen einige abgenutzte Schaufeln »Wir empfangen hier nicht oft, Gäste, bitte habt Geduld« Der Zwerg verließ das Zimmer Ein Schlüssel klickte im Schloss Mumm nahm auf einer der Kisten Platz »Höflich«, sagte Angor Mumm hob eine Hand an sein Ohr und deutete mit dem Daumen auf den feuchten, fleckigen Verputz Angor nickte, formte mit den Lippen das Wort »Leiche« und zeigte nach unten »Bist du sicher?«, fragte Mumm Angor klopfte sich an die Nase »Ja«, »der Nase eines Wehrwolfs konnte man nicht widersprechen« »Sprechen« Mumm lehnte sich an eine größere Kiste Sie bot einem Mann Bequemlichkeit, der gelernt hatte, an eine Mauer gelehnt zu schlafen Der Verputz an der gegenüberliegenden Wand war bröckelig Voll grünem Schimmel und alten staubigen Spinnweben Aber jemand hatte ein Symbol hineingekratzt So tief, dass sich der Verputz gelöst hatte Es war ein weiterer Kreis, diesmal mit zwei diagonalen Linien Es strahlte Leidenschaft aus So etwas erwartete man nicht unbedingt bei Zwagen »Du nimmst dies erstaunlich gut auf, Herr«, sagte Angor »Du weißt doch, dass es absichtliche Unhöflichkeit ist« »Unhöflichkeit verstößt nicht gegen das Gesetz, Feldwebel« Mumm zog sich den Helm über die Augen »Die kleinen Teufel spielen dumme Dussel mit mir, versuchen mich zu ärgern Die Wache darf nichts erfahren« »Es gibt keine Sperrgebiete in dieser Stadt« »Ich werde dafür sorgen, dass Sie das herausfinden« In der letzten Zeit gab es immer mehr Tiefener in der Stadt Obwohl man sie nur selten außerhalb der Zwergenviertel sah Selbst dort sah man sie nicht direkt Sondern nur ihre staubigen, schwarzen Senften Von vier anderen Zwergen durch die Menge getragen Sie hatten keine Fenster Draußen gab es nichts, das ein Tiefener sehen wollte Die Stadtzwerge begegneten ihnen mit Ehrfurcht, Respekt Und auch, das musste gesagt werden, mit einer gewissen Verlegenheit Wie einem zwar ehrenvollen, aber auch ein wenig durchgedrehten Verwandten Denn irgendwo im Kopf eines jeden Stadtzwerks gab es eine leise Stimme, die sagte »Du solltest in einer Mine leben Du solltest in den Bergen sein Du solltest nicht unter dem offenen Himmel gehen Du solltest ein richtiger Zwerg sein Du solltest eigentlich nicht in der Farbstoffe und Farbenfabrik Deines Onkels bei den tollen Schwestern arbeiten Aber da du dort arbeitest, könntest du wenigstens versuchen Wie ein richtiger Zwerg zu denken Und dazu gehört es, sich von den Tiefen anleiten zu lassen Den Zwergen der Zwerge, die in Höhlenmeilen unter der Oberfläche leben Und nie die Sonne sehen Irgendwo dort unten im Dunkeln lag die wahre Zwergenhaftigkeit Die Tiefener wussten davon und konnten einem den Weg zeigen Mumm hatte damit überhaupt keine Probleme Es ergab ebenso viel Sinn wie die Dinge, an die die meisten Menschen glaubten Und die meisten Zwerge waren vorbildliche Bürger Wenn auch nur zwei Drittel so groß Aber zu entscheiden, dass Mord in der Familie bleibt, dachte Mumm Nicht in meiner Wache Nach zehn Minuten wurde die Tür aufgeschlossen Und ein anderer Zwerg kam herein Er trug die Kleidung, die Mumm als Standard-Stadtzwerg einordnete Helm, Leder, Kettenhemd, Streitaxt bzw. Spitzhacke Minus die mit Spitzen besetzte Keule Hinzu kam eine schwarze Scherpe Der Zwerg wirkte nervös Kommandär Mumm, was soll ich sagen? Ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie man dich behandelt hat Oh, natürlich Laut sagte Mumm Und wer bist du? Ich entschuldige mich erneut Ich bin Helm gescheit und so etwas wie Das fassende Wort heißt vielleicht Tagesgesicht Ich erledige die Dinge, die über dem Boden erledigt werden müssen Bitte kommt in mein Büro Er eilte fort und überließ es Mumm und Angor ihm zu folgen Das Büro lag weiter unten Zwischen den steinernen Wänden des Kellers Es wirkte recht heimelig An der einen Wand waren Kisten und Säcke gestapelt Für Nahrungsmittel blieb in tiefen Höhlen nicht viel Platz Das schlichte Leben der Zwerge in der Tiefe konnte nur existieren Weil viele Zwerge an der Oberfläche ein recht komplexes Leben führten Helm gescheit schien kaum mehr zu sein als ein Bediensteter Der dafür sorgte, dass seine Herren genug zu essen hatten Obwohl er seine Aufgaben für wichtiger hielt Der Vorhang in einer Ecke verbarg vermutlich ein Bett Zwerge hielten nichts von einer luxuriösen Lebensweise Papiere lagen auf einem Schreibtisch Daneben auf einem kleinen Tisch ruhte ein achteckiges Brett mit kleinen Spielfiguren Mumm seufzte Er hasste Spiele Sie ließen die Welt zu einfach aussehen Oh, spielst du, Kommandeur? Fragte Helm gescheit mit dem begierigen Blick des wahren Enthusiasten Mumm kannte den Typ Wenn man höfliches Interesse zeigte, kam man die ganze Nacht nicht mehr davon los Lord Veterinary spielt Mich hat es nie interessiert, sagte Mumm Mumm hatte nie Gefallen an Spielen gefunden, die komplexer waren als das Pfeilwurfspiel Insbesondere Schach hat ihn immer geärgert Er fand es dumm, dass die Bauern einfach loszogen und ihre Kollegen von der anderen Seite erledigten Während sich die Könige faul zurückhielten Wenn sich die Bauern verbündet und vielleicht mit den Türmen gesprochen hätten, wäre das ganze Brett in wenigen Zügen zu Republik geworden Helm gescheit ist kein gewöhnlicher Zwergenname Bist du zufälligerweise mit den Helm gescheits in der Talgstraße verwandt? Er hatte nur ein wenig Konversation treiben und das Eis brechen wollen Aber genauso gut hätte er fluchen können Helm gescheit senkte den Blick Ja, aber für einen Grack, selbst für einen Novizen, ist die ganze Zwergenheit seine Familie Es wäre nicht, nein, es wäre nicht Er unterbrach sich und ein anderer Teil seines Gehirns sprang ein Möchtet ihr Kaffee? Ich hole welchen Mumm öffnete den Mund, um abzulehnen Überlegte es sich dann aber anders Zwerge kochten guten Kaffee Und ein entsprechender Duft kam aus dem Nebenzimmer Außerdem verriet Helm gescheits Nervosität, dass er heute schon ziemlich viel Kaffee getrunken hatte Es konnte nicht schaden, ihm Gelegenheit zu geben, noch mehr davon zu trinken Er wies die Angehörigen seiner Wache immer wieder darauf hin Viele wurden nervös in der Nähe von Polizisten, die ihren Job verstanden Und nervöse Leute verrieten viel Während der Abwesenheit des Zwergs sah sich Mumm noch einmal in dem Raum um Und entdeckte die Worte Der Komtal-Kodex auf dem Rücken eines halb zwischen den Papieren verborgenen Buches Schon wieder das verdammte Tal, diesmal noch seltsamer Sibyl hatte es gekauft, wie der größte Teil der lesenden Bevölkerung von Ankh-Morpork Und ihn zum koeniglichen Kunstmuseum geschleppt, um ihm dort das scheußliche Bild des armen Kerls zu zeigen Ein Gemälde mit Geheimnissen? Ach ja? Und wie konnte ein irrer menschlicher Kuenstler vor hundert Jahren das Geheimnis einer Schlacht kennen, die vor tausenden von Jahren stattgefunden hatte? Zibyl meinte, in dem Buch hieße es, dass der Künstler etwas auf dem Schlachtfeld gefunden hatte Aber irgendein Spuk steckte darin, und Stimmen redeten ihm ein, er wäre ein Huhn Als Helm gescheit die Becher hereinbrachte und nur ein wenig ihres Inhalts auf dem Schreibtisch verschüttete, weil seine Hand zitterte, sagte Mumm Ich muss zu Grak, Schinkenbrecher Tut mir leid, das ist nicht möglich Die Antwort kam mit ruhiger Entschiedenheit, als hätte der Zwerg geübt Aber es flackerte in seinen Augen, und Mumm bemerkte ein recht großes Gitter in der Wand Angua hüstelte leise Na schön, dachte Mumm Niemand hört zu Herr Helm gescheit, sagte er Ich habe Grund zu der Annahme, dass auf dem Boden von Ankh-Morpork ein schweres Verbrechen begangen wurde Er fügte hinzu Unter dem Boden, meine ich Aber jedenfalls in Ankh-Morpork Erneut war es die seltsame Ruhe, die Helm gescheit verriet Ein gehetzter Blick lag in seinen Augen Ich bedauere sehr, das zu hören Wie kann ich helfen, den Fall zu lösen? Okay, dachte Mumm Ich habe ja gesagt, dass ich nicht spiele Indem du mir die Leiche weiter unten zeigst, antwortete er Es bereitete ihm große Genugtuung zu beobachten, wie Helm gescheit in sich zusammensackte Mumm beschloss, den Vorteil auszunutzen Er holte seine Dienstmarke hervor Meine Autorität, Herr Helm gescheit Ich werde diesen Ort durchsuchen Es wäre mir lieber mit deiner Erlaubnis Der Zwerg zitterte Aus Furcht oder Sorge Vermutlich war beides der Grund Du willst in unsere Räumlichkeiten eindringen? Ausgeschlossen Das Zwergengesetz Dies ist Ank Morpork, sagte Mumm Bis ganz nach oben und bis ganz nach unten Von eindringen und dergleichen kann nicht die Rede sein Willst du wirklich behaupten, es stünde mir nicht zu, die Keller zu durchsuchen? Bring mich jetzt zu Grak Schinkenbrecher oder zu wem auch immer, der hier das Sagen hat Sofort Ich weigere mich auf deine Bitte einzugehen Es war keine Bitte Und jetzt erreichen wir unser eigenes kleines Kromtal, dachte Mumm, als er Helm gescheit in die Augen sah Keiner gibt nach Wir glauben beide recht zu haben Aber er irrt sich Eine Bewegung veranlasste ihn, den Blick zu senken Helm gescheits zitternde Hand hatte aus dem verschütteten Kaffee einen Kreis gemalt Und Mumm beobachtete, wie die zitternden Finger des Zwergs dem Kreis zwei Linien hinzufügten Er sah ein Augen voller Zorn und Furcht Und es lag noch etwas anderes in ihnen Ah, Kommandeur Mumm, nicht wahr? Sprach eine Gestalt in der Tür Die Worte hätten von Lord Veterinary stammen können Es war der gleiche Tonfall, der darauf hinwies, dass der Sprecher einen bemerkt hatte Und dass man nur eine kleine, zu erledigende Aufgabe darstellte Aber die Worte stammten vermutlich von einem anderen Zwerg, der eine steife, spitz zulaufende, schwarze Kapuze trug Die ihn auf eine Höhe mit einem durchschnittlichen Menschen brachte Sich überlappende Schuppen aus Leder verhüllten ihn vollkommen Ließen nur einen schmalen Schlitz für die Augen offen Wäre nicht die stille Autorität in der Stimme gewesen Hätte man die Gestalt vor Mumm für eine sehr düstere Silvesterdekoration halten können Und du bist? fragte Mumm Mein Name lautet feurig, Kommandeur Helm gescheit, geh deinen Pflichten nach Das Tagesgesicht huschte fort Und Mumm drehte sich im Sitzen Wischte dabei mit einer Hand das klebrige Symbol auf dem Schreibtisch weg Möchtest du mir ebenfalls helfen? fragte er Wenn ich kann, sagte der Zwerg Bitte folge mir Es wäre besser, wenn der Feldwebel dich nicht begleitet Warum? Aus dem offensichtlichen Grund, sagte feurig Sie ist ganz klar eine Frau Na und? erwiderte Mumm Feldwebel Angua ist definitiv keine Zwergin Du kannst nicht erwarten, dass sich alle an eure Regeln halten Warum nicht? fragte der Zwerg Du erwartest das von allen anderen Aber könnten wir nicht zusammen nur für den Moment Zu meinem Büro gehen und die Dinge dort besprechen? Mach dir keine Sorgen um mich, Herr Sagte Angua Wahrscheinlich ist es besser so Mumm versuchte sich zu entspannen Er wusste, dass er sich langsam in Rage bringen ließ Die stummen Beobachter auf der Straße hatten ihm zugesetzt Und der Blick, den er von Helmgescheid erhalten hatte, erforderte einiges Nachdenken Aber Nein, sagte er Du bist nicht zu diesem kleinen Zugeständnis bereit? Ich mache bereits einige große Zugeständnisse, glaub mir Erwiderte Mumm Die verborgenen Augen unter der spitzen Kapuze starrten ihn einige Sekunden lang an Na schön, sagte Feurig Bitte folgt mir Der Zwerg drehte sich um, öffnete eine Tür und trat in einen kleinen, quadratischen Raum Mit einem Wink forderte er sie auf, sich ihm hinzuzugesellen Und als sie bei ihm waren, zog er einen Hebel Der Raum erzitterte ein wenig und dann glitten die Wände nach oben Dies ist, begann Feurig Ein Lift, sagte Mumm Ja, ich weiß, ich habe sie gesehen, als ich beim niederen König in Überwald gewesen bin Der Name erzählte nicht die gewünschte Wirkung Der niedere König wird hier Nicht respektiert, sagte Feurig Ich habe ihn für das Oberhaupt aller Zwerge gehalten, meinte Mumm Ein weit verbreitetes Missverständnis Ah, wir sind da Wir sind da Es hieß, dass ein Mann mit Spitzhacke selbst heute die Stadt auf dem Kellerniveau durchqueren konnte Indem er unterirdische Mauern durchbrach Vorausgesetzt, er konnte auch Schlamm atmen Was war dieser Ort einst gewesen? Ein Palast? Der Tempel eines inzwischen in Vergessenheit geratenen Gottes? Es war ein großer Ort, dunkel wie Ruß Aber ein Glühen erhellte die wundervoll gewölbte Decke Ein sonderbares Glühen Spezielle Firma, sagte Feurig Aus den tiefen Höhlen in den Bergen um Lamedos Wir haben sie mitgebracht Und hier vermehren sie sich schnell Sie finden euren Schlick recht nahhaft Ich bin sicher, sie leuchten auch mehr Das Glühen bewegte sich Es war nicht sehr hell, ließ Umrisse hervortreten Und es näherte sich dem Lift, strömte über die wundervolle Decke Wärme und Bewegung locken sie an Selbst jetzt, sagte der Zwerg mit der Kapuze Äh, warum? Feurig lachte kurz Für den Fall, dass du stirbst, Kommandeur Sie glauben, dass du eine Ratte oder ein anderes Tier bist Das in diese Höhle gefallen ist Nahrung ist knapp in der Tiefe Und wenn du schließlich stirbst, dann kommen sie herab Sie sind sehr geduldig und lassen nur die Knochen übrig Ich habe nicht vor, hier mein Leben zu beenden, sagte Mumm Oh, natürlich nicht Bitte folgt mir, sagte feurig Und führte Mumm und Angua an einer großen, runden Tür vorbei Auf der anderen Seite des Raums gab es weitere Türen dieser Art Und mehrere leere Tunnelöffnungen Wie weit unten sind wir hier? Nicht sehr weit, etwa zwölf Meter Wir sind gut im Graben In dieser Stadt? Fragte Mumm Warum versuchen wir nicht unter Wasser zu atmen? Sofern man dabei überhaupt von Wasser sprechen kann Wir sind auch sehr gut darin, Wasser fernzuhalten Was uns bei Samuel Mumm leider weniger gut zu gelingen scheint Der Zwerg trat in einen kleineren Raum, an dessen Decke viele Firma glühten Und deutete auf zwei ganz offensichtlich für Zwerge bestimmte Stühle Bitte nehmt Platz Kann ich euch Erfrischungen anbieten? Nein, danke, sagte Mumm Vorsichtig sank er auf einen der beiden Stühle Und stellte fest, dass seine Knie fast bis zum Kinn reichten Feurig setzte sich hinter einen kleinen Schreibtisch aus Steinplatten Und nahm zu Mums Überraschung seine Kopfbedeckung ab Er wirkte recht jung Und sein Barz war gepflegt Wie weit reichen all die Tunnel? Fragte Mumm Ich beabsichtige nicht, dir das zu sagen Erwiderte Feurig ruhig Ihr untergrabt also meine Stadt? Ach, Kommandeur Du bist in den Höhlen von Überwald gewesen Du hast gesehen, wie zu ergebauen Wir sind Könner Befürchte nicht, dass dein Haus einstürzt Aber ihr baut nicht nur Keller Sagte Mumm Ihr habt hier Bergwerke eingerichtet In gewisser Weise Man könnte sagen, dass unsere Bergwerksarbeit löchern gilt Platz, Kommandeur Darum geht es Ja, wir graben nach Löchern Zwar haben wir bei unseren Bohrungen tiefen Sirup gefunden Aber es interessiert dich vielleicht zu erfahren Das könnt ihr nicht machen Können wir nicht Aber wir machen es trotzdem Sagte Feurig gelassen Ihr wühlt unter dem Eigentum anderer Leute? Kaninchenwühlen, Kommandeur Wir graben Und ja, wir graben unter dem Eigentum anderer Leute Wie weit nach unten reicht das Eigentumsrecht? Und wie weit nach oben? Mumm musterte den Zwarg Beruhig dich Dachte er Hiermit wirst du nicht fertig Die Sache ist zu groß für dich Veterinary muss darüber entscheiden Bleib bei dem, was du weißt Bleib bei dem, womit du fertig werden kannst Ich ermittle wegen Berichten über einen Todesfall Sagte er Ja, Jack Schindenbrecher Ein schreckliches Unglück Sagte Feurig mit wütend machender Ruhe Ich habe gehört, dass er einem gemeinen Mord zum Opfer gefallen ist Das wäre eine angemessene Beschreibung Du gibst es also zu? Fragte Mumm Ich nehme an, damit meinst du Gebe ich zu, dass ein Mord geschehen ist, Kommandeur? Ja, es ist ein Mord geschehen Und wir kümmern uns darum Wie? Wir denken an die Ernennung eines Zadkaratka Antwortete Feurig und faltete die Hände Das ist jemand, der schmelzt Jemand, der in der Schlacke der Verwirrung Das reine Erz der Wahrheit findet Ihr denkt daran? Habt ihr den Tatort abgeriegelt? Der Schmelzer könnte eine solche Anweisung erteilen, Kommandeur Aber wir wissen bereits, dass die Tat von einem Treu begangen würde Feurigs Gesicht zeigte eine amüsierte Verachtung, die Mumm gern daraus entfernt hätte Woher wisst ihr das? Gibt es Zeugen? Nicht in dem Sinne Aber neben der Leiche hat man die Keule eines Trolls gefunden Sagte der Zwerg Und weitere Beweise habt ihr nicht? Mumm stand auf Mir reicht's Feldwebel Angua? Herr, meldete sich Angua an seiner Seite Lass uns gehen Wir suchen den Tatort auf, solange es dort noch irgendwelche Spuren gibt In den unteren Bereichen habt ihr nichts verloren Sagte feurig scharf und erhob sich ebenfalls Wie willst du mich aufhalten? Wie willst du durch verschlossene Türen gehen? Wie wollt ihr herausfinden, wer Schinkenbrecher umgebracht hat? Wie ich schon sagte, man hat eine Trollkeule neben ihm gefunden Und das ist alles? Wir haben eine Keule gefunden, also ist der Täter ein Troll? Und das soll jemand glauben? Mit solch einem Unsinn wollt ihr in meiner Stadt einen Krieg beginnen? Denn das passiert, wenn dies herauskommt, glaub mir Versuch es und ich verhafte dich Und willst du damit einen Krieg in deiner Stadt riskieren? Fragte feurig Zwerg und Mensch starrten sich an, während sie nach Luft schnappten An der Decke über ihnen versammelten sich Firma Und labten sich an einem Festmahl aus Speichel und Zorn Warum sollte jemand anderer als ein Troll einen Grak töten? Fragte feurig Gut, du stellst Fragen Mum beugte sich über den Schreibtisch Wenn du wirklich antworten möchtest, schließ die Türen auf Nein, du kannst nicht nach unten Tafelwärts Mum Selbst das Wort Kindermörder hätte nicht giftiger klingen können Mum riss die Augen auf Tafelwart Das war er tatsächlich gewesen In der kleinen Schule vor mehr als 45 Jahren Seine Mutter hatte darauf bestanden Allein die Götter wussten, woher sie den täglichen Cent für dieses Amt genommen hatte Obwohl Lehrerin Windig auch bereit gewesen war, Naturalien zu akzeptieren Zum Beispiel alte Kleidung, Feuerholz und vorzugsweise Gin Zahlen, Buchstaben, Gewichte und Maße Von einem großen Lehrplan konnte kaum die Rede sein Mum hatte die Schule neun Monate lang besucht, bevor die Straßen von ihm verlangten, dass er viel härtere und schärfere Lektionen lernte Aber für eine Weile hatte er die kleinen Schiefertafeln verteilt und die große Tafel gesäubert Ein berauschendes Gefühl der Macht für einen Sechsjährigen Leugnest du es? fragte Feurig Du zerstörst geschriebene Worte Das hast du dem niederen König von Überwald gegenüber zugegeben Es war ein Scherz, erwiderte Mum Ach, du streitest es also tatsächlich ab? Was? Nein Er war von meinen Titeln beeindruckt und diesen habe ich aus Spaß hinzugefügt Leugnest du das Verbrechen? beharrte Feurig Verbrechen? Ich habe die Tafel abgewischt, damit neue Worte darauf geschrieben werden konnten Ist das ein Verbrechen? Ist es dir gleich, wohin du jene Worte geschickt hast? fragte Feurig Wohin ich sie geschickt habe? Sie waren nur Kreidestaub Feurig seufzte und rieb sich die Augen Hast du eine lange Nacht hinter dir? erkundigte sich Mum Kommandeur, ich weiß, dass du jung warst und dir vielleicht nicht klar war, was du getan hast Und du musst jetzt verstehen Für uns hat es den Anschein, dass du stolz auf deine Komplizenschaft beim schrecklichsten Verbrechen aller Verbrechen bist Der Zerstörung von Worten Wie bitte? Wer A wie Apfel wegwischt, begeht ein Kapitalverbrechen? Ein Verbrechen, das für einen wahren Zwerg undenkbar wäre, sagte Feurig Im Ernst? Aber ich genieße das Vertrauen des niederen Königs, hielt ihm Mum entgegen Das habe ich gehört Es gibt sechs ehrenwerte Grax unter uns, Kommandeur Und ihrer Meinung nach sind der niedere König und die seinen vom rechten Flöts abgekommen Er ist... Es folgte ein Satz auf Staccato-Zwergisch, zu schnell, als dass Mum irgendetwas verstehen konnte Dann übersetzte Feurig Wischiwaschi, gefährlich liberal, seicht Er hat es Licht gesehen Feurig musterte ihn aufmerksam Denk nach, forderte sich Mum auf Er hatte den niederen König und seine Getreuen als ziemlich verkrustete Burschen kennengelernt Und diese Leute hielten sie für nachsichtige Liberale Wischiwaschi, wiederholte er Ja, ich fordere dich auf, aus dieser Bemerkung auf die Einstellung derjenigen zu schließen, denen ich tiefer unten diene Ah, dachte Mum Hier ist etwas, ein kleiner Hinweis Freund Feurig ist ein Denker Wenn du sagst, er hat das Licht gesehen Das klingt so, als wolltest du sagen, er ist korrupt Etwas in der Art, ja, bestätigte Feurig Es sind verschiedene Welten, Kommandeur Dort unten wäre es unklug, deinen Metaphern zu vertrauen Das Licht zu sehen Es bedeutet, geblendet zu sein Weißt du nicht, dass sich in der Dunkelheit die Augen weiter öffnen? Bring mich zu den Leuten in der Tiefe, sagte Mum Sie würden dich nicht anhören Sie würden dich nicht einmal ansehen Sie haben nichts mit der oberen Welt zu tun Sie halten sie für eine Art bösen Traum Ich habe es nicht gewagt, ihnen von euren Zeitungen zu erzählen, die jeden Tag gedruckt und wie Abfall weggeworfen werden Der Schock würde sie umbringen Aber Zwerge hatten die Druckmaschine erfunden, dachte Mum Offenbar die falsche Art von Zwergen Ich habe gesehen, wie Grim sie Dinge in den Papierkorb warf Allem Anschein nach gehören fast alle Zwerge zur falschen Art Was genau ist deine Aufgabe, Herr Feurig? Fragte Mum Ich bin der erste Verbindungsmann mit der oberen Welt Gewissermaßen der Verwalter Ich dachte, das wäre Helmgescheits Job Helmgescheit Er bestellt die Lebensmittel, gibt meine Anweisungen weiter und bezahlt die Leute, die die Tunnel graben und so Er kümmert sich um die gewöhnlichen Arbeiten Fügte Feurig abfällig hinzu Er ist ein Novize Und seine Aufgabe besteht darin, das zu tun, was ich ihm sage Ich spreche für die Grax Du sprichst für sie mit den bösen Träumen? Ich schätze, so könnte man es ausdrücken Sie würden nicht zulassen, dass ein stolzer Wortszerstörer zu einem Schmelzer wird Die Vorstellung wäre unerträglich Sie starrten sich gegenseitig an Und erneut enden wir im Komtal Dachte Mum Sie werden Bitte um Erlaubnis einen Vorschlag machen zu dürfen Sagte Angua Zwei Köpfe drehten sich Zwei Münder sagten Ja? Der Schmelzer Die Sucher nach der Wahrheit Muss er ein Zwerg sein? Natürlich Erwiderte Feurig Wie wäre es dann mit Hauptmann Karotte? Er ist ein Zwerg Wir kennen ihn Er ist Eine Anomalie Sagte Feurig Sein Anspruch auf Zwergigkeit ist Diskutabel Aber die meisten Zwerge in der Stadt akzeptieren ihn als Zwerg Sagte Angua Und er ist auch Polizist Feurig lehnte sich zurück Für eure Zwerge hier ist er ein Zwerg Ja Aber für die Grax wäre er inakzeptabel Kein Zwergengesetz verbietet es Zwergen größer als 1,80 zu werden Die Grax sind das Gesetz, Frau Schnappte Feurig Sie legen Gesetze aus, die mehr als 10,000 Jahre alt sind Nun, so alt sind Unsäugesetze nicht Sagte Mumm Aber Mord ist Mord Überall Die Sache ist bekannt geworden Bei den Zwergen und Trollen brodelt es bereits Und dies wird alles zum Kochen bringen Willst du einen Krieg? Mit den Trollen? Das ist Nein Mit der Stadt Ein Ort innerhalb der Mauern, wo das Gesetz nicht gilt Das wird seine Lordschaft nicht hinnehmen Du würdest es nicht wagen Sieh mir in die Augen Sagte Mumm Es gibt hier viel mehr Zwerge als Wächter Sagte Feurig Aber sein amüsierter Gesichtsausdruck war verschwunden Soll das heißen, beim Gesetz kommt es vor allem auf die Zahl an? Fragte Mumm Ich dachte, ihr Zwerge verehrt das Konzept des Gesetzes Ist es nur von der Zahl abhängig? Dann nehme ich mehr Leute in die Wache auf Auch Trolle Sie sind Bürger der Stadt, so wie ich Bist du sicher, dass alle Zwerge auf deiner Seite sind? Ich werde Regimenter bilden Mir bleibt nichts anderes übrig Ich weiß, wie die Dinge in Lamedos und Überwald laufen Aber hier laufen sie anders Ein Gesetz, Herr Feurig Das haben wir hier Und darum geht es Wenn ich zulasse, dass irgendwer es nicht beachtet Könnte ich genauso gut die Wache dicht machen Mumm ging zur Tür Das ist mein Angebot Ich gehe jetzt zum Pseudopolisplatz zurück Warte 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 Feurig starrte auf den Schreibtisch und trommelte mit den Fingern darauf Ich kann dies nicht entscheiden Sagte er Lass mich mit den Grax reden Ich verspreche, keine Worte wegzuwischen Nein Sie werden nicht mit dir sprechen wollen Sie sprechen nicht mit Menschen Sie warten unten Sie haben von einer Ankunft gehört und sind besorgt Sie trauen Menschen nicht Warum? Weil ihr keine Zwerge seid Sagte Feurig Weil ihr eine Art Traum seid Mumm legte dem Zwerg die Hände auf die Schultern Dann lass uns nach unten gehen, wo wir mit den Grax über Albträume sprechen können Sagte er Dann kannst du ihnen zeigen, welcher davon ich bin Eine lange Pause folgte und dann sagte Feurig Na schön, aber nur unter Protest, wie dir klar sein sollte Ich nehme das gern zur Kenntnis, sagte Mumm Danke für deine kooperative Einstellung Feurig stand auf und holte einen Ring mit komplexen Schlüsseln unter seiner Kutte hervor Mumm versuchte, sich den Weg einzuprägen, aber das war sehr schwierig Es gab zahlreiche Kurven und Abzweigungen in den düsteren Tunneln, die alle gleich aussahen Nirgends war Wasser zu sehen Wie weit reichten die Tunnel? Wie weit in die Tiefe? Wie weit in die Ferne? Zwerge gruben sich durch Granit Wahrscheinlich konnten sie durch Flussschlamm schlendern An vielen Orten hatten die Zweige nicht gegraben, sondern Häuser gesäubert, den Schlick entfernt und Tunnel zwischen alten, feuchten Zimmern angelegt Und irgendwie war das Wasser verschwunden Und bei jeder Kurve spürte Mumm, wie sein Zorn zurückkehrte Man führte sie im Kreis, nur um sie zu ärgern Feurig eilte voraus und überließ es Mumm, ihm zu folgen Und dabei gelegentlich mit dem Kopf an die Decke zu stoßen Mumm geriet immer mehr in Wallung Man führte sie an der Nase herum Die Zwerge scherten sich weder um das Gesetz, noch um ihn oder die Welt weiter oben Sie untergraben unsere Stadt und missachten unsere Gesetze, dachte Mumm Ein verdammter Mord ist geschehen Er geht es zu Warum lasse ich mir dieses Affentheater gefallen? Sie kamen an einer weiteren Tunnelöffnung vorbei, aber diesmal verwehrte ein festgenageltes Brett den Zugang Mumm zog sein Schwert und rief Was sich wohl dort drin befindet? Er zerschlug das Brett und lief los, gefolgt von Angua Ist das klug, Herr? fragte sie leise, als sie durch die Dunkelheit eilten Nein, aber ich habe genug von Herrn Feurig, knurrte Mumm Noch ein kurvenreicher Tunnel und ich komme mit einer speziellen Einsatzgruppe hierher zurück und dann wird aufgeräumt Politik oder nicht? Beruhig dich, Herr Alles, was er sagt und tut, läuft auf eine Beleidigung hinaus Ich könnte aus der Haut fahren Mumm ging mit energischen Schritten und schenkte den weiter hinten erklingenden Rufen des Zwergs keine Beachtung Dort ist eine Tür, Herr Ja, ich bin nicht blind, sagte Mumm scharf Nur halb blind Er streckte die Hand aus Die große, runde Tür hatte ein Rad in der Mitte und darauf waren mit Kreide Zwergenrunen gemalt Kannst du sie lesen, Feldwebel? Ähm, Todesgefahr, Überschwemmung, kein Zutritt, sagte Angua Mehr oder weniger, Herr Es sind Drucktüren, ich habe sie in Bergwerken gesehen Und mit einer Kette gesichert, sagte Mumm und streckte die Hand aus Sieht nach massiven Eisen aus Au! Herr Hat mir die Hand an einem Nagel aufgerissen Mumm griff in die Tasche, in der, wie nicht anders zu erwarten, ein sauberes Taschentuch steckte Sibyl sorgte täglich dafür Ein Nagel in einer eisernen Tür, Herr? Fragte Angua und sah genauer hin Dann eben eine Niete Kann in dieser Düsternis kaum was erkennen Warum? Ihr müsst mir folgen Dies ist eine Miene Hier ist es gefährlich Sagte Feurig, als er zu ihnen aufschloss Drohen noch immer Überschwemmungen? Fragte Mumm Das ist nicht auszuschließen Wir wissen, wie man damit fertig wird Bleib in meiner Nähe Dazu wäre ich eher bereit, wenn wir den direkten Weg nehmen Erwiderte Mumm Andernfalls suche ich vielleicht nach Abkürzungen Wir sind fast da, Kommandeur Sagte Feurig und ging wieder los Fast da Ohne Ziel und ohne Hoffnung wanderte der Treu Sein Name lautete Ziegel, obwohl er sich derzeit nicht daran erinnerte Sein Kopf tat weh Er tat sehr weh Natürlich am Schramm es liegen Was sie immer sagen Wenn sinkt man so tief, dass man zusammenbaut Schramm Selbst die Küchenschaben sich bücken müssen, um zu spucken auf einen Gestern Abend Was war geschehen? Welche Teile hatte er gesehen? Welche Teile hatte er getan? Welche Teile in dem pochenden, kochenden Kessel seines Gehirns waren real? Die Teile mit dem riesigen Wollelefanten, die waren vermutlich nicht real Er war ziemlich sicher, dass Es in dieser Stadt nicht geben große Wollelefanten Denn wenn es sie geben, dann er sie bestimmt schon einmal gesehen Ebenso wie große dampfende Dungenhaufen auf der Straße Sowas man wohl kaum übersehen Er hieß Ziegel, weil er in der Stadt geboren war Und da Trolle aus metaphorischem Fels bestehen, übernehmen sie oft die Natur des lokalen Gesteins Seine Haut zeigte ein schmutziges Orange mit einem Netzwerk aus horizontalen und vertikalen Linien Wenn Ziegel dicht vor einer Wand stand, konnte man ihn kaum sehen Aber die meisten Leute sahen ihn ohnehin nicht Er war die Art von Person, deren Existenz allein ein Die Miene mit den Zwergen drin? Sie real gewesen? Man kann losgehen und einen Ort suchen, wo betrachten all die hübschen Bilder Und plötzlich sich wieder finden in Zwergenloch? Das nicht gewesen sein kann real Aber Auf der Straße, es heißen, dass ein Troll gegangen in Zwergenloch Ja, und alle suchten den Troll und Nicht um zu schütteln ihm die Hand Es heißen, dass die Breckzi wollte herausfinden sehr Und es so klingen, als sind sie nicht sehr glücklich Nicht sehr glücklich darüber, dass ein Zwerg, der schlecht gesprochen über die Clans Von einem Troll gebracht worden war, zum Schweigen? Sie blöd waren? Eigentlich ist keine Rolle spielen, ob sie waren blöd oder nicht Denn oft sie stellten Fragen auf Weise, die monatelang nicht heilte Und deshalb er ihnen besser sollte gehen aus dem Weg Andererseits Ein Zwerg einen Troll nicht unterscheiden konnte von anderem Und niemand ihn gesehen hatte Also er sich besser ganz normal verhalten sollte Dann alles gut wurde, alles gut Außerdem nicht er gewesen sein konnte Ziegel Ja, das mein Name ist Wusste es die ganze Zeit über Bemerkte, dass der Beutel noch einen Rest von dem weißen Pulver enthielt Jetzt brauchte er nur noch eine überraschte Taube Und etwas Alkohol zu finden Irgendwelchen Alkohol Dann wäre alles gut Gut, ja Gut Nichts, über das man sich machen müsste, sorgen Ja Als Mumm ins helle Tageslicht trat, atmete er erst einmal tief durch Dann zog er sein Schwert und schnitt eine Grimasse, als die verletzte Hand protestierte Frische Luft, genau das brauchte er Tief unten war ihm schwindelig gewesen Und der winzige Schnitt in seiner Hand schmerzte wie verrückt Vielleicht sollte Igor bitten, sich die Wunde anzusehen In dem Dreck dort unten konnte man sich vermutlich alles holen Ah, schon besser Er fühlte, wie er sich beruhigte Die Luft dort unten hatte sehr sonderbare Empfindungen in ihn geweckt Die Menge war jetzt mehr wie ein Mob Doch beim zweiten Blick sah Mumm, dass es sich mehr um das handelte, was er Rosinenkuchenmob nannte Man braucht nicht viele Leute, um eine besorgte, bange Menge in einen Mob zu verwandeln Ein Ruf hier, ein Stoß dort, ein geworfener Gegenstand Und nach und nach wird jedes zögernde, nervöse Individuum in eine Mehrheit gezogen, die eigentlich gar nicht existiert Die Tretus stand noch immer wie eine Statue und schien den steigenden Lärmpegel gar nicht zu bemerken Aber Ringgießer, verdammt Er diskutierte hitzig mit den Leuten ganz vorn in der Menge Man ließ sich nie auf irgendwelche Diskussionen ein Man ließ sich nie in etwas verwickeln Corporal Ringgießer Donnerte Mumm Zu mir! Der Zwerg drehte sich um, als ein halber Ziegelstein über die Köpfe des Mobs hinweg sauste und ihn am Helm traf Ringgießer fiel wie ein gefällter Baum Der Tretus bewegte sich so schnell, dass er halb durch die Menge war, bevor der Zwerg auf das Kopfsteinpflaster prallte Sein Arm tauchte in das Gedränge und hob eine zappelnde Gestalt hoch Er drehte sich um, stapfte durch die Lücke zurück, die noch keine Zeit gefunden hatte, sich wieder zu schließen Und war neben Mumm noch bevor Ringgießers Helm aufhörte zu rollen Gut gemacht, Pelthebel, sagte Mumm aus dem Mundwinkel Hast du einen Plan für den nächsten Teil? Ich mehr von der taktischen Art bin, Herr Antwortete die Tretus Oh, na schön Bei solchen Gelegenheiten diskutierte man nicht und man wich auch nicht zurück Mumm holte seine Dienstmarke hervor und hob sie Dieser Zwerg ist wegen des Angriffs auf einen Angehörigen der Wache verhaftet, rief er Lasst uns durch, im Namen des Gesetzes Und zu seinem Erstaunen wurde die Menge still Wie viele Kinder, die spüren, dass der Lehrer diesmal sehr, sehr böse ist Vielleicht lag es an den Worten auf der Dienstmarke, dachte Mumm Die konnte man nicht fortwischen In der Stille fiel ein weiterer halber Ziegelstein aus der freien Hand des Zwergs Den die Tretus in sehr festen Gewahrsam genommen hatte Jahre später würde Mumm die Augen schließen und sich noch immer an das Knirschen erinnern Mit dem der Stein auf dem Boden auftraf Angor stand auf, den bewusstlosen Ringgießer in den Armen Er hat eine Gehirnerschütterung, sagte sie Und ich schlage vor, dass du dich umdrehst, Herr, nur für einen Moment Mumm riskierte einen Blick über die Schulter Feurig oder einen ledergehüllter Zwerg, der wie er aussah, stammt im Schatten der Tür Die Aufmerksamkeit der Menge galt ihm Es ist uns erlaubt zu gehen, wandte sich Mumm an Angor und nickte in Richtung der Gestalt Ich glaube, es kommt nur aufs Gehen an, Herr Das hast du genau richtig erkannt, Feldwebel Der Tretus, halt den kleinen Mistkerl fest Alle zurück zur Wache Die Menge teilte sich, um sie passieren zu lassen, und es erklang nicht mal ein Murmeln Die Stille folgte ihnen den ganzen Weg zurück zum Wachhaus Wo Otto Schriek von der Times auf der Straße stand, den Ikonografen bereit Oh nein, kommt nicht in Frage, Otto, sagte Mumm, als sich seine Gruppe näherte Ich stehe auf einer öffentlichen Straße, Herr Mumm, erwiderte Otto sanft Bitte recht freundlich Und er machte ein Bild von einem Treupolizisten, der einen Zwerg in die Luft hielt Damit wäre die Titelseite klar, dachte Mumm Und wahrscheinlich auch die verdammte Karikatur Ein Zwerg in der Zelle, ein weiterer in der liebevollen Obhut von Igor, dachte Mumm, als er die Treppe zu seinem Büro hochstapfte Und bestimmt wird es noch schlimmer Die Zwerge haben feurig gehorcht Zu was wären sie bereit gewesen, wenn dieser Zwerg den Kopf geschüttelt hätte? Er landete so schwer auf seinem Stuhl, dass er 30 Zentimeter zurückrollte Mumm war schon früher Tiefenern begegnet Sie waren seltsam Aber er hatte sich mit ihnen einigen können Der niedere König zählte zu den Tiefenern Und Mumm war gut mit ihnen zurechtgekommen Nachdem er in dem Märchenzwerg mit Schneevater Bart Einen scharfsinnigen Politiker erkannt hatte Er war ein Zwerg mit einer Vision Er beschäftigte sich mit der Welt Ha! Er hatte das Licht gesehen Aber die Zwerge in der neuen Mine Er hatte sie nicht sehen können Obwohl sie in einem Zimmer saßen, das von hundert Kerzen erhellt war Das war seltsam Denn die Grax blieben vollkommen in ihr spitzes, schwarzes Leder gehüllt Vielleicht handelte es sich um eine mystische Zeremonie Und wer würde da nach einem Sinn suchen? Vielleicht bekam man im Licht eine heiligere Dunkelheit oder so Je heller das Licht, desto dunkler der Schatten Feurig hatte eine Sprache benutzt, die wie zwergisch klang Und aus den dunklen Kapuzen waren Antworten und Fragen gekommen Alle mit den gleichen kurzen, scharfen Silben gebellt Einmal wurde Mumm gebeten, den Inhalt seiner Bemerkung wiederzugeben, die er oben gemacht hatte An einem Ort, der weit entfernt zu sein schien Das hatte er getan Und es folgte eine lange Diskussion über seine Vorstellung von einem tiefen Zwerg Die ganze Zeit über spürte er die Blicke von Augen, die er nicht sah Und die ihn aufmerksam beobachteten Es half nicht unbedingt, dass es in seinem Kopf hämmerte und ein stechender Schmerz im Arm auf- und abwanderte Und das war's Hatten sie ihn verstanden? Er wusste es nicht Feurig hatte gesagt, dass sie mit großem Widerstreben einwilligten Stimmte das? Mumm hatte nicht den geringsten Hinweis darauf, worüber wirklich gesprochen worden war Würde Karotte Zugang zu einem unveränderten und nicht manipulierten Tatort bekommen? Mumm brummte Ha! Was glaubt ihr, Mädchen und Jungs? Er zwickte sich in die Nase und starrte dann auf seine rechte Hand Igor hatte ausführlich von »kleinen, unfichtbaren, beifenden Geschöpfen« gesprochen Und seltsame Salben aufgetragen, die vermutlich alles töteten, ganz gleich wie groß und sichtbar Fünf Minuten lang hatte es wie der Teufel gebrannt Aber dann war das Brennen verschwunden und hatte den Schmerz mitgenommen Wie auch immer Wichtig war nur, dass die Wache jetzt offiziell in dem Mordfall ermittelte Mums Blick fiel auf das oberste Blatt in seinem Eingangskorb Mumm hatte drei Körbe Eingang, Ausgang und Schütteln In den letzten kam alles, mit dem er sich nicht befassen konnte, weil er zu beschäftigt, ärgerlich, müde oder verwundert war Er stöhnte, als er danach griff An seine Gnaden, Sir Samuel Mumm, Kommandeur der Wache Von Herrn A.I.Pessimal, Inspektor der Wache Euer Gnaden Ich hoffe, du hast nichts dagegen, mir so bald wie möglich folgende Fragen zu beantworten Erstens Welchen Zweck erfüllt Corporal Nobby Nobs? Warum hast du einen bekannten Dieb in deinen Diensten? Zweitens Ich habe bei zwei Polizisten auf dem breiten Weg die Zeit gemessen und festgestellt, dass sie im Laufe von einer Stunde keine Verhaftung vorgenommen haben Warum war dies eine rentable Nutzung ihrer Zeit? Drittens Das Ausmaß der von Trollpolizisten gegen Troll gefangene angewendeten Gewalt erscheint mir exzessiv Könntest du mir die Gründe dafür erläutern? Und so weiter Mumm las mit offenem Mund Na gut, der Mann war kein Polizist, ganz sicher nicht Aber er hatte doch sicher ein voll funktionsfähiges Gehirn Meine Güte, er war auf den monatlichen Fehlbetrag in der Portokasse gestoßen Konnte A.E.Pessimal Mumms Erklärung verstehen, dass Nobby Nobs Dienste im Laufe der Jahre den gelegentlichen kleinen Griff in die Kasse ausglichen, den man schließlich als ein unbedeutendes Ärgernis hinnahm? Wäre der Versuch einer solchen Erklärung eine rentable Nutzung meiner Zeit? Dachte Mumm Ich glaube nicht Als er das Blatt Papier in den Korb zurücklegte, entdeckte er darunter ein anderes mit Grinsys Handschrift Er nahm es und begann zu lesen Zwei Zwerge und ein Troll hatten an diesem Morgen ihre Dienstmarken zurückgegeben Angeblich aus familiären Gründen Mist Damit hatte die Wache in dieser Woche schon sieben Polizisten verloren Das verdammte Komtal Es kam überall hin Bei den Göttern Es machte bestimmt keinen Spaß, ein Troll zu sein Anderen Trollen gegenüberzustehen und einen Zwerg wie den verstorbenen Schinkenbrecher zu schützen Vermutlich war es nicht viel lustiger, ein Zwerg zu sein und zu hören, dass der Bruder von einer Trollbande zusammengeschlagen worden war Wegen der Dinge, die dieser Idiot gesagt hatte Manche Leute würden fragen, auf welcher Seite stehst du? Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns Ha! Wenn du kein Apfel bist, bist du eine Banane Karotte kam leise herein und stellte einen Teller auf den Schreibtisch Angua hat mir alles erzählt, Herr, sagte er Bravo, Herr Was meinst du mit Bravo? Erwiderte Mum und blickte auf sein gesundes Mittags-Sandwich Ich hätte fast einen Krieg begonnen Ja, aber sie wussten nicht, dass du geblufft hast Vermutlich habe ich das gar nicht Mum hob vorsichtig den oberen Teil des Schinkensalat- und Tomatensandwiches und lächelte innerlich Gute älte Grinzi Sie wusste genau, was ein Mum-SST auszeichnete Man musste ziemlich viel knusprigen Schinken heben, bevor man das auf der Lauer liegende Gemüse fand Am besten, man bemerkte es überhaupt nicht Ich möchte, dass du Angua mit nach unten nimmst, sagte er Und ... Ja, obergefreite Humpeting, unsere kleine Sally Genau der richtige Job für eine Vampirin, die genau zur richtigen Zeit zu uns gekommen ist Mal sehen, wie gut sie ist Nur diese beiden, Herr? Ähm, ja, sie können beide gut im Dunkeln sehen Mum blickte auf das Sandwich hinab und murmelte Wir können kein künstliches Licht nach unten mitnehmen Wortfallermittlungen im Dunkeln, Herr? Mir blieb keine Wahl, stieß Mum hervor Ich erkenne einen Knackpunkt, wenn ich ihn sehe Kein künstliches Licht Wenn sie dumme Dussel spielen wollen, bin ich dabei Du weißt über Minenbescheid und die beiden Damen haben ausgezeichnetes Nachtsehvermögen Das gilt zumindest für die Vampiren Und Angua kann praktisch mit der Nase sehen Das wär's Gib dir alle Mühe Es wimmelt dort unten von komischen Glühwürmern Sie sollten eine Hilfe sein Sie haben Firma? Fragte Karotte Da kenne ich den einen oder anderen Trick, Herr Gut Die Tiefener behaupten, ein großer Troll habe den Mord begangen und sei dann weggelaufen Mach daraus, was du willst Es könnte Proteste wegen Sally geben, Herr, sagte Karotte Warum? Erkennen die Zwerge dort unten, dass sie Vampiren ist? Nein, Herr, das glaube ich nicht, dann weise sie nicht darauf hin, sagte Mum Du bist der, ähm, Schmelzer Es liegt bei dir, welche, äh, Werkzeuge du benutzt Hast du das hier gesehen? Er winkte mit dem Bericht über die drei Wächter, die er nicht als Deserteure zu sehen versuchte Ja, Herr, darüber wollte ich mit dir reden Vielleicht nützt es etwas, wenn wir die Streifen ein wenig verändern, sagte Karotte Wie meinst du das? Äh, es wäre nicht weiter schwer, die Dienstpläne so zu ändern, dass Trolle und Zwerge nicht zusammen auf Streife gehen müssen, Herr Äh, einige der Jungs meinen, es wäre ihnen lieber, wenn... Karotte ließ den Satz in einem steinernen Blick sterben Bei der Aufstellung des Dienstplans haben wir noch nie auf die Spezies der Wächter geachtet, Hauptmann, sagte Mum kühl Natürlich abgesehen von den Gnomen Dann gibt es also einen Präzedenzfeil, begann Karotte Sei nicht dumm! Ein typisches Gnomzimmer ist ungefähr doppelt so groß wie ein Schuhkarton, Hauptmann Diese Idee ist Blödsinn Noch dazu gefährlicher Blödsinn Wir müssten Trolle mit Trollen auf Streife schicken, Zwerge mit Zergen, Menschen mit Menschen Nicht unbedingt, Herr Menschen könnten mit Trollen und Zwergen auf Streife gehen Mum zog seinen Stuhl nach vorn Nein, das könnten sie nicht Es geht hier nicht um gesunden Menschenverstand, sondern um Furcht Wenn ein Troll, einen Zwerg und einen Menschen gemeinsam auf Streife sieht, denkt er Da ist der Gegner, zwei gegen einen Siehst du denn nicht, wohin das führt? Wenn ein Polizist in der Klemme ist und Hilfe herbeipfeift, möchte ich nicht, dass er bei ihrem Eintreffen verlangt, dass sie die richtige Gestalt hat Er beruhigte sich ein wenig, öffnete sein Notizbuch und warf es auf den Schreibtisch Weißt du, was das hier bedeutet? Ich habe das Zeichen in der Mine entdeckt und ein Zwerg namens Helmgescheit malte es in verschütteten Kaffee Und ich glaube, er hat es gar nicht richtig bemerkt Karotte nahm das Notizbuch und betrachtete das Zeichen Ein Minensymbol, Herr, sagte er Es bedeutet die folgende Dunkelheit Und was bedeutet das? Dass die Dinge dort unten ziemlich übel beschaffen sind, Herr, erwiderte Karotte ernst Meine Güte! Er ließ das Notizbuch langsam sinken, als befürchtete er, es könnte explodieren Es ist ein Mordgeschehen, Hauptmann, betonte Mumm Ja, Herr, aber dies könnte etwas Schlimmeres bedeuten, Herr Minenzeichen sind ein sehr seltsames Phänomen Ein solches Zeichen prangte auch über der Tür, aber mit nur einer Linie und die war horizontal, fügte Mumm hinzu Oh, das ist die Rune des langen Dunkels, Herr, sagte Karotte und winkte ab Nur ein Symbol für eine Miene, nichts, um das man sich Sorgen machen müsste Im Gegensatz zu dieser anderen Rune? Hat das Zeichen etwas mit Grax zu tun, die in einem Zimmer sitzen, umgeben von brennenden Kerzen? Es war immer schön, Karotte zu überraschen, und diesmal wirkte er verblüfft Wie hast du das herausgefunden, Herr? Es sind nur Worte, Hauptmann, sagte Mumm, hob die Hand und ließ sie wieder sinken Die folgende Dunkelheit klingt nicht sehr gut Eine Zeit, in der man besser im Licht bleiben sollte? Als ich den Grax begegnete, saßen sie von Kerzen umgeben Ich hielt es für eine Art Zeremonie Könnte sein, pflichtete ihm Karotte vorsichtig bei Danke für den Hinweis, Herr Ich mache mich vorbereitet auf den Weg Als Karotte die Tür erreichte, fügte Mumm hinzu Noch eine Sache, Hauptmann Ja, Herr? Mumm sah nicht vom Sandwich auf, während er das Tee und das eine S von dem anderen knusprigen S trennte Denk daran, dass du Polizist bist, sagte er Sally wusste, dass sich etwas anbahnte, als sie mit ihrem glänzenden neuen Brustharnisch und dem Suppenschüsselhelm den Umkleideraum betrat Polizisten verschiedener Spezies standen herum und versuchten, gleichgültig zu wirken Das gelingt Polizisten nie sehr gut Sie beobachteten, wie Sally zu ihrem Spind ging Deshalb öffnete sie die Tür mit gebührender Vorsicht Das Fach war voller Knoblauch Ah, es geht los Und schon so bald? Gut, dass sie vorbereitet war Hier und dort hörte Sally hinter sich das leise Hüsteln und Räuspern von Leuten, die nicht zu lachen versuchten Und es wurde auch gegrinst Grinsen verursacht ein subtiles Geräusch, wenn man danach lauscht Sally griff mit beiden Händen in den Spind und holte zwei dicke Knollen hervor Alle Polizisten beobachteten sie, als sie langsam durch den Raum schritt Von einem jungen Obergefreiten ging ein starker Knoblauchgeruch aus und sein breites Grinsen nahm etwas Nervöses an, als Sally sich ihm näherte Er wirkte wie ein Narr, der für einen Lacher zu allem bereit war Entschuldige bitte, Obergefreiter, wie heißt du? Fragte Sally sanft Ähm, Fickli, Fräulein Hast du das hier in meinen Spind gelegt? Fragte Sally und ließ dabei ihre Eckzähne sehen Ähm, nur ein Zerz, Fräulein Da ist nichts Komisches dran Sagte Sally zuckersüß Ich mag Knoblauch Ich liebe Knoblauch Du auch? Äh, ja Erwiderte der unglückliche Fittli Gut Sagte Sally So schnell, dass er zusammenzuckte, steckte sie sich eine Knolle in den Mund und biss ordentlich zu Das Knirschen war das einzige Geräusch im Raum Und dann schluckte sie Oh, entschuldige, meine schlechten Manieren, Obergefreiter Sagte sie und streckte die Hand mit der anderen Knolle aus Die ist für dich Die übrigen Wächter lachten Polizisten sind wie alle anderen Das Blatt hatte sich gewendet und sah lustiger aus Ein kleiner Scherz, ein bisschen Spaß, nichts Schlimmes passiert Na los, Fittli Sagte jemand Es ist nur gerecht Sie hat ihre Knolle gegessen Und wie immer bei solchen Gelegenheiten begann jemand zu klatschen und zu rufen Is, is Andere stimmten mit ein Ermutigt von der Tatsache, dass Fittli rot angelaufen war Is, 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 is Fittli begriff, dass ihm nichts anderes übrig blieb Er nahm die Knolle, schob sie sich in den Mund und biss zu, von Beifallsrufen begleitet Einen Moment später sah Sally, wie er die Augen aufriss Obergefreite Humpeding Sie drehte sich um Ein junger Mann mit göttlichen Proportionen stand in der Tür Womit die bessere Klasse der Götter gemeint ist, natürlich nicht die mit den Tentakeln Im Gegensatz zu den Rüstungen der anderen Wächter funkelte sein Brust harnisch und zeigte überhaupt keinen Rost Ist alles in Ordnung? Der Mann blickte zu Fittli, der auf die Knie gesunken war und Knoblauch durchs Zimmer hustete Aber irgendwie schien er ihn nicht zu sehen Äh, ja? Erwiderte Sally verwundert, als Fittli sich zu übergeben begann Wir sind uns bereits begegnet Alle nennen mich Hauptmann Karotte Bitte komm mit Draußen im Hauptbüro blieb Karotte stehen und drehte sich um Na schön, Obergefreite Du hattest eine Knolle vorbereitet, nicht wahr? Mach nicht so ein Gesicht Heute steht ein Gemüsekarren auf dem Platz, es ist nicht schwer zu erraten Äh, Feldwebel Angua hat mich gewarnt Und? Und so habe ich eine Knolle aus Rettich geschnitten, Herr Und diejenige, die du Fittli gegeben hast? Oh, die bestand ebenfalls aus Rettich, ja Ich versuche Knoblauch zu meiden, Herr, sagte Sally Bei den Göttern, dieser Mann war wirklich attraktiv Tatsächlich, fragte Karotte Nur Rettich? Er scheint ziemlich übel darauf reagiert zu haben Ich habe einige frische Chilisamen hineingetan, Herr, fügte Sally hinzu Etwa dreißig, denke ich Ach, und warum hast du das getan? Oh, du, du weißt schon, Herr, sagte Sally und gab sich unschuldig Ein kleiner Scherz, ein bisschen Spaß, nichts Schlimmes passiert Der Hauptmann schien darüber nachzudenken Na schön, wir lassen es dabei bewenden, sagte er Und nun, Obergefreite Hast du jemals eine Leiche gesehen? Sally wartete, um festzustellen, ob er es ernst meinte Das schien der Fall zu sein Genau genommen, nein, Herr, antwortete sie Mum ärgerte sich durch den Nachmittag Es gab natürlich Schreibarbeiten Die gab es immer Die Körbe waren nur der Anfang Große Stapel hatten sich anklagend an der einen Wand gebildet Und gingen allmählich ineinander über Mum hatte sich zu einer Politik des ordentlichen Schreibtisches durchgerungen Sich aber noch nicht an die des ordentlichen Bodens gewöhnt Mum wusste, dass diese Dinge seine Aufmerksamkeit erforderten Haftbefehle, Prozesslisten, Anweisungen der Wache, Unterschriften Sie machten die Wache zu einer Polizeitruppe Anstatt zu einer Gruppe rauer Burschen, die gern herumschnüffelten Schreibarbeiten Es musste viel davon geben und alles brauchte seine Unterschrift Er unterschrieb das Arrestbuch, das Ereignisbuch, selbst das Buch der verlorenen Gegenstände Das Buch der verlorenen Gegenstände Damals hatten sie so etwas nicht gehabt Wenn jemand kam und meinte, er hätte einen kleinen Gegenstand verloren Brauchte man nur Nobby Nobs mit dem Kopf nach unten zu halten Und die Dinge zu inspizieren, die ihm aus den Taschen fielen Heute waren Mum zwei Drittel der Polizisten, aus denen die Wache bestand, unbekannt Mit anderen Worten, er kannte sie nicht gut genug, um zu wissen, bis zu welchem Punkt sie stehen blieben Und wann sie wegliefen Er kannte nicht ihre kleinen Zeichen, die ihm verrieten, ob sie logen oder kurz davor waren, sich vor Angst in die Hose zu machen Eigentlich war es nicht mehr seine Wache, es war die Stadtwache Er leitete sie nur Er ging die Berichte des Revierwachtmeisters durch, die des Wachoffiziers, die Krankenlisten, die Disziplinarmeldungen, die Kassenberichte Mum klatschte das Stachelbeermodell auf den Schreibtisch und griff nach dem kleinen Leib Zwergenbrot, den er während der letzten Jahre als Briefbeschwerer benutzt hatte Fällt dich aus oder stirb, knurrte er Wie ich sehe, bist du ein wenig verärgert, sagte der Kobold und blickte zu dem drohenden Zwergenbrotleib auf Aber darf ich dich bitten, die Dinge auch einmal aus meiner Perspektive zu sehen? Dies ist mein Job, dies ist, was ich bin Ich bin, deshalb denke ich Und ich denke, wir kämen wunderbar miteinander aus, wenn du das Handbuch Ah, bitte nicht, ich kann dir wirklich helfen Mum zögerte das Zwergenbrot zum fatalen Hieb bereit, dann legte er es beiseite Wie? fragte er Du hast falsch addiert, sagte der Kobold Manchmal vergisst du die Zehner zu übertragen Und woher willst du das wissen? fragte Mum Du brummst vor dich hin, antwortete der Kobold Du belauscht mich? Es ist mein Job, ich kann meine Ohren nicht ausschalten, ich muss zuhören, so erfahre ich von den Terminen Mum nahm den Kassenbericht und blickte auf die schiefen Zahlenkolonnen Er war stolz auf das, was er seit seiner Kindheit Rechnen nannte Ja, er wusste, dass er sich ein wenig abmühte, aber er schaffte es schließlich Glaubst du es besser machen zu können? fragte er Lass mich raus und gib mir einen Stift, sagte der Kobold Mum zuckte mit den Schultern, es war ohnehin ein seltsamer Tag gewesen Er öffnete die kleine Käfigtür Der Kobold war lindgrün und durchsichtig Ein Geschöpf aus nur etwas mehr als farbiger Luft Aber er konnte den Stiftstummel entgegennehmen Dann eilte er an den Zahlenkolonnen im Kassenbuch auf und ab Wobei er vor sich hin brummte, wie Mum zufrieden feststellte Es gibt einen Fehlbetrag von drei Dollar und fünf Cent Berichtete der Kobold einige Sekunden später Dann ist ja alles in Ordnung, sagte Mum Aber es fehlt Geld! Ja, stimmt, sagte Mum Nobby Nobbs hat es gestohlen, er steckt immer dahinter Aber er stiehlt nie mehr als vier Dollar fünfzig Soll ich einen Termin für ein Disziplinargespräch festlegen? fragte der Kobold hoffnungsvoll Natürlich nicht Ich unterschreibe den Kassenbericht jetzt Äh, danke Kannst du auch die anderen Listen addieren? Der Kobold strahlte Und ab! Mum überließ ihn seinem glücklichen Geschreibsel und ging zum Fenster Sie akzeptieren unsere Gesetze nicht und graben Tunnel unter der Stadt Es sind nicht nur einige Tiefener, die bewirken wollen, dass die anderen Zwerge auf dem rechten Weg bleiben Wie weit reichen die Tunnel? Zwerge graben wie verrückt? Aber warum hier? Wonach suchen sie? Eins steht fest Es gibt keinen verborgenen Schatz unter der Stadt Keinen schlafenden Drachen und kein geheimes Königreich Es gibt dort nur Wasser und Schlamm und Dunkelheit Wie weit reichen die Tunnel? Wie viele? Moment mal Das lässt sich doch feststellen In der Wache von heute gibt es reichlich Zahlen Kobold? Fragte er und drehte sich um Ja, hier Namen einfügen Siehst du den großen Stapel Papier dort in der Ecke? Mum deutete in die entsprechende Richtung Irgendwo dort drin stecken die Torwächterberichte der vergangenen sechs Monate Kannst du sie mit denen der letzten Woche vergleichen? Kannst du die Anzahl der Stinkekarren, die die Stadt verlassen, miteinander vergleichen? Habe den Ausdruck Stinkekarren nicht im Stammwörterbuch gefunden Sagte der Kobold Suche im Slangwörterbuch Miep, 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 miep Stinkekarren M. Karren für den Transport von Abtrittsdünger Siehe auch Honigwagen, Sirupwagen, Mitternachtsspezial, Gongwagen Stimmt, sagte Mum, der Mitternachtsspezial zum ersten Mal hörte Kannst du? Oh ja, sagte der Kobold Danke für die Benutzung des Disorganizers Modell 5 Stachelbeere des modernsten Ja, schon gut Sieh dir die Zahlen des mitwärtigen Tors an Das ist der Sirupstraße am nächsten Ich schlage vor, dass du ein wenig zurücktrittst, hier Namen anfügen Sagte der Kobold Warum? Der Kobold sprang in den Stapel Es raschelte, zwei Mäuse flohen und der Stapel explodierte Mum wich hastig zurück, als Papiere in die Luft flogen, getragen von einer sehr blassgrünen Wolke Mum hatte solche Aufzeichnungen nicht aus großem Interesse an den Resultaten eingeführt, sondern um die Jungs auf Trab zu halten Die Sicherheit spielte dabei keine Rolle Ank Morpock war so offen, dass man von einer klaffenden Stadt sprechen konnte Die Karren zu zählen diente praktischen Zwecken Es bewahrte die Wächter davor, auf ihren Posten einzuschlafen Und es gab ihnen einen Grund, neugierig zu sein Man musste das Zeug wegschaffen Darum ging's Dies war eine Stadt Wenn man weit vom Fluss entfernt war, kamen nur Karren in Frage Verdammt, dachte Mum, ich hätte dem Kobold auch auftragen sollen, nach gestiegenen Stein- und Holztransporten Ausschau zu halten Wenn man ein Loch in Schlamm gegraben hat, muss man es offen halten Die fliegenden Papiere formten sich wieder zu Stapeln Der grüne Dunst schrumpfte mit einem Geräusch, das wie ZZIPP klang Und dort stand der kleine Kobold dazu bereit, vor Stolz zu platzen Während der vergangenen sechs Monate gab es pro Nacht 1,1 zusätzliche Stinkekarren Verkündete er Danke, hier Namen einfügen Kugitu Agosum, hier Namen einfügen Ich bin, also summiere ich Ja, gut, danke, erwiderte Mum Etwas mehr als ein Karren pro Nacht? Sie transportierten jeweils etwa zwei Tonnen Nicht besonders viel Vielleicht waren die Leute, die in der Nähe des Tors wohnten, in letzter Zeit sehr krank gewesen Aber was hätte er getan, wenn er in der Lage der Zwerge gewesen wäre? Er hätte den Kram durchs nächste Tor geschickt Bei den Göttern Wenn sie an genug Stellen Tunnel gruben, konnten sie ihnen überall loswerden Kobold, könntest du Mum zögerte Hast du nicht eine Art Namen? Einen Namen hier Namen einfügen? Erwiderte der Kobold verwirrt Oh nein, ich werde zu Dutzenden geschaffen hier Namen einfügen Mein Name wäre eigentlich ein bisschen dumm Dann nenne ich dich Stachelbeere Nun, Stachelbeere, kannst du mir die gleichen Zahlen für jedes Tor der Stadt nennen? Und auch die Zahlen der Steinen und Holzwagen? Das wird ein wenig dauern hier Namen einfügen, aber ich kann es Und ich freue mich darauf Und wenn du schon einmal dabei bist Achte auf Berichte über Absenkungen, einstürzende Mauern, Risse in Häusern, alles in der Art Gewiss hier Namen einfügen Du kannst dich auf mich verlassen hier Namen einfügen Also los Ja, hier Namen anfügen Danke, hier Namen anfügen Außerhalb des Kastens kann ich viel besser denken, hier Namen anfügen Zzzzzzp Papier begann zu fliegen Wer hätte das gedacht? Dachte Mum Vielleicht konnte das verdammte Ding doch nützlich sein Das Sprechrohr pfiff Er löste es vom Haken und sagte Mum Ich habe die Abendausgabe der Times, Herr Er tönte die ferne Stimme von Feldhebel Kleinpo Sie klang sorgenvoll Gut, ähm, schick sie hoch Und hier sind zwei Personen, die dich sprechen möchten, Herr Bei diesen Worten klang Grinsys Stimme zurückhaltend Und, äh, können sie dich hören? Fragte Mum Ja, Herr Trolle, sie bestehen darauf, mit dir persönlich zu sprechen Angeblich haben sie eine Nachricht für dich Sehen sie nach Ärger aus? Mit ihrem Zoll, Herr Ich komme nach unten Mum hängte das Sprechrohr wieder an den Haken Trolle mit einer Botschaft Vermutlich waren sie nicht gekommen, um ihn zu einem literarischen Mittagessen einzuladen Äh, Stachelbeere? Fragte er Aus den blassgrünen Schwaden wurde wieder ein strahlender Kobold Ich habe die Zahlen gefunden, ihr Namen einfügen Ich arbeite nur noch an ihnen Sagte er und salutierte Gut, aber kehr jetzt in den Kasten zurück Wir gehen aus Gewiss, ihr Namen einfügen Danke dafür, dass du den... Mum schob den Kasten in die Tasche und ging nach unten Im Hauptbüro stammt nicht nur der Schreibtisch des Wachoffiziers, sondern auch ein halbes Dutzend kleinere, an denen Wächter saßen, die sich um den wirklich schwierigen Teil der Polizeiarbeiten kümmerten Zum Beispiel die richtige Interpunktion eines Satzes Vom Hauptbüro aus ließen sich zahlreiche Zimmer und Flure erreichen Was bedeutete? Wenn dort etwas passierte, erhielt es schnell viel Aufmerksamkeit Wenn die beiden in der Mitte des Raums deutlich sichtbaren Trolle Ärger machen wollten, so hatten sie einen schlechten Zeitpunkt dafür gewählt Gerade fand der Schichtwechsel statt Sie versuchten zu stolzieren, ohne sich von der Stelle zu rühren Beobachtet von sieben oder acht Wächtern verschiedener Spezies Sie hatten es selbst so gewollt Sie waren böse Trolle Jedenfalls sollten das alle glauben Aber sie machten es falsch Mum hatte böse Trolle gesehen Aber diese kamen nicht annähernd an jene heran Sie hatten es versucht Ja, das hatten sie Sie trugen Flechten auf Kopf und Schultern Clan Graffiti schmückten die Körper Einer von ihnen hatte sich für den coolen Look sogar etwas in den Arm gemeißelt Was sicher sehr schmerzhaft gewesen war Der traditionelle Gürtel aus Zwergen oder Menschenschädeln Hätte dazu geführt, dass die Füße des Trägers Furchen im Boden bis zum nächsten Kittchen hinterlassen hätten Affenschädel wären ebenfalls riskant gewesen Und hätten Zwerge ohne Kenntnisse in forensischer Anthropologie zum Angriff herausgefordert Diese Trolle Mum lächelte Die Jungs hatten das Beste mit Lieber Himmel Schaf- und Ziegenschädeln versucht Wirklich sehr eindrucksvoll und erschreckend Es war deprimierend Die alten bösen Trolle hielten sich nicht mit solchen Dingen auf Sie schlugen einem einfach mit dem eigenen Arm auf den Kopf So lange, bis man die Botschaft verstanden hatte Meine Herren, sagte er Ich bin Mumm Die Trolle sahen sich durch den Flechtenvorhang an und einer von ihnen verlor Herr Chrysopras, er dich sprechen will Sagte er mürrisch Tatsächlich, erwiderte Mumm Er dich sprechen will sofort, sagte der Troll Nun, er weiß, wo ich wohne, entgegnete Mumm Ja, er das Wissen Diese Worte knallten wie Blei in die Stille Es lag an der Art und Weise, wie der Troll sie aussprach Eine selbstmörderische Art und Weise Das Geräusch vorgeschobener Riegel brach die Stille Gefolgt von einem Klicken Die Trolle drehten sich um Feldwebel Detritus nahm den Schlüssel aus dem Schloss In der großen, dicken Doppeltür des Wachhauses Dann drehte er sich um Und seine schweren Hände landeten auf den Schultern der Trolle Er seufzte Jungs, sagte er Wenn es gäbe einen Doktor in Dummheit Wird ihr nicht imstande zu finden einen Stift Der Troll, von dem die nicht sehr verschleierte Drohung stammte Machte einen zweiten Fehler Vielleicht war es entsetzend, dass seine Arme bewegte Oder dämlicher Machismo Niemand mit einer funktionierenden Gehirnzelle Hätte diesen Moment gewählt, um die Arme in das zu bringen Was bei Trollen die Angriffsposition war Die Detritus-Faust bewegte sich schemenhaft Und das Donnern, mit dem sie den Kopf des Trolls traf Ließ die Möbel im Zimmer klappern Mum öffnete den Mund Und schloss ihn wieder Trollisch war eine sehr physische Sprache Und man musste die kulturellen Traditionen respektieren Sie waren schließlich nicht nur Zorgen erlaubt Außerdem konnte man den Kopf eines Trolls nicht einmal mit Hammer und Meißel öffnen Und er hat deine Familie bedroht Fügte eine Stimme in Mum hinzu Er hat es herausgefordert Kurzer Schmerz ging von der Wunde in seiner Hand aus Und es folgte ein Stechen hinter seiner Stirn Mum fluchte lautlos Igor hatte gesagt, seine Salbe würde helfen Der geschlagene Troll schwankte ein oder zwei Sekunden lang Und kippte dann Die Detritus näherte sich Mum und gab dem Liegenden dabei einen Tritt Tut mir leid, Herr Sagte er und seine Hand knallte an den Helm, als er salutierte Sie keine Manieren haben? Na schön, es reicht Mum wandte sich an den anderen Troll, der sich plötzlich sehr allein fühlte Warum möchte mich Chrysopras sprechen? Dass er den Gebrüdern dämlich wohl kaum gesagt, oder? grollte Detritus und grinste grässlich Der einsame Troll stolzierte nicht mehr Ich nur wissen vom Todes Horuck Murmelte der Bote und suchte Zuflucht bei Verdrießlichkeit Als sie das letzte Wort hörten, kniffen alle zuhörenden Zwerge die Augen zusammen Es war ein sehr schlimmes Wort Oh Mann, oh Mann, oh Detritus zögerte Mann Flüsterte ihm Mum aus dem Mundwinkel zu Mann Sagte Detritus triumphierend Du heute viele Freunde gewinnen Wo soll das Treffen stattfinden? Fragte Mum Im Zukunftsschweinlager Sagte der Troll Du allein kommen Er zögerte, schien sich seiner Situation bewusst zu werden und fügte hinzu Wenn du nichts hast dagegen Geh und sag deinem Boss, dass ich vielleicht dorthin komme Sagte Mum Und jetzt verschwinde Lass ihn hinaus, Feldwebel Und deinen Müll, du mitnehmen Donnerte Detritus Er schlug die Tür hinter dem Troll zu, der sich unter dem Gewicht seines gefallenen Kameraden beugte Na schön, sagte Mum, als die Anspannung nachließ Ihr habt den Troll gehört Ein braver Bürger möchte der Wache helfen Ich gehe und stelle fest, was er zu sagen hat Sein Blick fiel auf die Titelseite der Times auf dem Schreibtisch Zum Teufel Er schlug auf die Titelseite der Troll Er warf die Zeitung auf den Schreibtisch zurück Gibt es irgendetwas Wichtiges, über das ich Bescheid wissen sollte? Feldwebel Kolon erwähnte einen Diebstahl im Königlichen Begann Grinzi, aber Mum winkte ab Wichtigere Dinge als irgendwelche Diebstähle Sagte er Zwei weitere Wächter haben den Dienst quittiert, seitdem ich dir den Bericht geschickt habe, Herr Sagte Grinzi Corporal Ringgießer und Obergefreiter Schiefer von der Kröselstraße Beide geben, äh, persönliche Gründe an Schiefer ein guter Wächter war Polterte die Tritus und schüttelte den Kopf Offenbar hat er beschlossen, stattdessen ein guter Troll zu sein Sagte Mum Er fühlte Bewegung hinter sich und begriff, dass er ein Publikum hatte Es wurde Zeit für eine Rede Ich weiß, dass es für die Zwerge und Trolle in der Wache derzeit schwierig ist, warnte er sich an das Zimmer Ich weiß, dass ihr das Gefühl haben könntet, euch auf die Seite des Feinds zu stellen, wenn ihr einen Artgenossen euren Schlagstock spüren lasst, weil er euch in die Weichthalle zu treten versucht Für Menschen ist es auch nicht leicht, aber für euch ist es schlimmer Die Dienstmarke scheint im Augenblick recht schwer zu sein Eure eigenen Leute sehen euch an und fragen sich, auf welcher Seite ihr steht Nun, ihr steht auf der Seite der Bürger, wo das Gesetz sein sollte Auf der Seite aller Bürger, meine ich, die dort draußen hinter dem Mob sind und sich fürchten und sich abends nicht mehr auf die Straße wagen Komischerweise sind die Idioten, die vor euch stehen und von ihrem Recht auf Notwehr Gebrauch machen wollen, bevor etwas geschieht Sie sind ebenfalls Bürger, aber da sie sich offenbar nicht richtig daran erinnern Tut ihr ihnen einen Gefallen, indem ihr sie ein wenig abkühlt Haltet an diesem Gedanken fest und Haltet zusammen! Ihr glaubt, ihr solltet besser zu Hause bleiben und euch um eure alte Mutter kümmern? Ihr fragt euch, was ihr gegen einen Mob ausrichten könnt? Zusammen können wir verhindern, dass es soweit kommt Die Ereignisse werden ihren Lauf nehmen Ich weiß, dass wir alle müde sind Aber ich brauche jeden, den ich bekommen kann Und als Belohnung gibt es morgen Marmelade Und auch Freibier Vielleicht erblinde ich sogar ein wenig, wenn ich die Überstundenquittung unterschreibe Wer weiß? Verstanden? Aber ich möchte, dass ihr alle, wer auch immer ihr seid, dies wisst Ich habe keine Geduld mit Idioten, die einen Groll über 500 Meilen und 1000 Jahre hegen Dies ist Ank Morpok und nicht das Krontal Euch ist klar, dass uns eine üble Nacht bevorsteht Ich werde im Dienst sein Wenn ihr ebenfalls im Dienst seid, möchte ich die Gewissheit haben, dass ich mich auf euch verlassen kann Und dass ihr mir den Rücken frei haltet, so wie ich euch den Rücken frei halte Wenn ich mich nicht auf euch verlassen kann, möchte ich euch nicht in meiner Nähe haben Irgendwelche Fragen? Eine verlegene Stille folgte, wie immer bei solchen Gelegenheiten Dann kam eine Hand nach oben Sie gehörte einem Zwerg Stimmt es, dass ein Troll den Grack umgebracht hat? Fragte er Die Wächter brummten und der Zwerg fügte etwas weniger zaghaft hinzu Er hat uns aufgefordert zu fragen Hauptmann Karotte ermittelt, sagte Mum Im Augenblick tappen wir noch im Dunkeln Aber wenn tatsächlich ein Mord geschehen ist, dann sorgen wir dafür, dass der Mörder vor Gericht gestellt wird Ganz gleich, wie groß er ist, welche Gestalt er hat, wer er ist und wo er sich aufhält Das garantiere ich Ihr habt meine persönliche Garantie dafür Ist das akzeptabel? Die Veränderung in der Atmosphäre deutete darauf hin, dass es ja akzeptabel war Gut, sagte Mum Jetzt geht los und seid Polizisten Marsch, marsch! Das Zimmer leerte sich Bis auf jene, die noch immer mit dem schwierigen Problem beschäftigt waren, wohin das Komma gesetzt werden sollte Äh, bitte um Erlaubnis reden zu dürfen, ganz offen, Herr Fragte die Tritus und wankte näher Mum sah ihn an Als ich dir zum ersten Mal begegnete, warst du wie ein Wachhund an die Wand gekettet und hast nur gebrummt Die Katze lässt das Mausen nicht? Ha! Von wegen! Ja, natürlich, sagte er Du es doch nicht ernst meinen, oder? Du doch nicht wirklich zu einem Koproliten wie Chrysoprass gehen wollen, oder? Was ist das Schlimmste, das er mir antun kann? Er könnte abreißen dir den Kopf, dich in Stücke hacken und aus deinen Knochen Suppe machen, Herr Antwortete die Tritus sofort Und wenn du wärst ein Troll, er würde dir die Zähne ausschlagen und zu Manschettenknüpfen machen Äh, warum sollte er so etwas tun? Glaubst du, er will einen Krieg mit uns? Das ist nicht seine Art Er wird mich wohl kaum bei einer Verabredung umbringen Er möchte mit mir sprechen Bestimmt hat es etwas mit diesem Fall zu tun Vielleicht weiß er etwas Ich wage es nicht, nicht hinzugehen Aber du begleitest mich Stell einen Trupp zusammen Ein Trupp war vernünftig, bestand sich Mum ein Derzeit herrschte auf den Straßen zu viel Nervosität Er gab sich mit die Tritus und einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus den Wächtern zufrieden, die zurzeit nichts zu tun hatten Dies konnte man über die Wache sagen Sie war repräsentativ Wenn man seine Politik auf das Aussehen anderer Leute gründete So konnte man behaupten, dass die Wache auf allen Seiten stand Das sollte man nicht vergessen Draußen schien es stiller zu sein Es waren nicht so viele Leute auf den Straßen unterwegs wie sonst Mum sah darin kein gutes Zeichen Ank Morpok ahnte Ärger im Voraus wie Spinnen den Regen des nächsten Tages Was war das? Das Geschöpf schwamm durch ein Bewusstsein Seit dem Beginn des Universums hatte es viele davon gesehen Aber an diesem war etwas Seltsames Das Bewusstsein sah nach einer Stadt aus Geisterhafte, zitternde Gebäude erschienen In nieselndem Mitternachtsregen Natürlich glich kein Bewusstsein einem anderen Das Geschöpf war alt Genauer gesagt existierte es seit langer Zeit Als sich am Anfang aller Dinge Die primordialen Wolken des Geistes zu Göttern, Dämonen und Seelen aller Ebenen verdichtet hatten War es unter denjenigen gewesen, die sich den großen Aggressionen nie weit genug genähert hatten Deshalb war es ziellos ins Universum gekommen Ohne Aufgabe, niemandem zugehörig Ein Fetzen von Wesen, der frei umhertrieb und sich überall dort festsetzte, wo sich ihm eine Möglichkeit bot Eine Art komplizierter Gedanke, der nach dem richtigen Bewusstsein Ausschau hielt Zur Zeit, das heißt, während der vergangenen zehntausend Jahre Hatte es als Aberglauben Arbeit gefunden Und jetzt befand sich das Geschöpf in dieser sonderbaren, dunklen Stadt In seiner Nähe bewegte sich etwas Dieser Ort lebte Und es regnete Für einen Moment spürte es eine offene Tür Kurzen Zorn, der ihm eine Chance eröffnete Aber als es sprang, um die Gelegenheit zu nutzen Wurde es von etwas Unsichtbarem und Starkem gepackt und fortgeschleudert Seltsam Es schlug mit dem Schwanz und verschwand in einer Gasse Das Zukunftsschweinlager war eins von jenen Dingen, die sich in einer Stadt entwickelten, die zu lange mit Magie gelebt hatte Die okkulte Argumentation, sofern man davon reden konnte, lautete so Schweinefleisch war eine wichtige Handelsware in Angmorpork Die Kaufleute handelten routinemäßig mit zukünftigem Schweinefleisch Sogar mit Schweinefleisch, das erst noch geboren werden musste Also musste es irgendwo existieren Und so entstand das Zukunftsschweinlager In dessen eiskaltem Innern das Schweinefleisch rückwärts durch die Zeit glitt Es war ein beliebter Ort für die Kühllagerung Und für Trolle, die schnell denken wollten Selbst hier, abseits der kritischeren Viertel, waren die Leute auf den Straßen wachsam Sie beobachteten, wie Mum und seine Truppe sich einer Tür des Lagers näherten Ich schätze, wenn wenigstens einer von uns mit dir hineingehen sollte Gräuerte die Tritus und benahm sich wie eine Glucke Chrysopras bestimmt nicht allein ist, darauf du wetten kannst Er nahm den Riemen des Friedensstifters von der Schulter Der Armbrust, die er selbst aus einer umgebauten Belagerungswaffe konstruiert hatte Ihre multiplen Bolzen neigten dazu, durch den enormen Beschleunigungsdruck in der Luft zu zersplittern Sie konnten eine Tür nicht nur aus ihrem Rahmen entfernen Sondern auch aus der Welt der Objekte, die größer waren als ein Streichholz Die unglaubliche Ungenauigkeit gehörte zum besonderen Reiz des Friedensstifters Der Rest der Truppel trat schnell hinter die Tritus Nur du, Feldwebel, sagte Mum Die anderen betreten das Gebäude erst, wenn sie Geschrei hören Das heißt, mein Geschrei Er zögerte und holte dann den Stachelbärkasten hervor, in dem es noch immer summte Und keine Unterbrechungen verstanden? Ja, hier Namen einfügen Mum öffnete die Tür Tote, kalte Luft strömte ihm entgegen Dicker, raureif knirschte unter seinen Stiefeln Sein Atem kondensierte sofort und bildete dichte Wolken Er verabscheute das Zukunftsschweinlager Die halb durchsichtigen Brocken aus noch entstehendem Fleisch Die mit jedem verstreichenden Tag an Realität zunahmen Ließen ihn aus Gründen frösteln, die nichts mit der Temperatur zu tun hatten Sam Mum hielt knusprigen Schinken für eine eigene Nahrungsgruppe Und bei dem Anblick, wie dieser rückwärts durch die Zeit reiste Drehte sich ihm der Magen um Er trat einige Schritte weit ins Lager und blickte durch das feuchte, kalte Grau Kommandeur Mum, sagte er und kam sich ein wenig dumm vor Hier, abseits der Türen, lag eiskalter Dunst knietief auf dem Boden Zwei Trolle warteten hindurch und näherten sich ihm Noch mehr Flechten, sah Mum Noch mehr Clan-Graffiti und Schafsschädel Die Waffen hier lassen, rumpelte einer von ihnen Bäh Erwiderte Mum und trat zwischen sie Hinter ihm klickte es Dazu kam das dumpfe Summen von Stahldrähten, die unter Spannung standen und sich nach Freiheit sehnten Detritus hielt seine Armbrust bereit Ihr versuchen könnt mir das hier abzunehmen Grollte er Weiter entfernt im Dunst bemerkte Mum eine Gruppe von Trollen Einer oder zwei von ihnen sahen wie Schlägertypen aus Die anderen jedoch Er seufzte Detritus brauchte seine Waffe nur in die entsprechende Richtung abzufeuern Und ein großer Teil des organisierten Verbrechens in der Stadt wäre plötzlich sehr desorganisiert Ebenso wie Mum, wenn er sich nicht rechtzeitig zu Boden warf Aber das durfte er nicht zulassen Es gab hier Regeln, die tiefer gingen als das Gesetz Außerdem wäre ein zwölf Meter großes Loch in der Lagerhauswand schwer zu erklären gewesen Chrysoprass saß auf einer von Raureif überzogenen Kiste Selbst in einer großen Menge konnte man ihn sofort erkennen Er trug Anzüge Während andere Trolle nach nicht mehr strebten als einem Stück Leder Er trug sogar eine Krawatte mit einer diamantbesetzten Krawattennadel Und heute hatte er sich einen Pelzmantel über die Schultern geworfen Was natürlich nur Angeberei war Trolle mochten niedrige Temperaturen Mit kaltem Gehirn konnten sie schneller denken Deshalb fand das Treffen an diesem Ort statt Na schön, dachte Mum und versuchte das Klappern seiner Zähne zu unterbinden Wenn es mir zusteht, den nächsten Treffpunkt zu bestimmen, wähle ich eine Sauna Kehre Mum, wie schön von dir, dass du bist gekommen Sagte Chrysoprass jovial Diese Herren vernehme Geschäftsleute aus meinem Bekanntenkreis sind Du sie vermutlich erkennst Ja, die Breckzi, sagte Mum Ich erbitte dich, Herr Mum, du wisse, dass sowas nicht existiert Erwiderte Chrysoprass unschuldig Wäre nur uns zusammenschließen, um mit karitativen Unternehmen zu fördern, die trolle Interessen in der Stadt Warte, du könntest uns so bezeichnen als führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Beschimpfungen fehle am Platze sind Sie sind Führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, dachte Mum Von solchen Leuten war in letzter Zeit recht oft die Rede gewesen Wie in Führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben zur Ruhe aufgefordert Die Times verwendete diesen Satz so oft, dass die Drucker ihn vermutlich gesetzt ließen Mum fragte sich, wer diese führenden Persönlichkeiten waren Und wer sie bestimmte Und manchmal fragte er sich auch, ob Haben zur Ruhe aufgefordert bedeutete, dass man zwinkerte und sagte Benutzt nicht die funkelnagelneuen Streitexte im Schrank dort drüben Nein, nicht in dem Schrank, ich meine den anderen Schinkenbrecher war eine führende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gewesen Du hast gesagt, dass du allein mit mir sprechen willst Sagte Mum und nickte in Richtung der schattenhaften Gestalten Einige von ihnen verbergen ihre Gesichter Das so ist, ja Oh, die Herren hinter mir Sie jetzt gehen werden Sagte Chrysopras und winkte ihnen Sie nur hier sind, um dir zu zeigen Dieser Trolle, meine Wenigkeit, für die vielen spricht Und gleichzeitig, dein Feldwebel, mein alter Freund Detritus, geht nach draußen, um ein bisschen zu rauchen Dieses Gespräch sich auf dich und mich beschränkt Oder es gar nicht stattfindet Mum drehte sich um und nickte Detritus zu Der Feldwebel bedachte Chrysopras mit einem finsteren Blick und wankte dann davon Die anderen Trolle gingen ebenfalls Stiefel knirschten über den Raureif und Türen fielen zu Mum und Chrysopras musterten sich in wahrhaft eisigem Schweigen Ich höre deine Zähne klappern Sagte Chrysopras Dies guter Ort für einen Troll Aber für dich, es ist sauerkalt Deshalb, ich habe mitgebracht diesen Pelz Er streifte ihn ab und hielt ihn Mum hin Hier nur wir beide sind, klar? Stolz war eine Sache Die eigenen Finger nicht mehr zu fühlen, eine andere Mum hüllte sich in erlesenen, warmen Pelz Gut, man nicht reden kann mit einem Mann, dessen Ohren sind gefroren Sagte Chrysopras und holte ein großes Zigarren-Etui hervor Zunächst einmal Ich gehört habe, dass einer meiner Jungs gewesen ist, respektlos zu dir Er dir zu verstehen gegeben hat, dass ich bin ein Troll, der persönlich werden könnte Der wäre imstande zu heben die Hand gegen deine liebe Frau und deinen kleinen Jungen, der so aufwächst prächtig Manchmal ich verzweifle bei den jungen Trollen von heute Sie zeigen keinen Respekt, sie haben keinen Stil Es ihnen mangelt eine Finesse Wenn du möchtest einen neuen Steingarten, du brauchst es nur zu sagen Was? Sorg nur dafür, dass er mir nicht noch einmal unter die Augen tritt Sagte Mum knapp Das keine Probleme sein wird Erwiderte der Troll Er deutete auf einen kleinen Kasten neben der Kiste, der einen Durchmesser von nicht mehr als 20 Zentimetern hatte Er war viel zu klein, um einen ganzen Troll zu enthalten Mum bemühte sich, dem Kasten keine Beachtung zu schenken, aber es fiel ihm schwer Wolltest du nur deshalb mit mir sprechen? Fragte er und versuchte, seine Fantasie daran zu hindern, Horrorbilder zu malen Du rauchen möchtest, Herr Mum? Fragte Chrysopras und klappte das Etui auf Die auf der linken Seite für Menschen geeignet sind Sehr gute Zigarren Ich habe meine eigenen Sagte Mum und holte ein zerbeultes Päckchen hervor Worum geht es? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann Chrysopras entzündete eine silbrige Trollzigarre und nahm einen langen Zug Es roch nach heißem Zinn Ja Es mir geht um den totenen Zwerg Sagte er, ohne Mum anzusehen Ja Keine Troll ist getan Sagte Chrysopras Woher willst du das wissen? Daraufhin richtete Chrysopras den Blick auf Mum Wenn eine Troll es gewesen wäre Ich es inzwischen herausgefunden hätte Ich mich umgehört habe Wer auch? Ich Fragen lauter gestellt habe Sagte der Troll Und ich viele Antworten bekomme Manchmal Ich bekomme Antworten auf Fragen Die ich gar nicht gestellte habe Kann ich mir gut vorstellen Dachte Mum Ich muss Regeln beachten Warum sollte es dich interessieren, wer einen Zwerg ermordet hat? Ach, Herr Mum Ich ein ehrlicher Bürger bin Unter Öffentlichkeit verpflichtet Chrysopras beobachtete Mums Gesicht Um zu sehen, wie dieser darauf reagierte Dann lächelte er Diese dumme Sache mit dem Komertal Schlecht fürs Geschäfte ist Die Leute nervöser werden Schnüffeln herum Stellen Fragen Ich da sitze und ebenfalls nervös werde Und dann höre, dass mein alter Front Herr Mum Ermittelte Und da ich denke Dieser Herr Mum Er vielleicht nicht immer wahrnehmen Alle Nuancen der Trollkulture Aber der Mann Ist so gerade wie ein Pfeil Ihn Mann legte nicht so schnell aufs Kreuze Er sehen wird die Stelle An der angebliche der Troll Zurückgelassen hat seine Keule Und er sich kaputt lachen Und alles durchschauen wird Ein Zwerg dahinteres deckt Und möchte die Trolle schlecht dastehen lassen Q.E.D. Er lehnte sich zurück Welche Keule? Fragte Mum ruhig Was? Ich habe keine Keule erwähnt In der Zeitung stand nichts von einer Keule Lieber Herr Mum Das die Rasenschmucke sagen Erwiderte Chrysopras Und die Zwaage reden mit dir? Erkundigte sich Mum Der Troll sah nachdenklich zu Decke Und blies noch mehr Rauch von sich Schließlich Sagte er Aber das nur ein Detail ist Gesprochen unter uns hier und jetzt Wir diese Dinge verstehen Vielleicht bei den Zwergen Es kam zu einem Streit Oder der alte Zwerg starb an einem zu langen Leben Oder Oder du hast ihm einige Fragen gestellt Oh bitte Herr Mum Keine Unterstellungen Die Keule nur ein falsch lenkendes Ding ist eine Ablenkungsmanöver Der Zwerg sie dorthin gelegt hat Oder ein Troll hat den Mord begangen Und sie vor seiner Flucht fallen gelassen Sagte Mum Oder er war clever und dachte Niemand würde einen Troll für so dämlich halten Dass er seine Keule zurücklässt Deshalb lasse ich sie zurück Und dann fällt der Verdacht auf die Zwerge Zum Glück es hier drin so kalt ist Sonst ich dir nicht folgen könnte Lachte Chrysopras Wichtige Frage Ein Troll ins Nest der lausigen Tiefen erkommte Und bringte nur einen um Aber nie, nicht und nimmer Er würde so viele wie möglich erledigen Klonke, Klonke Er bemerkte Mumms Verwunderung und seufzte Jeder Troll, der aufsucht jenen Ort Ein Irrertroll sein müsste Du weißt ja, dass alle aufgedreht sind Ziemlicher Hören dauernd von Ehre und Ruhm und Schicksale und so Solcher Koprolit das Gehirn schneller verdirrt als Platte Sogar noch schneller als Schlitt Nach dem, was gehört habe ich Der Zwerg forensisch erledigt wurde Still und heimlich So was wir nicht machen, Herr Mumm Du dich ja auskennst und Bescheid erweist Ein Troll unter vielen Zwergen ist wie ein Fuchs in Bei den Dingern mit Flügeln legen Eier Wie ein Fuchs im Hühnerstall? Ja, genau da das Langohre im Salze liegt Ich nehme an, du meinst den Hasen im Pfeffer Stimmt, einem Zwerge eins geben über die Rübe und dann verschwinden Kein Troll sich damit zufrieden geben würde, Herr Mumm Es ist so wie bei euch Menschen und Erdnüssen Das im Spiel richtig ist Welches Spiel meinst du? Hast du nie Klonke gespielt? Dieses Spiel gibt es tatsächlich mit dem englischen Titel Thut Wer mehr darüber erfahren möchte, www.thutgame.com Oh, das meinst du, sagte Mumm Ich spiele nicht Und was Platte betrifft Du bist der größte Lieferant Nur unter uns gesprochen, hier und jetzt Nein, ich raus aus dieser Sache bin Sagte Krisopras und winkte mit der Zigarre ab Man sagen könnte, dass ich eingesehen habe meinen Fehler Von jetzt an ich sauber bleibe, von oben bis unten Immobilien und Finanzdienstleistungen der Weg nach vorne sind Freut mich, das zu hören Außerdem immer mehr junge Leute kommen Fuhr Krisopras fort Sedimente gesinnte Und siehe, Platte mit Sulfidenen verschneiden Und das Aufkochen mit Eisenklodite und zu so einem Mister Du, Platte, hältst du für schlimm? Warte ab, bis du siehst, Schlitt Platte, einen Troll veranlasst sich zu setzen Und zu betrachten all die schönen Farben Er niemanden stört Ganz ruhig und friedlich ist Aber Schlitt ihn fühlen lässt Wie der größte, stärkste Trolle auf der Welt Braucht keinen Schlaf und kein Essen Nach einigen Wochen Er auch nicht mehr brauchte Leben So was nichts für mich ist Ja, warum seine Kunden töten Meinte Mumm Das ist ein Tiefschlag, Herr Mumm Ein Tiefschlag Nee, die neuen Jungs die Hälfte der Zeit selbst auf Schlitte sind Zu viele Streitereien, zu wenig Respekt Krüsopras knifft die Augen zusammen und beugte sich vor Ich Namene und Orte kenne Dann ist es als ehrlicher Bürger deine Pflicht, sie mir zu nennen Sagte Mumm Bei den Göttern, für wen hält er mich? Aber ich möchte die Namen Schlitt klingt grässlich Derzeit brauchen wir kampfverrückte Trolle Ebenso dringend wie ein Loch im Kopf Womit wir vermutlich enden werden Kann dir keine Auskunft geben Das ist das Problem Sagte Krüsopras Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt Du weißt, was geschieht dort draußen Wenn die dummen Zwerge wollen kämpfen Wir brauchen jeden Trolle Das ich ihr sage Ich darauf hinweise, meine Leute, dass wir geben sollten Mumm eine Chance Seid gute Bürger, nicht aufwirbeln Staupe Die Leute noch immer hören auf mich und meine Mitarbeiter Aber nicht mehr viel länger Ich hoffe, du untersuchst den Fall, Herr Mumm Hauptmann Karotte ermittelt derzeit, sagte Mumm Krüsopras kniff erneut die Augen zusammen Karotte, Eisengießer-Sohnne? Zwergenname Das hier eine Probleme ist Aber der Name Mumm Der Name bedeutet viel Kann nicht bestochen werden Hat einmal den Patricia verhaftet Nicht das schärfste Messer im Schrank Aber durch und durch jährliche Und er nicht aufhören wird, nach der Wahrheit zu suchen Krüsopras bemerkte Mumms Gesichtsausdruck Das die Leute sagen Ich wünschte, Mumm sich kümmern würde um diesen Fall Denn er wie ich ist, fasste die Dinge an Er bald herausfindet, was geschah Unter diesem Mann sage ich Kein Trolle es getan hat Nicht so Vergiss, dass er Straßentrolle spricht, dachte Mumm Auf diese Weise will er wie ein guter, alter Troll erscheinen Dies ist Krüsopras Er hat die meisten alten Gangster aus dem Geschäft gedrängt Und diese Typen waren nicht ohne Mit einer Hand hält er die Diebesgilde auf Abstand Und dabei sitzt er nicht in einem Schneehaufen Du weißt, dass er intelligent ist Aber Nicht das schärfste Messer im Schrank Herzlichen Dank Doch Hauptmann Karotte glänzte Mumms Geist suchte immer nach Verbindungen Und ihm fiel dies ein Wer ist Herr Schein? Krüsopras blieb absolut reglos Die einzige Bewegung kam von dem grünlichen Rauch Der von der Zigarre ausging und nach oben strebte Als er sprach, klang seine Stimme ungewöhnlich juvial Ehre! Oh, eine Geschichte für Kinder! Sagte er Eine Trolllegende aus der fernen Zeit weit vor uns Die Sagenwelt der Trolle geht davon aus, dass sich lebende Geschöpfe rückwärts in der Zeit bewegen Es ist kompliziert Wie ein Volksheld? Ja, in der Art Eine dummes Ding, über das reden die Leute in schwerer Zeit Eine Phantome, nichts Wirkliches Dies moderne Zeiten entsinnte Und das schien es zu sein Mumm stand auf Na schön, ich habe gehört, was du zu sagen hattest Brummte er Ich muss jetzt zur Wache zurück Krüsopras paffte an seiner Zigarre und schnippte die Asche in den Raureif, wo sie zischte Du zurückkehrst zur Wache durch der Dreh-Dich-Wieder-Straße? Fragte er Nein, das wäre ein Um Oh Mumm unterbrach sich In der Stimme des Trolls schwang ein Hinweis mit Grüße, die alte Dame neben Kuchenladen von mir Sagte Krüsopras Ähm, das mache ich Erwiderte Mumm Feldwebel Die Tür am anderen Ende des Lagers flog auf und Detritus stürmte herein, die Armbrust bereit Mumm wusste, dass einer der Fehler des Trolls darin bestand, die Bedeutung der Sicherung nicht zu kennen Und er kämpfte gegen den schrecklichen Drang an, sich zu Boden zu werfen Es kommt die Zeit, da wir alle wissen, wo wir stehen Sagte Krüsopras nachdenklich und schien zu dem geisterhaften Schweinefleisch zu sprechen Und wer neben uns steht Als Mumm zur Tür ging, fügte der Troll hinzu Gib den Mantel deiner Frau, Herr Mumm, mit meinen besten Wünschen Mumm blieb plötzlich stehen und sah auf den Mantel, den er sich über die Schultern geschlungen hatte Er bestand aus silbrigen Pelz und war herrlich warm Aber nicht so warm wie der in ihm aufsteigende Zorn Er wäre fast mit ihm nach draußen gegangen So nahe war er der Sache gekommen Er streifte ihn ab und knüllte ihn zu einer Kugel zusammen Vermutlich hatten mehrere Dutzend recht kleine Quiektiere dafür sterben müssen Doch er konnte dafür sorgen, dass ihr Tod nicht ganz und gar umsonst gewesen war Er warf das Bündel in die Luft und rief Feldwebel! Dann warf er sich zu Boden Ein Pochen kam von der Armbrust Und danach ein Summen wie von einem Schwarm irrer Bienen Diesem Geräusch folgte das Bling, bling, bling Von Bolzensplittern, die einen runden Teil des metallenen Daches in ein Sieb verwandelten Und es roch nach verbranntem Haar Tem Haar Tem Haar Mumm kam wieder auf die Beine Um ihn herum fiel eine Art haariger Schnee Er begegnete Chrysopras Blick Der Versuch, einen Wächter zu bestechen, ist ein schweres Vergehen Sagte er Der Troll zwinkerte Ha, 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 ehrliche Durche und Durche Das, was ich den Leuten gesagt habe Es mich freute, dass wir geführt haben dieses kleine Gespräch, Herr Mumm Als sie das Lager ein ganzes Stück hinter sich gelassen hatten Zog Mumm Detritus in eine Gasse, sofern es möglich war, einen Troll irgendwo hinzuziehen Was weißt du über Schlitt? fragte er Die roten Augen des Trolls glühten Ich, Gerüchte gehört Geh zur Sirupminenstraße und stell einen gut bewaffneten Trupp zusammen Begib dich mit ihm zu Drehdich wie der Straße hinter der Rennerei Dort gibt es eine Hochzeitskuchenbäckerei, glaube ich Du hast eine Nase für Drogen Schnüffel dort ein wenig herum, Feldwebel Jawohl Erwiderte Detritus Du etwas erfahren hast? Sagen wir, es ist ein Zeichen des guten Willens Das gut ist, Herr Sagte der Troll Wie das Zeichen aussieht Ich meine, jemand möchte uns zeigen, dass er ein guter Bürger ist Kümmere dich darum Detritus schlang sich den Riemen der Armbrust um die Schulter, damit er sie leichter tragen konnte und wankte im Eiltempo davon Mumm lehnte sich an die Wand Dies war ein langer Tag Und er war noch lange nicht zu Ende Jetzt musste er Ein wenig über Kopfhöhe hatte ein Troll die Darstellung eines Diamanten in die Mauer gekratzt Troll-Graffiti konnte man leicht erkennen Sie kratzten mit dem Fingernagel mehr als zwei Zentimeter tief ins Mauerwerk Neben dem Diamanten prangten Buchstaben Schein Er tönte eine leise Stimme in Mumms Tasche Er seufzte und holte das Stachelbärmodell hervor, während er auf das Wort starrte Ja? Du hast gesagt, du wolltest nicht gestört werden Sagte der Kobold defensiv Und was hast du mir mitzuteilen? Es ist elf Minuten vor sechs hier Namen einfügen Antwortete der Kobold unterwürfig Lieber Himmel, warum hast du mir nichts gesagt? Weil du nicht gestört werden wolltest? Erwiderte der Kobold mit zitternder Stimme Ja, aber... Mumm hielt inne Elf Minuten So schnell er auch lief Er konnte es nicht schaffen Nicht um diese Zeit Sechs Uhr ist... Wichtig Das hast du mir nicht gesagt Verteidigte sich der Kobold und hielt seinen Kopf mit beiden Händen Du wolltest nicht gestört werden Es tut mir wirklich leid Mumm vergaß Schein Und sah sich verzweifelt um Hier, wo das Schlachthausviertel an die Docks reichte Gab es keine große Nachfrage nach Klackertürmen Aber er sah den großen Semaphorturm auf dem Büro des Dockdirektors Flitz dort hinauf! Befahl er und öffnete den Kasten Sag den Leuten, dass du von mir kommst Und dies höchste Priorität hat, gra? Sie sollen dem Pseudopolisplatz mitteilen, von wo ich aufbreche Ich werde den Fluss auf der schlechten Brücke überqueren Und dann den kühnen Weg nehmen Die Wächter im Wachhaus werden verstehen, worum es geht Los! Der Kobold schaltete innerhalb eines Augenblicks von Verzweiflung auf Begeisterung um Er salutierte Sofort, Herr! Der integrierte Blue-Nose-Nachrichtendienst wird dich nicht enttäuschen, hier Namen einfügen Ich werde mich sofort in ein Interface verwandeln Er sprang und verschwand als grüner Schemen Mumm lief zu den Docks hinunter und wand sich stromaufwärts an den Schiffen vorbei Bei den Docks ging es immer sehr beengt zu und die Straße war eine Hindernisstrecke aus Ballen, Stricken und Kistenstapeln mit einem Streit alle zehn Meter Doch Mumm war von Natur aus ein Läufer und kannte alle Möglichkeiten, in den verkehrsreichen Straßen der Stadt voranzukommen Er wich aus und sprang, schlängelte und wand sich durch Lücken drängelte und rempelte Ein Seil brachte ihn zu Fall und nach einer schnellen Rolle vorwärts stand er wieder Ein Stauer stieß gegen ihn Mumm streckte ihn mit einem Kinnhaken nieder und lief noch schneller, für den Fall, dass Kumpel des Mannes in der Nähe walten Dies war wichtig Ein glänzender Vierspänner bog auf die Affenstraße Zwei Diener hielten sich hinten fest Mumm legte einen verzweifelten Sprint ein, streckte die Hand nach einem Griff aus und zog sich zwischen den beiden erstaunten Lakaien nach oben auf das schwankende Dach Auf der anderen Seite kletterte er hinunter und sank neben dem jungen Fahrer auf die Sitzbank Startwache, sagte er und zeigte seine Dienstmarke Fahr weiter geradeaus Aber ich muss gleich links abbiegen, begann der junge Mann Mumm achtete nicht auf ihn Und lass ihr ein bisschen die Peische spüren, dies ist wichtig Oh gut, eine todesmutige Hochgeschwindigkeitsjagd, fragte der Kutscher mit steigendem Enthusiasmus Gut, dafür bin ich genau der Richtige, du hast den rechten Mann gefunden, Herr Weißt du, dass ich diese Kutsche fünfzig Meter weit auf zwei Rädern rollen lassen kann? Aber die alte Frau Robinson hat das nicht gern Die rechte oder linke Seite, wie du willst Ja, ja Es genügt, wenn du Begann Mumm, als die Peitsche knallte Der Trick besteht darin, die Pferde dazu zu bringen, auf zwei Beinen zu laufen Eigentlich ist es mehr ein Hüpfen, könnte man sagen War der Kutscher fort und drehte die Mütze, um den Luftwiderstand zu verringern Möchtest du mein Wheelie sehen? Nicht unbedingt, sagte Mumm und blickte nach vorn Bei meinem Wheelie lassen die Hufe ordentlich Funken sprühen, das kann ich dir sagen Ja Die Umrisse verschwammen Weiter vorn führte normalerweise eine Drehbrücke zum Zweihalbedock auf der anderen Seite Normalerweise Diesmal war die Drehbrücke zur Seite gedreht Mumm sah die Masten eines Schiffes, das aus dem Dock in den Fluss gelassen wurde Mach dir darüber keine Sorgen, Herr, rief der Kutscher neben ihm Wir sausen am Kai entlang und springen Mit einem Vierspender kann man keinen Zweimaster überspringen, Mann Ich wette, zwischen den Masten geht das, Herr Ja, ja Vor der Kutsche liefen Männer umher und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen Mumm schob den jungen Mann beiseite, griff nach den Zügeln, trat mit beiden Füßen auf den Bremshebel und zog Die Räder blockierten Die Pferde begannen sich zu drehen Die Kutsche rutschte Von den Metallbeschlägen der Räder flogen Funken und es kreischte gequält Die Pferde drehten sich noch etwas mehr Die Kutsche geriet ins Schleudern und zog die Pferde mit sich Es sah fast aus wie bei einem Rummelplatzkarussell Die Hufe hinterließen Spuren aus Feuer auf dem Kopfsteinpflaster An dieser Stelle ließ Mumm alles los, hielt sich mit der einen Hand an der Sitzbank fest, mit der anderen an der Armlehne Schloss die Augen und wartete darauf, dass der Lärm aufhörte Zum Glück hörte er tatsächlich auf Nur ein kleines Geräusch blieb Ein hartnäckiges Pochen gegen das Kutschendach, verursacht vermutlich von einem Gehstock Die nörgelnde Stimme einer älteren Frau erklang Johnny, bist du wieder zu schnell gefahren, junger Mann? Ein Schmugglerdreher, hauchte Johnny und blickte zu den vier dampfenden Pferden, deren Köpfe nun in die Richtung zeigten, aus der sie gekommen waren Ich bin beeindruckt! Er wandte sich Mumm zu, der nicht mehr da war Die Männer beim Schiff hatten beim Anblick des heranrasenden Vierspenners ihre Seile fallen lassen und waren weggelaufen Der Zugang zum Dock war schmal Ein Mann konnte leicht an einem Seil empor klettern, übers Deck laufen und sich auf der anderen Seite zum Kopfsteinpflaster hinunterhangeln Und das hatte ein Mann gerade getan Mumm lief wieder und sah, dass die schlechte Brücke ein Problem darstellte Ein überladender Heuwagen hatte sich zwischen den schiefen Häusern zu beiden Seiten der Brücke festgekeilt Ein Obergeschoss aufgerissen und dabei einen Teil seiner Ladung verloren Zwischen dem Fuhrmann und dem unbeeindruckten Eigentümer des neuen Bungalows gab es eine Auseinandersetzung Wertvolle Sekunden gingen verloren, als sich Mumm über und durch das Heu mühte Und dann lief er durch den zum Stehen gekommenen Verkehr zur anderen Seite der Brücke Vor ihm erstreckte sich die breite Durchgangsstraße namens Kühner Weg Sie war voller Karren und es ging die ganze Strecke bergauf Er würde es nicht schaffen Inzwischen musste es bereits fünf vor sechs sein Die Vorstellung von dem kleinen Gesicht Herr Mumm! Er drehte sich um Eine Postkutsche war hinter ihm auf die Straße abgebogen und näherte sich Karotte saß neben dem Kutscher und winkte Aufs Trittbrett, Herr! rief er Dir bleibt nicht mehr viel Zeit! Mumm lief erneut los Und als die Kutsche zu ihm aufschloss, sprang er aufs Trittbrett vor der Tür und hielt sich fest Ist dies nicht die Postkutsche nach Quirm? rief er, als der Kutscher die Pferde zum kurzen Galopp antrieb Das stimmt, Herr, antwortete Karotte Ich habe erklärt, dass es eine extrem wichtige Angelegenheit ist Mumm hielt sich noch entschlossener fest Die Postkutschen hatten sehr gute Pferde Die nicht weit von ihm entfernten Räder waren nur noch Schemen Wie bist du so schnell hierher gekommen? rief er Ich habe eine Abkürzung durch den Apothekergarten genommen, Herr Was? Meinst du den kleinen Weg am Fluss? Der ist nicht breit genug für eine Kutsche wie diese Es war ein wenig eng, Herr, ja Besser wurde es, als die Kutschenlampen abgekratzt waren Mumm nahm dies zum Anlass, die Seite der Kutsche zu betrachten Überall sah er tiefe Kratzer Na schön, rief er Sag dem Kutscher, dass ich für alles aufkomme Aber es hat keinen Zweck, Karotte Um diese Zeit gibt es immer einen Stau auf dem Parkweg Keine Sorge, Herr Ich rate dir, dich gut festzuhalten, Herr Mumm hörte das Knallen der Peitsche Dies war eine echte Postkutsche Postsäcken ist es egal, ob sie es bequem haben oder nicht Er fühlte die Beschleunigung Es war nicht mehr weit bis zum Parkweg Mumm konnte nicht viel sehen, denn der Fahrtwind trieb ihm Tränen in die Augen Aber er wusste, was weiter vorn lag Einer der schlimmsten Verkehrsstaus in der Stadt Zu jeder beliebigen Tageszeit herrschte dort Chaos Aber der frühe Abend war besonders schrecklich Was an dem in Angmorpork weit verbreiteten Glauben lag Dass das schwerste Fahrzeug oder der am lautesten fluchende Fahrer Vorfahrt hatte Dauernd kam es zu irgendwelchen kleineren Zusammenstößen Was stets dazu führte, dass die betreffenden Fahrzeuge die Kreuzung blockierten Während die Fahrer Fragen der Verkehrssicherheit erörterten Mithilfe der ersten Waffe, die sie in die Hand bekommen konnten Und diesem Mahlstrom aus drängenden Pferden, hastenden Fußgängern und fluchenden Fahrern Näherte sich die Postkutsche im vollen Galopp Mumm schloss die Augen Und riskierte es, sie wieder zu öffnen, als sich das Geräusch der Räder veränderte Die Kutsche flog über die Kreuzung Mumm sah kurz eine endlose Schlange Die wütend und schreiend hinter zwei reglosen Trollwächtern wartete Und dann raste die Kutsche in Richtung Teekuchenstraße Du hast die Straße gesperrt? Du hast die Straße gesperrt! Rief er im Heulen des Fahrtwinds Und die Königstraße? Erwiderte Karotte Nur für den Fall Du hast zwei Hauptstraßen gesperrt? Zwei verdammte Hauptstraßen? Während der Hauptverkehrszeit? Ja, Herr Bestätigte Karotte Es war die einzige Möglichkeit Mumm hielt sich sprachlos fest Hätte er so etwas gewagt? Eigentlich war es typisch für Karotte Es gab ein Problem Und jetzt gibt es keins mehr Vermutlich stockt inzwischen der Verkehr in der ganzen Stadt Aber das ist ein neues Problem Er würde es rechtzeitig nach Hause schaffen Hätte eine Minute eine Rolle gespielt? Wahrscheinlich nicht Obgleich der kleine Sam eine sehr genau gehende innere Uhr zu haben schien Selbst zwei Minuten Verspätung wären vielleicht noch in Ordnung gewesen Oder sogar drei Man konnte eventuell bis fünf gehen Aber das war's Wenn man bis zu fünf Minuten gehen konnte Würden daraus schnell zehn Eine halbe Stunde Zwei Stunden Und dann sah man den Sohn den ganzen Abend nicht Deshalb musste er pünktlich sein Sechs Uhr Jeden Tag Dem kleinen Sam vorlesen Keine Ausreden Er hatte es sich versprochen Keine Ausreden Auf keinen Fall Wenn man eine gute Ausrede hatte Öffnete man die Tür für eine schlechte Er hatte Albträume davon zu spät zu kommen Mumm hatte viele Albträume In denen der kleine Sam vorkam Darin ging es um leere Kinderbettchen und Dunkelheit Es war alles zu gut gelaufen In einigen wenigen Jahren war er, Sam Mumm, wie ein Ballon in der Welt aufgestiegen Er hatte es zum Herzog und Kommandeur der Wache gebracht Er hatte Macht Und eine Frau, von deren Anteilnahme, Liebe und Verständnis erwusste, dass ein Mann wie er sie nicht verdiente Und er war reich wie Krösus Das Glück hatte seinen Bratensaft herabregnen lassen Und er war der Mann mit der großen Schüssel gewesen Und es war alles so schnell gegangen Und dann hatte der kleine Sam das Licht der Welt erblickt Und zuerst war alles gut gewesen Das Baby war Nun, ein Baby Das mit dem Kopf wackelte, Bäuerchen machte Und ihn nicht sah Ganz und gar die Domäne der Mutter Und dann, eines Abends, hatte sein Sohn den Kopf gedreht und Mumm angesehen Mit Augen, die für den Vater heller strahlten als alles Licht der Welt Und daraufhin war die Furcht mit einer schrecklichen Welle in sein Leben geschwappt All das Glück, seine Freude Es war falsch Das Universum würde einem einzelnen Mann gewiss nicht so viel Freude gönnen, ohne die Rechnung zu präsentieren Irgendwo wuchs eine Woge aus großer Dunkelheit Und wenn sie sich über ihm brach, würde sie alles fortspülen Manchmal glaubte er in der Ferne, ihr Donnern zu hören Mumm rief ein kaum verständliches Danke! Und sprang ab, als die Kutsche langsamer wurde Es gelang ihm nicht, auf den Beinen zu bleiben und er rutschte auf die Zufahrt vor dem Haus Die Eingangstür öffnete sich bereits, als er wieder lief und Kies verstreute Und dort stand Willikens mit dem Buch Mumm ergriff es und raste die Treppe hoch, als die Uhren in der Stadt ihre individuellen Annäherungen von sechs Uhr schlugen Sibyl hatte sich mit allem Nachdruck gegen ein Kindermädchen ausgesprochen Und dieses eine Mal hatte Mumm mit noch größerem Nachdruck darauf bestanden, dass sie eins einstellten Und außerdem eins, dass sich um die Zuchtdrachen in den Pferchen kümmerte Immerhin konnte sich eine einzelne Person nicht um alles kümmern Schließlich hatte er sich durchgesetzt Fräulein Reinlich leistete gute Dienste und hatte den kleinen Sam gerade in sein Bettchen gelegt, als Mumm hereinwangte Sie begann mit einem Knicks, erinnerte sich dann an den Vortrag in der vergangenen Woche über die Rechte des Mannes und eilte hinaus Es durfte niemand sonst zugegen sein Dieser Moment blieb allein den beiden Sams vorbehalten Der kleine Sam zog sich am Gitter des Bettes hoch und sagte Die Welt wurde weich Mumm strich seinem Sohn übers Haar Eigentlich komisch Er verbrachte den Tag damit zu rufen und zu schreien, zu reden und zu brüllen Aber hier, in diesem ruhigen Moment, der, dank Fräulein Reinlich nach Seife roch, wusste er nie, was er sagen sollte Er war sprachlos in der Gegenwart eines vierzehn Monate alten Kleinkinds All die Dinge, die ihm einfielen, zum Beispiel Wer ist Papis kleiner Liebling? Klangen schrecklich falsch, als hätte er sie aus einem Buch Es gab nichts zu sagen Und in diesem Zimmer mit den weichen Pastellfarben musste auch nichts gesagt werden Ein Brummen kam unter dem Bett hervor Der Drache Sabara döste dort Uralt, ohne Feuer, mit fransigen Flügeln und ohne Zähne Aus irgendeinem Grund kletterte er jeden Tag die Treppe hoch und bezog Posten unter dem Kinderbett Niemand wusste, warum Im Schlaf gab er leise, pfeifende Geräusche von sich Glückliche Stille umhüllte Mumm Aber sie konnte nicht andauern Er musste das Bilderbuch lesen Das war die Bedeutung von sechs Uhr Jeden Tag las er aus dem gleichen Buch vor Die Seiten des Buches waren dort, rund und weich, wo der kleine Sam sie in den Mund genommen hatte Aber für eine Person in diesem Kinderzimmer war es das Buch der Bücher Und es enthielt die größte Geschichte, die jemals erzählt worden war Mumm brauchte es gar nicht mehr zu lesen Er kannte es auswendig Das Buch hieß Wo ist meine Kuh? Der unbekannte Beschwerdeführer hatte seine Kuh verloren Das war die Geschichte, im Großen und Ganzen Die erste Seite begann vielversprechend Wo ist meine Kuh? Ist das meine Kuh? Es macht Bäh Es ist ein Schaf Das ist nicht meine Kuh Dann begann der Autor, sich ernsthaft mit seinem Stoff auseinanderzusetzen Wo ist meine Kuh? Ist das meine Kuh? Es macht Es ist ein Pferd Das ist nicht meine Kuh An dieser Stelle begann für den Autor die Agonie der Schöpfung Und er schrieb aus den gequälten Tiefen seiner Seele Wo ist meine Kuh? Ist dies meine Kuh? Es macht Es ist ein Flusspferd Das ist nicht meine Kuh Dies war ein guter Abend Der kleine Sam strahlte bereits und versuchte, die Geräusche nachzuahmen Schließlich wurde die Kuh gefunden Das Buch las ich wie von selbst Natürlich kam Spannung auf, weil viele andere Tiere auf eine Weise vorgestellt wurden Die vielleicht ein Kätzchen verwirrt hätte, das in einem dunklen Zimmer aufgewachsen war Das Pferd stand vor einem Hutständer, wie so oft Und das Flusspferd fraß aus einem Trog, an dem eine umgedrehte Heugabel lehnte Aus der falschen Richtung gesehen hätte es, möglicherweise für eine Sekunde, mit einer Kuh verwechselt werden können Doch der kleine Sam liebte die Geschichte Es musste das am meisten geschmuste Buch auf der ganzen Welt sein Dennoch war Mumm ein wenig beunruhigt Obwohl er die Geräusche inzwischen recht gut beherrschte und beim Huah! des Flusspferds keine Konkurrenz fürchtete Aber eignete sich dieses Buch wirklich für ein Stadtkind? Wann hörte es jemals solche Geräusche? Die einzigen Geräusche, die solche Tiere in der Stadt verursachten, waren ein Burzeln Doch das Kinderzimmer war voll von der Verschwörung Bäh-Lämmer und Teddybären und flaumige Entchen, wohin man blickte Eines Abends, nach einem anstrengenden Tag, hatte es Mumm mit der Straßenversion probiert Wo ist mein Papi? Ist das mein Papi? Er macht, mit so verflucht ja tausend Hand und Kervetten Es ist der stinkende alte Ron Das ist nicht mein Papi! Es war recht gut gelaufen, bis Mumm ein bedeutungsvolles Hüsteln von der Tür hörte, der Sibbel stand Am nächsten Tag hatte der kleine Sam mit dem sicheren Instinkt von Kindern für diese Dinge zu Frau Reinlich gesagt Miss Verfluch! Und damit hatte es sich, obwohl Sibbel das Thema nie ansprach, wenn sie allein waren Von dem Zeitpunkt an hielt sich Mumm streng an die autorisierte Version Er las aus dem Buch vor, während Wind an den Fenstern rüttelte Und diese kleine Kinderzimmerwelt mit ihrem rosa-roten und blauen Frieden Ihren Geschöpfen, die so weich und wollig und flauschig waren, sie beide zu umhüllen schien Auf der Kinderuhr schaukelte ein kleines wolliges Lamm die Sekunden fort Als er im Zwielicht nicht ganz erwachte mit zerfransten Resten von dunklem Schlaf in seinem Geist starrte Mumm verwirrt durch den Raum Panik stieg in ihm auf Was war dies für ein Ort? Was bedeuteten all die grinsenden Tiere? Was lag auf seinem Fuß? Wer stellte diese Fragen und warum trug er ein blaues Schultertuch mit Enten drauf? Dann kehrten glückliche Erinnerungen zurück Der kleine Sam schlief, neben sich Mumms Helm, den er wie einen Teddybär umarmte Und Sabber, immer auf der Suche nach einer warmen Stelle, auf die er plumpsen konnte Hat er den Kopf auf Mums Stiefel gelegt Das Leder war bereits schleimbedeckt Vorsichtig zog Mumm seinen Helm aus den Armen des Kindes Rückte das Schultertuch zurecht und ging nach unten in die große Diele Er sah Licht unter der Tür der Bibliothek und trat benommen ein Zwei Wächter standen auf Sibyl drehte sich im Sessel am Kamin um Mumm fühlte, wie ihm die Enten über die Arme glitten und einen Haufen auf dem Boden bildeten Ich habe dich schlafen lassen, Sam, sagte Lady Sibyl Heute Morgen bist du erst um drei Uhr nach Hause gekommen Alle schieben doppelte Schichten, Schatz, erwiderte Sam und warnte Karotte und Sally mit einem Blick davor, jemandem davon zu erzählen, dass ihr Chef ein Schultertuch mit Enten getragen hatte Ich muss ein gutes Beispiel geben Das ist sicher deine Absicht, Sam, aber du siehst wie eine schreckliche Warnung aus, sagte Sibyl Wann hast du zum letzten Mal etwas gegessen? Heute Mittag, ein Sandwich mit Salat, Tomaten und Schinken, Schatz Antwortete Mumm und versuchte mit dem Tonfall anzudeuten, dass der Schinken nur eine Art Gewürz gewesen war und kein gerade so vom Brot bedecktes dickes Stück Ja, das kann ich mir denken, erwiderte Sibyl mit dem unüberhörbaren Hinweis darauf, dass sie kein Wort glaubte Hauptmann Karotte hat dir etwas zu sagen Setz dich jetzt und ich stelle fest, was mit dem Abendessen passiert ist Als sie in Richtung Küche fortgeeilt war, wandte sich Mumm den beiden Wächtern zu und fragte sich kurz, ob er verlegen lächeln und mit den Augen rollen sollte Was unter Männern so viel bedeutete wie Frauen, nicht wahr? Er entschied sich wegen der Identität der beiden Wächter dagegen Obergefreiter Humpeding wäre vermutlich bereit gewesen, ihn für einen Narren zu halten Und Hauptmann Karotte hätte gar nicht gewusst, was er meinte Er begnügte sich mit einem Nun Wir haben uns alle Mühe gegeben, Herr, sagte Karotte Ich hatte recht, die Mine ist ein sehr unglücklicher Ort Das sind Orte, wo ein Mord verübt wurde, meistens Eigentlich glaube ich gar nicht, dass wir den Tatort gefunden haben, Herr Habt ihr nicht die Leiche gesehen? Doch, Herr, ich denke schon, du hättest dabei sein sollen Ich glaube nicht, dass ich dies ertragen kann, flüsterte Angua, als sie erneut durch die Sirupstraße gingen Was ist denn los? fragte Karotte Angua deutete mit dem Daumen über die Schulter Sie, Vampire und Wehrwölfe, keine gute Gesellschaft Aber sie ist ein Schwarzbandler, wandte Karotte sanft ein Sie beißt niemanden, darum geht es nicht Sie ist einfach nur das, was sie ist In der Nähe eines Vampirs zu sein Für jemanden wie mich bedeutete das den schlimmsten denkbaren, haarigen Tag Und glaub mir, ein Wehrwolf weiß, was ein wirklich schlimmer, haariger Tag ist Liegt es am Geruch? Der ist nicht gerade angenehm, aber es steckt noch mehr dahinter Vampire sind so souverän, so perfekt In Sallys Nähe fühle ich mich haarig Ich kann nicht anders, es reicht Jahrtausende zurück Es ist das Image Vampire sind immer so cool, so beherrscht Wohingegen Wehrwölfe kaum mehr sind als watschelnde Tiere Schwach und unterlegen Aber das stimmt nicht Viele Schwarzbandler sind vollkommen neurotisch und du bist so elegant Und nicht, wenn ich in der Nähe von Vampiren bin Sie lösen etwas in mir aus Hör auf, logisch an die Sache heranzugehen Ich verabscheue es, wenn du mir logisch kommst Wäre Herr Mumm doch nur bei seiner Ablehnung geblieben Schon gut, ich habe es unter Kontrolle Aber es ist schwer Bestimmt ist es auch für sie nicht leicht, begann Karotte Angua bedachte ihn mit einem Blick Es ist typisch für ihn, dachte sie Er denkt wirklich so Er weiß nur nicht, dass es manchmal eine sehr schlechte Idee ist, so etwas zu sagen Nicht leicht für sie? Wann ist es jemals leicht für mich gewesen? Die Vampiren musste wenigstens keine Kleidung zum Wechseln in der Stadt verstecken Na schön, das mit dem Entzug ist sicher nicht sehr angenehm Aber uns erwischt es einmal im Monat Und zerfleische ich dann irgendjemanden die Kehle? Ich jage Hühner Und ich bezahle im Voraus für sie Leidet sie an PLT? Wohl kaum Bei den Göttern Der Mond ist schon übers Konvexe hinaus und nimmt weiter zu Ich fühle, wie mein Haar wächst Verdammte Vampire Sie machen eine so große Sache daraus, keinem mörderischen Blutsauger mehr zu sein Sie kriegen das ganze Mitleid Selbst seins All dies ging Angua in einer Sekunde durch den Kopf Lass uns hinuntergehen Es hinter uns bringen und nach oben zurückkehren Sagte sie Es wartete noch immer eine Menge beim Eingang Unter den Leuten befand sich Otto Schriek Der Karotte ansah und kurz mit den Schultern zuckte Es waren auch Wächter zugegen Aber offenbar hatte jemand mit ihnen gesprochen Sie nickten den drei Neuankömmlingen zu Und einer von ihnen öffnete sehr höflich die Tür Karotte winkte seine Begleiter näher Man wird alles hören, was wir sagen, verstanden? Meinte er Alles Seid also vorsichtig und denkt daran Die anderen wissen nicht, dass ihr im Dunkeln sehen könnt Er ging hinein und näherte sich Helm gescheit, der nervös lächelte Willkommen, Kopfstoser Sagte der Zwerg Wenn wir Morporkianisch sprechen, ist mir Hauptmann Karotte lieber Erwiderte Karotte Wie du wünschst, Schmelzer Sagte der Zwerg Der Lift wartet auf uns Auf dem Weg nach unten fragte Karotte Was treibt dies an, bitte? Ein Apparat, antwortete Helm gescheit Und stolz verdrängte einen Teil der Nervosität Wirklich? Und woraus besteht der Apparat? Fragte Karotte Auf einer Achse und einer Stange Eine Achse und eine Stange? Davon habe ich gehört Ja, wir können von Glück sagen, dass wir so gut ausgestattet sind Plapperte Helm gescheit Unten haben wir auch einige Würfel unterschiedlicher Stärke Nichts soll dem Schmelzer verborgen bleiben Ich bin angewiesen, dir alles zu zeigen, was du sehen möchtest Und dir alles zu sagen, was du wissen willst Danke Erwiderte Karotte, als der Lift hielt Umgeben von einer Dunkelheit, in der sich hier und dort das Glühen von Firmen zeigte Wie groß sind eure hiesigen Grabungen? Das kann ich dir nicht sagen, antwortete Helm gescheit sofort Ich weiß es nicht Ah, hier ist Feurig Ich gehe wieder nach oben Nein, Helm gescheit Bitte bleib bei uns Sagte ein dunklerer Schatten in der Düsternis Du solltest dies ebenfalls sehen Guten Tag, Hauptmann Karotte und Feurig rang sich so etwas wie ein Lächeln ab Die Damen Bitte folgt mir Ich bedauere den Mangel an Licht Vielleicht gewöhnen sich eure Augen an die Finsternis Ich bin gern bereit, euch jedes Objekt zu beschreiben, das ihr berührt Jetzt führe ich euch zu dem Ort, an dem das schreckliche Geschehen geschah Angua sah sich um, als Feurig sie durch den Tunnel führte Und stellte fest, dass Karotte mit gebeugten Knien gehen musste Kopfstoßer? Komisch, dass du das den Jungs gegenüber nie erwähnt hast Jeweils nach etwa zwölf Metern blieb Feurig vor einer runden Tür stehen Jede von Firmen umgeben und drehte ein Rad Die Türen quietschten, wenn sie sich öffneten Und sie schwangen mit einer Schwere auf, die hohes Gewicht vermuten ließ Hier und dort zeigten sich in den Tunneln Mechanische Dinge, die an den Wänden hingen Und offenbar irgendeinem Zweck dienten Firma glühten neben ihnen Angua wusste nicht, was es mit den Objekten auf sich hatte Aber Karotte begegnete ihnen mit großer Freude Er wirkte dabei fast wie ein Schuljunge Ach, ihr habt Luftblasen und Wasserstiefel, Herr Feurig Ich habe nur von ihnen gehört Du bist im guten Fels von Kupferkopf aufgewachsen, nicht wahr, Hauptmann? Der Bergbau in dieser feuchten Ebene ist wie das Tunnelgraben im Meer Und die Eisentüren sind wasserdicht? Ja, das sind sie Und auch luftdicht Erstaunlich! Ich würde gern noch einmal zu Besuch kommen, wenn diese grässliche Angelegenheit vorüber ist Eine Zwergenmine unter der Stadt, kaum zu glauben Ich bin sicher, dass ein zweiter Besuch arrangiert werden kann, Hauptmann Das war Karotte bei der Arbeit Er konnte so unschuldig klingen So freundlich, so Dumm Auf eine hündchenartige Weise Und dann verwandelte er sich plötzlich in einen großen Stahlblock Und man stieß gegen ihn Nach dem Geruch zu urteilen, beobachtete Sally ihn interessiert Sei vernünftig Sagte sich Angua Lass dich von der Vampirin nicht durcheinander bringen Fang nicht an, dich für dumm und haarig zu halten Denk klar Du hast ein Gehirn Konnte man nicht verrückt werden, wenn man dauernd in dieser Düsternis lebte? Angua fand es leichter, als sie die Augen schloss Hier unten funktionierte ihre Nase besser, ohne Ablenkung Dunkelheit half Mit geschlossenen Augen tanzten mehrere blasse Farben durch ihr Gehirn Ohne den Gestank der verdammten Vampirin Wäre sie in der Lage gewesen, noch viel mehr wahrzunehmen Dieser Geruch vergiftete ihre Sinne Hör auf, denk nicht in solchen Bahnen Du überlässt es deinem Geist für dich zu denken Moment mal, das ist verkehrt Das ist verkehrt In der Ecke des nächsten Raums erkannten sie Waage einen recht großen Umriss Es sah nach einem Umriss aus Nach einem mit Kreide gezeichneten Umriss Einem mit glühender Kreide gezeichneten Umriss Das ist doch die übliche Methode, fragte Feurig Du kennst Nachtkreide sicher, Hauptmann Sie besteht aus zerriebenen Firmen Das Glühen hält etwa einen Tag an Auf dem Boden hier siehst du, beziehungsweise fühlst du die Keule, die bei dem tödlichen Schlag verwendet wurde Direkt unter deiner Hand, Hauptmann Es klebt Blut daran Ich bedauere die Dunkelheit, aber wir haben die Firma von hier fern gehalten Für sie wäre es ein Festschmaus gewesen, versteht ihr? Angua sah den für Karotte typischen Seifenduft und beobachtete, wie er sich durch den Raum tastete Seine Hand berührte eine weitere Metalltür Wohin führt diese? fragte er und klopfte dagegen Zu den äußeren Räumen War die Tür geöffnet, als der Troll den Krak angriff? Gehst du bereits davon aus, dass ein Troll die Verantwortung trägt? fragte sich Angua Ich glaube schon, sagte Feurig Dann öffne sie Auf diese Bitte kann ich leider nicht eingehen, Hauptmann Ich habe keine Bitte an dich gerichtet, Herr Feurig Nachdem die Tür geöffnet worden ist, muss ich wissen, wer sich in der Mine befand, als der Troll hierher kam Ich muss mit allen sprechen, die hier gewesen sind Und auch mit jenen, die die Leiche gefunden haben Harak Yakargra Für Angua veränderte sich Feurigs Geruch Unter all seinen Schichten war der Zwerg plötzlich unsicher Er hatte es nicht anders gewollt Feurig zögerte einige Sekunden, bevor er antwortete Ich werde mich bemühen, dir deine Wünsche zu erfüllen, Schmelzer, sagte er Ich gehe jetzt Komm mit, Helmgescheid Graz, davajig fragte Karotte Katsakrajot, dejot, haraknarat dejot Feurig trat mit wachsender Unsicherheit vor und streckte beide Hände aus, die Handflächen nach unten Für einen Moment, bevor der Ärmel darüber rutschte sah Angua ein schwachglühendes Symbol an seinem rechten Handgelenk Jeder Tiefener hatte einen Draht als unverwechselbares Identitätsmerkmal in einer Welt verhüllter Gestalten Angua hatte gehört, dass sie aus unter die Haut tätowiertem Formblut bestanden Es klang schmerzhaft Karotte nahm Feurigs Hände kurz und ließ sie dann wieder los Danke, sagte er, als hätte das zwergische Zwischenspiel gar nicht stattgefunden Die beiden Zwerge eilten fort Die Wächter blieben allein in der Dunkelheit zurück Was hatte das alles zu bedeuten? fragte Angua Ich habe ihn nur beruhigt, erwiderte Karotte heiter Er griff in die Tasche Da wir jetzt am richtigen Ort sind, sollten wir ein wenig Licht machen Angua roch, wie seine Hand über die Wand strich, als malte er etwas Sie nahm den Duft von Schweinefleisch wahr Gleich wird's hell, sagte er Erhauptmann Karotte, dies ist nicht der Ort, wo... begann Sally Alles zu seiner Zeit, Obergefreite, sagte Karotte mit fester Stimme Derzeit beschränken wir uns darauf zu beobachten Aber ich muss dir sagen, später, Obergefreite, sagte Karotte etwas lauter Firma krabbelten an der offenen Tür, durch die sie hereingekommen waren und auch auf dem Boden Übrigens, äh, Sally Ist es für dich in Ordnung, wenn wir uns die Leiche ansehen? Na klar, dachte Angua Mach dir Sorgen um sie Ich bekomme es jeden Tag mit Blut zu tun Geh eine Meile mit meiner Nase Altes Blut ist kein Problem, Herr, erwiderte Sally Hier gibt es welches, aber... Ich schätze, sie haben eine Art Leichenschauhaus eingerichtet, sagte Karotte schnell Die Todesrieten sind... recht komplex Ein Leichenschauhaus? Eine Heimat fern der Heimat für dich, knurrte Anguas innerer Wolf Die Firma breiteten sich aus und krochen zielstrebig über die Wand Angua ging in die Hocke, um ihre Nase näher an den Boden heranzubringen Ich rieche Zwerge Viele Zwerge, dachte sie Trolle sind schwer zu riechen Vor allem tief im Boden Blut an der Keule Wie eine Blume Zwergenblut an der Keule Aber der Zwerengeruch ist hier überall Ich rieche... Moment mal, das erscheint vertraut Der Boden roch hauptsächlich nach Schlamm und Lehm Sie nahm Karottes Fußspuren wahr und ihre eigenen Es gab jede Menge Zwergengeruch und trotzdem konnte sie den Geruch ihrer Sorge erkennen Dies war also der Ort, wo man die Leiche gefunden hatte Aber diese Stelle Matsch hier war anders Sie war festgetreten, roch aber ebenso wie der schwere Ton oben beim Steinbruchweg Wer wohnte im Steinbruchweg? Die meisten Trolle von Ant Morpock Eine Spur Angua lächelte in der schwindenden Dunkelheit Und das Problem mit Spuren, wie Herr Mumm immer sagte Bestand darin, dass sie so leicht hinterlassen werden konnten Man konnte praktisch mit einem ganzen Eimer voll Spuren herumlaufen Die Dunkelheit schwand, weil es heller wurde Angua sah auf Dort, wo Karotte die Wand berührt hatte Zeigte sich ein großes, helles Symbol Er hat mit Fleisch darüber gestrichen Dachte Angua Und die Firma sind gekommen, um sich daran zu laden Feurig kehrte zurück, mit Helm gescheit dicht auf den Fersen Die Tür hier kann erneut geöffnet werden, aber leider Begann er und unterbrach sich dann Die Firma waren glücklich Sie strahlten hell, nach den Maßstäben des grün-weißen Glühens Hinter Karotte sahen sie jetzt einen matt glühenden Kreis Mit zwei diagonalen Linien, die ihn kreuzten Beide Zwerge starrten wie schockiert darauf Nun, sehen wir uns die Sache an Sagte Karotte, der überhaupt nichts zu bemerken schien Wir, äh, das Wasser, Wasser, nicht ganz wasserdicht, die anderen Türen Der Troll verursachte eine Überschwemmung, murmelte feurig, ohne den Blick vom Glühen abzuwenden Aber wir können wenigstens hier durchgehen, oder? Fragte Karotte höflich und deutete auf die geschlossene Tür Äh, ja, natürlich Der Verwalter eilte nach vorn und holte einen Schlüssel hervor Das entriegelte Rad ließ sich nicht leicht drehen Angua nahm sehr deutlich wahr, wie die Muskeln in Karottes nackten Armen glänzten und arbeiteten, als er die schwere Metalltür aufzog Oh nein, es konnte doch nicht schon so weit sein Es musste noch mindestens einen Tag dauern Bestimmt lag es an der Vampirin, die dort stand und so unschuldig wirkte Teile von Anguas Körper wollten zu einem Wolf werden, jetzt sofort, um sich zu verteidigen Auf der anderen Seite der Tür lag ein Raum mit Säulen Er roch feucht und unfertig An der Decke krabbelten Firma, doch der Boden war matschig und patschte bei jedem Schritt Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums bemerkte Angua eine weitere Tür und noch zwei in den Wänden auf der rechten und linken Seite Wir bringen Schutt nach draußen, sagte feurig Wir, äh, nehmen an, dass der Troll auf diesem Weg hereinkam Das war ein unverzeihlicher Fehler In seiner Stimme erklang noch immer Unbehagen Und niemand hat den Troll gesehen? fragte Karotte und trat nach dem Schlamm Nein, diese Räume sind fertig Die Gräber arbeiten woanders, aber sie kamen so schnell wie möglich hierher Wir glauben, dass der Grak diesen Ort aufsuchte, um allein zu sein Durch die zufällige Hand einer Abscheulichkeit zu sterben Glück für den Troll, bemerkte Angua scharf Er kam zufälligerweise hierher und stolperte zufälligerweise über Schinkenbrecher Karottes Stiefel stieß gegen etwas Metallisches Er trat noch etwas mehr Schlamm beiseite Ihr habt Schienen ausgelegt? fragte er Offenbar befördert ihr ziemlich viel Schutt Es ist leichter, ihn zu schieben, als ihn zu tragen Er widerte feurig Nun, ich habe dafür gesorgt, dass... Was ist dies? fragte Karotte Er ging in die Hocke und zog an einem hellen Gegenstand Scheint ein Knochen zu sein An einer Schnur befestigt Es gibt viele alte Knochen, sagte feurig Lasst uns jetzt! Mit einem Plupp löste sich der Knochen aus dem Boden und grinste sie im fahlen Licht an Er sieht nicht sehr alt aus, stellte Karotte fest Ein Atemzug genügte Angua Ein Schafsschädel, sagte sie Er war drei Monate alt Eine weitere Spur, dachte sie Und wir finden sie genau an der richtigen Stelle Könnte von dem Troll zurückgelassen worden sein, sagte Karotte Von einem Troll? brachte feurig hervor und wich zurück Mit einer solchen Reaktion hatte Angua nicht gerechnet Feurig war bereits nervös gewesen unter seiner dicken Hülle Aber jetzt schien er der Panik nahe Du hast doch gesagt, dass ein Troll den Krag angriff entgegnete Karotte Aber wir haben nie... äh... Das sehe ich zum ersten Mal Warum haben wir den Schädel nicht gefunden? Ist der Troll zurückgekehrt? Alle Türen sind geschlossen und verriegelt, sagte Karotte geduldig Das sind sie doch, oder? Aber wir haben den Troll hier bei uns eingesperrt? Feurigs Stimme war jetzt fast ein Kreischen Das solltet ihr eigentlich wissen, sagte Karotte Äh... Trolle fallen auf Ich muss Wächter holen! Feurig wich zu der einen offenen Tür zurück Der Troll könnte überall sein Vielleicht näherst du dich ihm gerade jetzt, sagte Angua Feurig verharrte für einen Moment, wimmerte dann leise und lief durch die Dunkelheit davon Helmgescheit folgte ihm Na, was sollen wir denn davon halten? Fragte Angua mit einem grässlichen Lächeln Und was hast du ihm auf Zwergisch gesagt? Du weißt, dass ich ein Zwerg in der Bruderschaft aller Zwerge bin? Ähm... Ähm... Mit empathischer Gewissheit kennst du mich Ich beachte die Riten des Zwergs Was... Wer bin ich? Ich bin die Vereinten Brüder Sagte Sally vorsichtig Ausgezeichnet, Obergefreite Lobte Karotte Das ist eine gute Übersetzung Ja... Hast du einen schlauen Gebissen? Fragte Angua Ich bin ein Schwarzbandler, Feldwebel Sagte Sally sanft Und ich habe ein natürliches Sprachtalent Während wir unter uns sind, Hauptmann Darf ich noch etwas anderes erwähnen? Natürlich Sagte Karotte Und versuchte neben einer der geschlossenen Türen das Rad zu drehen Ich glaube, hier ist viel verkehrt, Herr Feurig hat sehr seltsam auf den Schädel reagiert Warum sollte er glauben, dass nach all der Zeit noch immer ein Troll hier ist? Ein Troll, der in eine Zwergenmine gerät, kann viel Unheil anbauen Bevor man ihn aufhält Sagte Karotte Mit dem Schädel hat Feurig nicht gerechnet, fuhr Sally fort Ich habe gehört, wie sein Herz sehr schnell schlug Der Schädel hat ihn erschreckt Äh, und da ist noch mehr, Herr Hier gibt es viele Stadtzwerge, Hunderte Ich höre auch ihre Herzen Sechs Grax halten sich hier auf Ihre Herzen schlagen sehr langsam Und es sind noch andere Zwerge hier Seltsame und nur wenige Vielleicht zehn Das sind nützliche Hinweise, Obergefreite Vielen Dank Ja, und ich weiß nicht, wie wir bisher ohne deine Hilfe zurechtgekommen sind Sagte Angua Rasch ging sie zur anderen Seite des feuchten Raums, um nicht das Gesicht der Vampiren zu sehen Sie brauchte frische Luft Nicht den allgegenwärtigen, an allem haftenden, modrigen Kellergeruch Ihr Kopf war voller lauter Stimmen Die Enthaltsamkeitsliga Nicht eintropfen Glaubte das irgendjemand, auch nur für eine Sekunde Aber alle wollten es glauben, weil Vampire so charmant waren Natürlich waren sie das Es gehörte zu ihrer Vampirnatur Damit brachten sie Leute dazu, im schrecklichen Schloss zu übernachten Die Katze lässt das Mausen nicht, ist doch ganz klar Aber nein, schmück dich mit einem dämlichen schwarzen Band und lerne die Worte Lippen, die Blut berühren, sollen nie auf meine treffen Und sie fallen jedes Mal darauf herein Doch Wehrwölfe? Das waren nur traurige Ungeheuer Was spielte es für eine Rolle, dass das Leben ein täglicher Kampf mit dem inneren Wolf war? Was spielte es für eine Rolle, dass man sich zwingen musste, an jedem Laternenpfahl vorbeizugehen? Was spielte es für eine Rolle, dass man bei jeder kleinen Auseinandersetzung mit dem Drang kämpfte, alles mit einem Biss zu entscheiden? Es spielte keine Rolle, denn alle wussten, dass ein Geschöpf halb Wolf und halb Mensch eine Art Hund war Man erwartete von solchen Geschöpfen, dass sie sich ordentlich benahmen Ein Teil von Angua rief, dass dies nicht so war Dass es sich einfach nur um PLT und die bekannten Auswirkungen einer Vampirpräsenz handelte Aber angesichts der Gerüche um sie herum, deren Intensität etwas Massives gewann Wollte sie nicht auf diese Stimme hören Sie wollte die Welt riechen und kletterte praktisch in ihre eigene Nase Aus diesem Grund gehörte sie schließlich der Wache an Wegen ihrer Nase Ein neuer Geruch, ein neuer Geruch Scharfes Blaugrau von Flechten Die braunen und violetten Töne von altem Aas Zwischentöne von Holz und Leder Selbst als voller Wolf hatte sie die Luft nie so forensisch wahrgenommen wie jetzt Und noch etwas Etwas Scharfes und Chemisches Die Luft war erfüllt vom Geruch nach Moder und Zwergen Aber diese kleinen Spuren stießen so durch sie hindurch wie die Klänge einer Piccolo-Flöte durch ein Requiem Und sie formten etwas Troll Krächzte Angua Nicht, bist du sicher, zu fragen, bevor er versuchte, das Rad zu drehen Vergeblich Die Tür war verriegelt Ich glaube nicht, dass Wasser dahinter ist, sagte er Ach, tatsächlich, brachte Angua hervor Wir sollten nur daran Gehindert werden, den Weg fortzusetzen Karotte drehte sich um Eine Gruppe aus Zwergen näherte sich, hielt auf die Tür zu und schien das Trio von der Stadtwache überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen Lass sie nicht als Erste hindurch Presste Angua zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor Die Spur ist schwach Karotte zog mit der einen Hand sein Schwert und hob mit der anderen die Dienstmarke Stadtwache, donnerte er Bitte lass die Waffen sinken, danke Die Zwerge wurden langsamer, was in dieser Situation wie üblich bedeutete, dass die weiter hinten Laufenden gegen die vorn Zögernden stießen Hier ist ein Verbrechen geschehen, verkündete Karotte Ich bin noch immer der Schmelzer Herr Feurig, bist du da? Stehen Wächter auf der anderen Seite dieser Tür? Feurig schob sich durch das Gedränge nach vorn Nein, ich glaube nicht Ist der Troll noch dahinter? Karotte sah zu Sally, die kurz mit den Schultern zuckte Vampire hatten nie die Fähigkeit entwickelt, das Schlagen von Trollherzen zu hören Bitte schließ die Tür auf Vielleicht können wir noch eine Spur finden Hauptmann Karotte, du weißt, dass die Sicherheit der Mine immer an erster Stelle steht Erwiderte Feurig Natürlich musst du die Verfolgung aufnehmen Aber zuerst öffnen wir die Tür und vergewissern uns, dass auf der anderen Seite keine Gefahr droht Das musst du uns zugestehen Lass sie, flüsterte Angua Dann ist der Geruch klarer Kein Problem für mich Karotte nickte und antwortete ebenso leise Bravo Angua hätte am liebsten mit dem Schwanz gewedelt und Karottes Gesicht geleckt Der Hundeteil von ihr erledigte das Denken Du bist ein guter Hund Es war wichtig, ein guter Hund zu sein Karotte zog sie beiseite, als sich zwei Zwerge entschlossen der Tür näherten Aber der Troll ist längst fort Murmelte sie, als den ersten beiden Zwergen zwei weitere folgten Die Fährte ist mindestens zwölf Stunden alt Was haben sie vor? Fragte sich Karotte selbst Die beiden anderen Zwerge trugen von Kopf bis Fuß Leder wie feurig Aber darüber noch ein Kettenhemd Die Helme waren nicht verziert Bedeckten den ganzen Kopf und auch das Gesicht Ließen nur einen Schlitz für die Augen Jeder Zwerg hatte einen großen schwarzen Kasten auf dem Rücken Und hielt eine Lanze in der Hand Oh nein, sagte Karotte Doch nicht hier unten Auf einen knappen Befehl hin wurde die Tür geöffnet Und dahinter erstreckte sich nur Dunkelheit Die Lanzen spuckten Flammen, lang und gelb Und die schwarzen Zwerge gingen langsam hinter ihnen her Dichter, schmieriger Rauch füllte die Luft Angua verlor das Bewusstsein Dunkelheit Sam Mum mühte sich den Hügel hinauf Müde bis in die Knochen Es war warm Wärmer, als er erwartet hatte Schweiß brannte in seinen Augen Wasser platzte unter seinen Füßen Und die Stiefel rutschten immer wieder Und weiter oben am Hang schrie ein Kind Er wusste, dass es schrie Mum hörte sich keuchen und fühlte, wie sich seine Lippen bewegten Aber er verstand nicht die Worte, die er immer wieder sprach Die Dunkelheit fühlte sich wie kalte Tinte an Ranken von ihr zerrten an seinem Geist und seinem Körper Sie ließen ihn langsamer werden, zogen ihn zurück Und jetzt näherten sie sich mit Flammen Mum blinzelte und stellte fest, dass er in den Kamin starrte Die Flammen züngelten friedlich Kleidung raschelte, als Sibyl ins Zimmer zurückkehrte Platz nahm und nach ihren Stopfsachen griff Er beobachtete sie benommen Sie stopfte seine Socken Es gab Bedienstete, aber sie stopfte seine Socken Nicht, dass es ihnen an Geld mangelte Und er sich nicht jeden Tag ein neues Paar Socken leisten konnte Aber Sibyl sah darin eine ihrer ehelichen Pflichten Und deshalb stopfte sie die Socken Es war tröstlich, auf eine sonderbare Art und Weise Schade nur, dass sie sich nicht sonderlich gut aufs Sockenstopfen verstand Mum bekam Sockenfersen, die aus einer dicken Ansammlung Von kreuz und quer verlaufenden Wollfäden bestanden Er trug sie trotzdem und kam nie darauf zu sprechen Eine Waffe, die Flammen abfeuert, sagte er langsam Ja, Herr, bestätigte Karotte Zwerge haben Waffen, die Flammen schleudern Die Tiefener benutzen sie, um Ansammlungen von Grubengas zu verbrennen, erklärte Karotte Hier habe ich sie nicht erwartet Es ist eine Waffe, wenn irgendein Mistkerl sie auf mich richtet, sagte Mum Mit wie viel Methan haben sie in Angmorpog gerechnet? Hä? Manchmal in einem heißen Sommer fängt sogar der Flussfeuer Na schön, zugegeben, räumte Mum widerstrebend ein Sorg dafür, dass alle Bescheid wissen Wenn jemand mit einem solchen Ding an der Oberfläche erscheint, wird zuerst geschossen Und es hat keinen Sinn, später Fragen zu stellen Meine Güte, das hat uns gerade noch gefehlt Hast du noch etwas zu berichten, Hauptmann? Anschließend haben wir uns Schinkenbrechers Leiche angesehen, fuhr Karotte fort Was soll ich sagen? Am Handgelenk fanden wir den Draft, der ihn identifiziert Und die Haut war sehr blass An seinem Hinterkopf hatte er eine schreckliche Verletzung Es soll Schinkenbrecher gewesen sein, aber ich kann es nicht beweisen Was ich sagen kann, ist dies Er starb nicht dort, wo die Tat begangen worden sein soll Und er starb auch nicht zum angegebenen Zeitpunkt Warum? fragte Mum Das Blut, Herr, sagte Sally Es hätte überall Blut sein müssen Ich habe mir die Wunde angesehen Als die Keule den Kopf traf, war der Zwerg bereits tot Und er wurde nicht in dem Tunnel umgebracht Mum atmete mehrmals tief durch Es gab hier so viel üblen Kram, dass man einen Schrecken nach dem anderen parieren musste Ich bin besorgt, Hauptmann, sagte er Und weißt du warum? Weil ich das Gefühl habe, dass man mich bald auffordern wird, zu bestätigen, dass alles nach einem Troll als Täter aussieht Und wenn ich das sage, mein Freund, verkünde ich praktisch den Beginn eines Krieges Du hast uns aufgefordert zu ermitteln, Herr, sagte Karotte Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du mit dem falschen Resultat zurückkehrst Die ganze Sache stinkt Der Ton vom Steinbruchweg wurde dort platziert Ja, das muss der Fall sein Trolle reinigen ihre Füße kaum, aber dass sie nach einem so weiten Weg immer noch Erdbrocken zurücklassen, halte ich für sehr unwahrscheinlich Und Trolle trennen sich auch nicht einfach so von ihrer Keule, knurrte Mumm Ein abgekartetes Spiel Und dann stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Troll dahinter steckt War Angor sicher? Kein Zweifel, Herr, antwortete Karotte Wir haben ihrer Nase immer getraut Tut mir leid, Herr, sie brauchte frische Luft Sie hat ihre Sinne sehr angestrengt und bekam die Lungen voll Rauch Kann ich mir denken, sagte Mumm Teufel, dachte er Wir waren dicht vor der Stelle, an der ich Lord Veterinary gesagt hätte Irgendein Dilettant scheint versucht zu haben, den Mord einem Troll in die Schuhe zu schieben Und jetzt stellt sich heraus, dass wirklich ein Troll dahinter steckt Da kann man mal sehen, wie sehr man sich auf Beweismittel verlassen kann Sally hüstelte höflich Feurig war schockiert und voller Angst, als der Hauptmann den Schädel fand, Herr, sagte sie Seine Reaktion war nicht gespielt, da bin ich sicher Er schien vor Entsetzen dem Zusammenbruch nahe zu sein Und das galt auch für Helm gescheit Danke für den Hinweis, Obergefreite, sagte Mumm ernst Vermutlich werde ich ähnlich empfinden, wenn ich mit einem Megafon nach draußen gehe und rufe Hallo Jungs, willkommen bei der Wiederaufführung des Komentals Lasst es hier in Angmorpork stattfinden Ich glaube, du solltest es nicht auf diese Weise ausdrücken, Herr, wandte Karotte ein Na schön, wenn du meinst Ich werde versuchen, meine Worte mit etwas mehr Zurückhaltung zu wählen, sagte Mumm Und es wäre mindestens der sechzehnte nach dem Komental benannte Kampf, fügte Karotte hinzu Beziehungsweise der siebzehnte, wenn man den am Grimmigpass mitzählt, der eigentlich nur ein Tumult gewesen ist Nur drei davon fanden im ursprünglichen Komental statt, das Schlingel auf seinem berühmten Gemälde verewigt hat Die Darstellung soll sehr genau sein Natürlich hat er Jahre dafür gebraucht Ein bemerkenswertes Werk, kommentierte Sibyl, ohne vom Sockenstopfen aufzusehen Das Gemälde befand sich im Besitz meiner Familie, bevor wir es dem Museum gegeben haben Ist der Fortschritt nicht eine wundervolle Sache, Hauptmann, sagte Mumm und legte möglichst viel Sarkasmus in seine Worte, da Karotte diesen nur schwer erkannte Wenn wir unser Komental haben, braucht unser Freund Otto nur den Bruchteil einer Sekunde, um eine Farbikonografie davon anzufertigen Toll! Es ist lange her, seit diese Stadt zum letzten Mal niedergebrannt wurde Er hätte sofort in Aktion treten sollen Früher wäre er dazu bereit gewesen Aber jetzt sollte er vielleicht diese wertvollen Momente nutzen, um herauszufinden, in welche Art von Aktion er hätte treten sollen Mumm versuchte nachzudenken Stell dir nicht alles als einen großen Eimer voller Schlangen vor Nimm dir jeweils eine Schlange Versuch zunächst Klarheit zu schaffen Was muss als erstes getan werden? Alles Na schön, versuch es auf andere Weise Was hat es mit den Minenzeichen auf sich? Fragte er Helmgescheitert eins gezeichnet Und ich habe eins an der Wand gesehen Und du hast eins gemalt Die folgende Dunkelheit Sagte Karotte Ja, das Symbol war überall Was bedeutet es? Furcht, Herr Antwortete Karotte ernst Eine Warnung vor schrecklichen Dingen, die bevorstehen Es wird Schreckliches passieren, wenn einer der kleinen Kerle mit einer Flammenwaffe nach oben kommt Aber du meinst, sie kritzeln es an die Wände? Karotte nickte Du musst eine Zwergenmiene verstehen, Herr Es ist eine Art emotionales Treibhaus, wie es Mumm verstand, obwohl ein Zwerg es nie so beschreiben würde Menschen würden verrückt werden, wenn sie auf solche Weise leben müssten Zusammen gepfercht, ohne Privatsphäre, ohne Stille Jeden Tag die gleichen Gesichter über Jahre Und da es in der Nähe viele scharfe und spitze Gegenstände gab Wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Blut von der Decke tropfte Zwerge schnappten nicht über Sie blieben nachdenklich, melancholisch und auf die Arbeit konzentriert Aber sie kritzelten Minenzeichen Es war wie eine inoffizielle Wahl, bei der man mit Graffiti abstimmte Und auf diese Weise seine Ansichten über die Ereignisse kundtat In der Enge einer Mine wurden kleine Probleme zu den Problemen aller Und Stress sprang wie ein Blitz von Zwerg zu Zwerg Die Zeichen leiteten ihn ab Sie waren ein Ventil, eine Möglichkeit zu zeigen, was man fühlte, ohne jemanden herauszufordern Wegen der spitzen und scharfen Gegenstände Die folgende Dunkelheit Wir erwarten das, was folgt mit Furcht Eine andere Übersetzung könnte lauten Bereut, ihr Sünder Es gibt hunderte von Runen für Dunkelheit, sagte Karotte Einige davon gehören zum gewöhnlichen Zwergischen, wie das lange Dunkel Davon gibt es jede Menge, aber einige sind mystisch, vermutete Mumm Unglaublich mystisch, Herr Viele Bücher beschreiben sie Und die Art und Weise, in der Zwerge von Büchern, Worten und Runen denken Ach, du würdest es nicht glauben, Herr Sie glauben, die Welt sei geschrieben worden, Herr Alle Worte haben große Macht Ein Buch zu zerstören ist schlimmer, als einen Tiefener zu ermorden Das ist mir bereits klar geworden, sagte Tafelwart Mumm Manche Tiefener glauben, dass die dunklen Zeichen real sind, fuhr Karotte fort Wenn man die Zeichen an der Wand sehen kann, begann Mumm Real im Sinne von lebendig, Herr, sagte Karotte Als existierten sie irgendwo im Dunkel unter der Welt Und sie bewirken, dass sie geschrieben werden Es gibt die wartende Dunkelheit Das ist die Dunkelheit, die ein neues Loch füllt Die schließende Dunkelheit, darüber weiß ich nichts, aber Es gibt auch eine öffnende Dunkelheit Die atmende Dunkelheit ist recht selten Die rufende Dunkelheit ist sehr gefährlich Die sprechende Dunkelheit, die fangende Dunkelheit Die geheime Dunkelheit, das Zeichen dafür habe ich schon einmal gesehen Sie sind alle soweit in Ordnung, aber die folgende Dunkelheit ist ein sehr schlimmes Symbol Ich habe gehört, wie die älteren Zwerge darüber sprachen Sie meinten, es könnte Lampen ausgehen lassen und noch viel Schlimmeres zufolge haben Wenn Zwerge damit beginnen, dieses Symbol zu zeichnen, ist die Situation außerordentlich ernst Das ist alles sehr interessant, aber in der Mine liegen die Nerven blank, Herr Die Spannung ist enorm Angua meinte, sie konnte es riechen Und ich habe es gefühlt, Herr Ich bin in einer Mine aufgewachsen Wenn etwas verkehrt ist, steckt es alle an An solchen Tagen stellte mein Vater alle Bergbauarbeiten ein Sonst gibt es zu viele Unfälle Die Zwerge sind außer sich vor Sorge, Herr Die Zeichen der folgenden Dunkelheit sind überall Wahrscheinlich stammen sie von den Zwergen, die die Tiefen an ihre Dienste genommen haben Sie spüren, dass etwas vollkommen falsch läuft Aber das Einzige, das sie tun können, ist, dieses Symbol zu zeichnen Jemand hat den obersten Grack ermordet Ich spüre die Atmosphäre in der Mine, Herr Jeder Zwerg kann das Und in diesem Fall ist die Atmosphäre ranzig vor Furcht und schrecklicher Verwirrung Und es gibt schlimmere Dinge in den Tiefen als die folgende Dunkelheit Vor seinem inneren Auge sah Mumm rachsüchtige Finsternis Die wie eine Flutwelle durch Tunnel strömte, schneller als jemand laufen konnte Was natürlich dumm war Man konnte Dunkelheit nicht sehen Nicht sehen Moment mal Manchmal war das doch möglich Damals in der alten Zeit Während der langen nächtlichen Streifengänge Und als niemand Geld für Laternen gehabt hatte Waren ihm alle Schattierungen von Dunkelheit vertraut gewesen Manchmal erlebte man eine so dichte Dunkelheit Dass man fast das Gefühl hatte, sich durch sie schieben zu müssen In solchen Nächten wurden Pferde unruhig und Hunde jaulten Und drüben im Schlachthausviertel brachen die Tiere aus den Pferchen aus Sie waren unerklärlich Ebenso wie die Nächte, die erstaunlich hell und silbrig wirkten Selbst ohne Mond am Himmel Damals hatte Mumm gelernt, seine kleine Wächterlaterne nicht zu benutzen Licht behinderte das Sehvermögen nur, indem es blendete Man starrte in die Dunkelheit, bis sie zwinkerte Man rang sie mit dem Blick nieder Ich fürchte, ich verstehe dies nicht ganz, Hauptmann, sagte Mumm Ich bin nicht in einer Mine aufgewachsen Zeichnen Zwerge die Symbole, weil sie glauben, dass schlimme Dinge geschehen könnten Und weil sie diese Ereignisse verhindern möchten? Oder glauben sie, dass die Mine schlimme Dinge verdient hat? Oder geht es vielleicht darum, mit den Zeichen Schlimmes herbeizurufen? Alle drei Möglichkeiten sind denkbar, gleichzeitig, sagte Garotte und verzog das Gesicht Es kann sehr leidenschaftlich zugehen, wenn es in einer Mine schlimm wird Meine Güte! Es kann richtig schrecklich sein, Herr, glaub mir Aber niemand würde jemals das Schlimmste aller Symbole zeichnen und es geschehen lassen wollen Das Zeichnen allein genügt ohnehin nicht Man müsste es mit dem allerletzten Atemzug wollen Und welches Symbol ist das? Das möchtest du nicht wissen, Herr? Doch, ich habe danach gefragt, erwiderte Mumm Nein, du möchtest es nicht wissen, Herr, wirklich nicht Mumm wollte schreien Überlegte es sich dann anders und dachte nach Nein, ich glaube, ich möchte es wirklich nicht wissen, pflichtete er Karotte bei Diese Sache dreht sich um Hysterie und Mystizismus Es ist nichts weiter als sonderbare Volkskunde Zwerge glauben daran, ich nicht Wie hast du die Firma dazu gebracht, das Zeichen zu formen? Ganz einfach, Herr Man wisst mit einem Stück Fleisch über die Wand Das ist ein Festschmaß für die Firma Ich wollte feurig ein wenig durcheinander bringen, ihn nervös machen, so wie du es mich gelehrt hast Ich wollte ihm zeigen, dass ich über Zeichen Bescheid weiß Immerhin bin ich ein Zwerg Hauptmann, dies ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, dich darauf hinzuweisen, aber... Oh, ich weiß, dass die Leute lachen, Herr Ein 1,80 großer Zwerg Aber ein Mensch zu sein bedeutet einfach nur, dass man menschliche Eltern hat Das ist leicht Ein Zwerg zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass man Zwergeneltern hat Obwohl das ein guter Anfang ist Es bedeutet auch nicht, klein zu sein Es geht dabei um gewisse Dinge, die man tut Um gewisse Zeremonien Ich habe sie vollzogen Deshalb bin ich ein Mensch und ein Zwerg Den Tiefen dann fällt es ein wenig schwer, damit klar zu kommen Wird es hier wieder mystisch? Fragte Mum müde Ja, Herr Karotte hüstelte Mum erkannte dieses besondere Hüsteln Es bedeutete, dass der Hauptmann schlechte Nachrichten hatte Und überlegte, welche Form er ihnen geben sollte, damit sie in Mums bedrängten Kopf passten Hör raus damit, Hauptmann Äh, dieser kleine Bursche erschien Sagte Karotte und öffnete die Hand Der Stachelbeerkobalt setzte sich auf Ich bin den ganzen Weg gelaufen, hier nahmen Einfügen Verkündete er stolz Wir haben ihn bemerkt, als er durch den Rinnstein lief Sagte Karotte Er war nicht schwer zu sehen mit dem hellgrünen Glühen und so Mum holte den Stachelbeerkasten hervor und legte ihn auf den Boden Der Kobalt kletterte hinein Das tut gut, sagte er Frag mich bloß nicht nach Ratten und Katzen Sie haben dich gejagt? Aber du bist doch ein magisches Geschöpf, sagte Mum Das wissen die Ratten und Katzen nicht, erwiderte der Kobalt Nun, worum ging es noch? Oh ja, du hast mich nach den Stinkekarren gefragt Während der vergangenen drei Monate betrug die zusätzliche Honigwagenladung im Durchschnitt 40 Tonnen pro Nacht 40 Tonnen? Die würden ein großes Zimmer füllen Warum haben wir nichts davon erfahren? Ihr habt davon erfahren, hier Namen Einfügen? Sagte der Kobalt Aber die Wagen rollen durch alle Tore hinaus Und vermutlich hat kein Wächter mehr als ein oder zwei zusätzliche Karren bemerkt Ja, aber sie haben jede Nacht Berichte geschickt Warum ist uns nichts aufgefallen? Eine peinliche Pause folgte Der Kobalt hüstelte Niemand liest die Berichte hier Namen einfügen Sie scheinen das zu sein, was wir vom Fach nur geschrieben Dokumente nennen Sollte sie nicht jemand lesen? Fragte Mum Wieder entstand eine laute Stille Ich glaube, sie sollten von dir gelesen werden, Schatz Sagte Sibyl, während sie weiterstopfte Aber ich bin der Kommandeur Protestierte Mum Ja, Schatz, darum geht es ja Ich kann doch nicht meine ganze Zeit damit verbringen, Papiere hin und her zu schieben Dann stell jemanden ein, der das für dich erledigt, Schatz Sagte Sibyl Kann ich das? Fragte Mum Ja, Herr Antwortete Karotte Du bist der Kommandeur Mum sah den Kobalt an, der ihm ein Zettel bereitwilliges Lächeln schenkte Kannst du meinen ganzen Eingangskorb? Boden, murmelte Sibyl Durchgehen und mir sagen, was wichtig ist? Sehr gern hier Namen einfügen Ich habe nur eine Frage hier Namen einfügen Was ist wichtig? Die Tatsache, dass die Stinke-Karrenfahrer viel mehr Zeug aus der Stadt bringen, ist doch verdammt wichtig Das weiß ich nicht hier Namen einfügen Entgegnete der Kobalt Ich denke nicht viel, aber ich vermute dies Wenn ich dich vor einem Monat darauf hingewiesen hätte, wäre ich von dir aufgefordert worden, meinen Kopf in einen Entenhintern zu stecken Das stimmt vermutlich Mum nickte Hauptmann Karotte? Ha? Sagte Karotte und saß gerade Wie ist die Lage auf der Straße? Trollgruppen sind den ganzen Tag durch die Stadt gewandert Und auch Zwerge Derzeit halten sich ziemlich viele Zwerge auf dem Hier gibt's alles Platz auf Und die Trolle versammeln sich auf dem Platz der gebrochenen Monde Von wie vielen sprechen wir hier? Fragte Mum Von etwa tausend insgesamt Natürlich haben sie getrunken Also sind sie genau in der richtigen Stimmung für einen Kampf Ja, Herr Bestätigte Karotte Sie sind betrunken genug, um dumm zu sein Aber noch zu nüchtern, um umzufallen Interessante Beobachtung, Hauptmann Sagte Mum nachdenklich Ja, Herr Es heißt, dass sie um neun beginnen wollen Wie ich hörte, sind Vorbereitungen getroffen worden Dann denke ich, dass sich vor der Dämmerung Polizisten im Kahn einfinden sollten Direkt zwischen ihnen Sagte Mum Gib den Wachhäusern Bescheid Das habe ich bereits, Herr Erwiderte Karotte Und organisiere Barrikaden Schon erledigt, Herr Und hast du auch die Hilfspolizisten benachrichtigt? Vor einer Stunde, Herr Mum zögerte Ich muss zur Stelle sein, Hauptmann Wir sollten eigentlich genug Leute haben, Herr Sagte Karotte Aber ihr habt nicht genug Kommandeure Hielt ihm Mum entgegen Wenn mich Veterinary morgen fertig macht, weil es im Stadtzentrum zu einem Tumult kam So möchte ich ihm nicht sagen müssen, dass ich einen ruhigen Abend daheim verbracht habe Er wandte sich seiner Frau zu Entschuldige bitte, Sibyl Lady Sibyl seufzte Ach, ich glaube, ich sollte mit Havelock darüber reden, dass er dich zu lange arbeiten lässt, sagte sie Es ist nicht gut für dich, weißt du? Der Job verlangt es, Schatz Zum Glück habe ich die Köchin angewiesen, eine Reiseflasche mit Suppe vorzubereiten Das hast du? Natürlich Ich kenne dich, Sam Und es liegt ein Beutel mit Broten bereit Hauptmann Karotte, du wirst dafür sorgen, dass er den Apfel und die Banane isst Dr. Rasen meint, er muss mindestens fünf Stück Obst oder Gemüse jeden Tag essen Mum richtete einen durchdringenden Blick auf Karotte und Sally und versuchte, diese Warnung zu übermitteln Der erste von ihnen, der zu lächeln wagte oder dies jemals irgendjemandem verriet, würde es bitter bereuen Und übrigens, Tomatenketchup ist kein Gemüse, fügte Lady Sibyl hinzu Nicht einmal der trockene Teil ganz oben an der Flasche Worauf wartet ihr noch? Es gibt da etwas, das ich im Beisein ihrer Ladyschaft nicht erwähnen wollte, sagte Karotte, als sie zum Wachhaus am Pseudopolisplatz eilten Ähm, Holper ist tot, Herr Wer ist Holper? Obergefreiter Horatio Holper, er bekam gestern einen Stein an den Kopf, als wir bei der Versammlung waren Als es zu dem, äh, Aufruhr kam Er wurde zum Gratishospital gebracht Bei den Göttern, sagte Mum Es scheint eine Woche her zu sein Er war erst seit zwei Monaten bei uns Im Hospital heißt es, sein Gehirn ist gestorben, Herr Ich bin sicher, dass man sich dort alle Mühe gegeben hat Haben wir uns alle Mühe gegeben? Fragte sich Mum Aber es war ein verdammtes Durcheinander gewesen Und der Ziegelstein war aus dem Nichts gekommen Er hätte auch mich treffen können oder Karotte Stattdessen hatte er einen jungen Burschen getroffen Was soll ich seinen Eltern sagen? Dass er in Erfüllung seiner Pflicht starb? Aber es hätte nicht seine Pflicht sein dürfen, eine Gruppe blöder Bürger daran zu hindern, über eine andere Gruppe blöder Bürger herzufallen Es gerät außer Kontrolle Wir sind nicht genug Und jetzt sind wir noch weniger Morgen spreche ich mit seiner Mutter und seinem Pfarr Begann er und dann fiel es ihm endlich ein Hat er nicht Hatte er nicht einen Bruder in der Wache? Ja, Herr, sagte Karotte Obergefreiter Hector, Holper, Herr Sie sind zusammen zu uns gekommen Er ist unten in der Kröselstraße Sprich mit seinem Feldwebel und sag ihm, dass Hector heute Nacht nicht auf die Straße darf, klar? Ich möchte, dass er die Freuden der Büroarbeit kennenlernt Möglichst in einem Keller Und mit einem großen Helm auf dem Kopf Ich verstehe, Herr, sagte Karotte Wie geht es Angua? Ich glaube, es wird ihr besser gehen, wenn sie sich ein wenig ausgeruht hat, Herr Die Miene hat sie arg mitgenommen Das tut mir sehr, sehr leid, begann Sally Es ist nicht deine Schuld, Obergefreiter Sally, sagte Mum Es war meine Ich kenne die Sache mit Vampiren und Wehrwölfen, aber ich habe euch beide dort unten gebraucht Es war eine von diesen Entscheidungen Ich schlage vor, du nimmst dir den Abend frei Nein, ich befehle es Du hast an deinem ersten Tag sehr gute Arbeit geleistet Geh jetzt, leg dich hin Oder was auch immer Sie sahen ihr nach und setzten den Weg erst fort, als sie außer Sicht war Sie ist sehr gut, Herr, sagte Karotte Sie lernt schnell Ja, sehr schnell Erwiderte Mum nachdenklich Ich kann deutlich erkennen, dass sie uns von Nutzen sein wird Kommt dir das nicht ein wenig seltsam vor, Hauptmann? Plötzlich ist sie da, genau zum richtigen Zeitpunkt Sie ist schon seit zwei Monaten in Altmorpork, sagte Karotte Und die Liga birgt für sie Zwei Monate, wiederholte Mum Genauso lange wie Schinkenbrecher Und wenn man Dinge herausfinden möchte, ist man bei uns an der richtigen Adresse Wir sind offizielle Schnüffler Herr, du glaubst doch nicht, ich bin sicher, dass sie zu den Schwarzbandern gehört, aber ich bezweifle, dass ein Vampir den ganzen weiten Weg von Überwald hierher kommt, um Cello zu spielen Mum sah kurz ins Leere und fragte dann nachdenklich Arbeitet nicht einer der Hilfspolizisten bei den Klackern? Andy Hancock, Herr, sagte Karotte Lieber Himmel, du meinst zwei Schwerter? Das ist er, ja, sehr eifriger Bursche Ja, ich habe die Berichte gelesen Normalerweise hält eine Übungspuppe mehrere Monate Wir erwarten nicht, dass drei von ihnen in einer halben Stunde in Stücke gehauen werden Er müsste jetzt im Wachhaus sein, Herr Möchtest du mit ihm reden? Nein, rede du mit ihm Mum senkte die Stimme Genauso Karotte Sie flüsterten Dann fragte Karotte Ist das legal? Streng genommen? Wahrscheinlich nicht, finden wir es heraus Dieses kleine Gespräch hat nicht stattgefunden, Hauptmann Verstanden, Herr? Bei den Göttern Es war viel besser, als es nur vier von uns gab Und wir gegen den verdammten Drachen kämpfen mussten Dachte Mum, als sie weitergingen Zugegeben, einige Male wären wir fast bei lebendigem Leib verbrannt worden Aber wenigstens war es damals nicht kompliziert Es war ein verdammt großer Drache Man konnte ihn kommen sehen Es wurde nicht politisch Als sie den Pseudopolisplatz erreichten, fiel ein leichter, beharrlicher Regen Eins musste Mum Karotte zugestehen Wenn auch widerstrebend Er verstand es zu organisieren Überall herrschte rege Betriebsamkeit Ganze Wagenladungen gelber und schwarzer Absperrungen kamen aus der alten Limonadenfabrik Wächter eilten von allen Straßen herbei Ich habe mich sehr bemüht, alles in Bewegung zu setzen, Herr, sagte Karotte Weil ich es für wichtig hielt Gute Arbeit, Hauptmann, erwiderte Mum, während sie wie Inseln in der Flut standen Aber ich glaube, du hast da beim Vorausplanen einen kleinen Aspekt übersehen Tatsächlich, Herr? Ich dachte, ich hatte alles berücksichtigt, sagte Karotte verwundert Mum klopfte ihm auf den Rücken Diese eine Sache vermutlich nicht, sagte er Und in Gedanken fügte er hinzu Weil du Hauptmann bist und kein Mistkerl Verwirrt und ziellos wandert der Troll durch die Welt In Ziegels Kopf hatte es gegongt Eigentlich wollte er dies alles gar nicht Aber er war in schlechte Gesellschaft geraten Er geriet oft in schlechte Gesellschaft Obwohl er manchmal einen ganzen Tag nach ihr suchen musste Denn Ziegels war ein Verlierer unter Verlierern Ein Troll ohne Clan oder Bande, der selbst von anderen Trollen für dumm gehalten wurde Solch ein Troll musste sich mit jeder schlechten Gesellschaft begnügen, die er finden konnte In diesem Fall hatte er vollkommen Schlacke, harter Kern und großer Marmor gefunden Und es einfacher gewesen war, sich ihnen anzuschließen als nicht bleiben bei ihnen Und sie sich jetzt zusammengeschlossen mit noch mehr Trollen Du es so sieh, dachte Ziegel, als er dahin wankte und Bandenlieder mit einer gewissen Verzögerung sang, weil er den Text nicht kannte Da schön, zu sein in der Mitte dieses Troll-Mobs kein Verkriechen, das feststeht Aber vollkommen Schlacke gesagt haben, dass auch die Wache sucht nach dem, der unten in Mine gewesen ist Und wenn man es überlegt sich, für einen Troll es ein besseres Versteck gibt als mitten unter Trollen Denn die Wache sucht in den Kellern, woherum hängen die wirklich fiesen Trolle Sie nicht suchen würde hier Und wenn doch, und wenn sie zeigt mit dem Finger auf mich Dann mir alle diese Trollbrüder helfen werden Was den letzten Teil betraf, war er tief in seinem Herzen nicht ganz sicher Sein vermutlich negativer IQ, das komplette Fehlen von Anerkennung bei seinen Artgenossen So wie die permanente Neigung, alles zu schnupfen, zu lutschen oder zu kiffen Das versprach, sein Gehirn ein wenig auf Vordermann zu bringen Bedeuteten, dass ihn sogar die Zehntes-Eistraße-uns-Fällt-kein-Name-Einbande Zurückgewiesen hatte Deren Mitglieder selbst bei blöden Trollen als überaus blöd galten Nein, es war schwer, sich Trolle vorzustellen, die an Ziegels Situation Anteil nahmen Aber derzeit, dies waren Brüder, die einzigen in der Stadt Ziegels stieß den Troll an, der neben ihm wankte Er trug eine Halskette aus Schädeln, Graffiti-Verzierungen, schmückende Flechten und eine riesige Keule Respekt, Bruder, sagte er Warum du nicht gehst und ich selbst guck, Ziegel, du kleines Stück Koprolit, brummte der Troll Ja, danke, erwiderte Ziegel Das Hauptbüro war voller Leute, aber Mumm bahnte sich einen Weg durch das Gedränge, bis er den Schreibtisch des Wachoffiziers erreichte, der belagert zu werden schien Es sieht schlimmer aus, als es ist, Herr, rief Grinzi im Lärm Die Tritus und Obergefreiter Flussspat sind im Kahn, zusammen mit den drei Golemwächtern Wir haben dort Aufstellung bezogen Die beiden Gruppen haben noch nichts bemerkt Sie sind zu sehr damit beschäftigt, sich in Schwung zu bringen Gute Arbeit, Feldwebel Grinzi beugte sich herab und senkte die Stimme Mumm musste sich an dem hohen Schreibtisch festhalten, um nicht von der Menge fortgedrängt zu werden Fred Collan verpflichtet die Hilfspolizisten in der alten Limonadenfabrik her Und Herr de Vorde von der Times sucht dich Tut mir leid, Feldwebel, den letzten Teil habe ich nicht verstanden, sagte Mumm laut Die Limonadenfabrik? In Ordnung Er drehte sich um und fiel fast über Herrn A.E.Pessimal, der ein Klemmbrett in der Hand hielt Ah, euer Gnaden, es gibt da einige kleine Angelegenheiten, die ich mit dir besprechen möchte, sagte der glänzende kleine Mann Mumms Mund klappte auf Und du hältst dies für den geeigneten Zeitpunkt, brachte er hervor Ein Wächter, der ein Bündel Schwerter trug, stieß gegen ihn Nun ja, ich bin auf einige finanzielle und verfahrensrechtliche Probleme gestoßen, sagte A.E.Pessimal ruhig Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich genau verstehe, was Mumm lächelte furchtbar und ergriff ihn an der Schulter Ja, genau, absolut, rief er Mein lieber Herr Pessimal, was habe ich nur gedacht? Du musst verstehen! Bitte komm mit mir! Er zog den verwirrten Mann halb durch die Hintertür, hob ihn aus der Bahn eines rollenden Wagens, zerrte ihn über den Platz und auf den Hof der alten Fabrik, wo die Hilfspolizisten ausgerüstet wurden Eigentlich bildeten sie die Stadtmiliz, aber wie Kollern es ausgedrückt hatte Sie sollen besser hier bei uns mit sich selbst Scheiße bauen, als dort draußen mit uns Die Hilfspolizisten waren Männer, die meisten von ihnen, die im Notfall zum Polizeidienst herangezogen werden konnten sich aber aufgrund von Gestalt, Beruf, Alter oder manchmal auch Intelligenz nicht dafür eigneten, offizielle Angehörige der Wache zu werden Viele der regulären Wächter mochten sie nicht Aber Mumm hatte sich letztens zu der Ansicht durchgerungen Wenn es hart auf hart ging, war es besser, die anderen Bürger an seiner Seite zu wissen Und in dem Fall sollten sie ein Schwert richtig in der Hand halten können, damit sie einem nicht versehentlich den Arm abschlugen Mumm zog A.E.Pessimal durch das Gedränge, bis er Fred Collern fand, der eine Größe passt nicht allen Helme verteilte Hier habe ich einen neuen Mann für dich, Fred, sagte er laut Herr A.E.Pessimal, A.E.P, falls er jemals Freunde finden sollte Er ist der Regierungsinspektor, rüste ihn voll aus und vergiss nicht den Schutzschild A.E.P hier möchte den Polizeidienst verstehen Deshalb hat er sich freundlicherweise bereit erklärt, uns als Untergefreiter bei der Barrikade Gesellschaft zu leisten Über A.E.Pessimals Kopf hinweg zwinkerte er Fred zu Oh, äh, in Ordnung Erwiderte Collern und dem flackernden Schein der Fackeln Zeigte sein Gesicht das unschuldige Lächeln eines Mannes Der sich anschickte, das Leben eines anderen in einen kleinen Topf brodelndes Entsetzen zu verwandeln Er beugte sich über den Tisch Weißt du, wie man mit einem Schwert umgeht, Untergefreiter Pessimal? Fragte er und ließ einen Helm auf den Kopf des Mannes fallen, wo dieser sich drehte Nicht genau, begann der Inspektor, als ein ziemlich altes Schwert über den Tisch geschoben wurde, gefolgt von einem schweren Schlagstock Und ein Schild? Kannst du was mit einem Schild anfangen? Fragte Collern und fügte dem Schwert und dem Schlagstock einen solchen Gegenstand hinzu Eigentlich wollte ich gar nicht, sagte A.E.Pessimal und versuchte sowohl das Schwert als auch den Schlagstock zu halten, worauf beide Objekte zu Boden fielen Er hob Schwert und Schlagstock auf und mühte sich, auch den Schild zu nehmen Mit dem Ergebnis, dass alle drei Gegenstände auf dem Boden landeten Kannst du hundert Meter in zehn Sekunden laufen? Hier drin? Fuhr Fred fort Ein Mantel aus rostigem Kettenhemd rutschte langsam über die Kante des Tisches Wie ein Paket aus Schlangen und landete auf A.E.Pessimals glänzenden Schuhen Äh, ich glaube nicht Stillstehen und ganz, ganz schnell zur Toilette gehen? Fragte Fred Na, du wirst es bald lernen Mumm drehte den Mann, hob fünfunddreißig Pfund rostzerfressenes Kettenhemd auf und drückte es A.E.Pessimal in die Arme, der sich daraufhin zusammenkrümmte Ich stelle dich einigen Bürgern vor, die heute Abend an deiner Seite kämpfen werden, sagte er, als ihm der kleine Mann hinterherhoppelte Dies ist Willikins, mein Butler Heute keine scharf geschliffenen Münzen in der Mütze, Willikins? Nein, Herr, sagte Willikins und sah den sich abplagenden A.E.Pessimal an Freut mich zu hören Dies ist untergefreiter Pessimal, Willikins Mumm zwinkerte Es ist mir eine Ehre, den Herrn Untergefreiten kennenzulernen, sagte Willikins würdevoll Jetzt da der Herr bei uns ist, werden es sich die Schurken zweimal überlegen, uns anzugreifen Hat der Herr es schon einmal mit einem Troll zu tun bekommen? Nein? Dann erlaube ich mir, dem Herrn einen kleinen Rat zu geben Es kommt darauf an, vor dem Troll zu stehen und dem ersten Hieb auszuweichen Dann geben sie sich immer eine blöße, Herr Und man kann vortreten und nach Belieben zuschlagen Äh, was ist, wenn ich nicht vor dem Troll stehe, während er mich zu schlagen versucht? Fragte A.E.Pessimal, wie hypnotisiert von der Beschreibung Er ließ erneut das Schwert fallen Was ist, wenn er hinter mir steht? Ah, nun, ich fürchte, in dem Fall muss der Herr zurückkehren und noch einmal von vorn anfangen Herr Und, äh, wie macht man das? Der erste Schritt besteht für gewöhnlich darin, geboren zu werden, Herr sagte Willikins und schüttelte den Kopf Mum nickte ihm zu und schob den zitternden Pessimal durch die schwatzende Menge Während es regnete, Dunstschwaden wogten und Fackelschein flackerte Guten Abend, Herr! Er tönte eine fröhliche Stimme Und ja, dort stand Hilfspolizist Hancock Ein freundlicher, bärtiger Mann mit einem freundlichen Lächeln und mehr scharfen Metall an seinem Leib als für Mums geistige Gesundheit gut war Das war das Problem mit einigen Hilfspolizisten Sie übertrieben ihr Engagement Einige von ihnen brachten ihre eigene Ausrüstung mit Und die war immer besser als die der Wache Manche von ihnen klirrten noch mehr als Zwerge Und kamen mit patentierten Handschellen, komplizierten Schlagstöcken, bequem gepolsterten Helmen Und Stiften, mit denen man unter Wasser schreiben konnte Hancocks Spezialität waren zwei achatische Krummschwerter auf seinem Rücken Wer sich auf den Übungshof wagte, während er mit ihnen trainierte Berichtete davon, dass es sehr beeindruckend aussah Mumm hatte gehört, dass ein achatischer Ninja einer Fliege mitten im Flug den Bart stutzen und das Haar schneiden konnte Aber dadurch fühlte er sich nicht viel besser Oh, hallo, Andy, sagte er Ich glaube, Hauptmann Karotte hat mit mir gesprochen Sagte Hilfspolizist Hancock und zwinkerte übertrieben Ich kümmere mich darum Oh, gut, erwiderte Mumm und begriff, dass er sich in eine schwierige Position gebracht hatte Und zwar mit dem Vorschlag, dass vielleicht ein Schwert genügte Du wirst es mit Trollen zu tun bekommen, zumindest zu Anfang, sagte er Denk daran, dass unsere Leute in deiner Nähe sind Erinnerst du dich an Hilfspolizist Pigel? Aber gerechterweise muss man sorgen, dass es ein glatter Schnitt war, erwiderte Hancock Igor meinte, das Wiederannähen wäre ihm nie so leicht gefallen Trotzdem, heute Abend beschränken wir uns auf Schlagstöcke, Andy Es sei denn, ich gebe andere Befehle, klar? Verstanden, Kommandär Mumm Das passt mir gut, denn ich habe mir gerade einen neuen Schlagstock zugelegt Der sechste Sinn ließ Mumm fragen Ach, tatsächlich, kann ich ihn mal sehen? Sofort, Herr Hancock holte etwas hervor, das für Mumm nach zwei Schlagstöcken aussah, die durch eine Kette miteinander verbunden waren Das sind achatische Numnats, Herr, ganz ohne scharfe Kanten Mumm schwang die Waffe versuchsweise und traf seinen eigenen Ellenbogen Er gab sie schnell zurück Das Ding ist bei dir besser aufgehoben Ich schätze, wenn ein Troll so etwas sieht, bleibt er stehen und denkt nach Herr Pessimal starrte entsetzt Nicht zuletzt deshalb, weil ihn das eigensinnige Holz nur knapp verfehlt hatte Oh, das ist Herr Pessimal, Andy, sagte Mumm Ihr findet heraus, wie es bei uns zugeht Herr Hancock ist einer unserer eifrigsten Hilfspolizisten, Herr Pessimal Freut mich, dich kennenzulernen, Herr Pessimal, sagte Hancock Wenn du irgendwelche Kataloge brauchst, so bist du bei mir an der richtigen Adresse Mumm ging rasch weiter, nur für den Fall, dass Hancock auf den Gedanken kam, seine Schwerter zu ziehen Kurz darauf begegnete er einer nicht ganz so beunruhigenden Person Und hier haben wir Herrn Boggis, sagte er Wie schön, dich zu sehen Herr Boggis ist Präsident der Diebesgilde, Herr Pessimal Herr Boggis salutierte stolz Er hatte ein Kettenhemd von Fred entgegengenommen, aber keine Macht der Welt hätte ihn veranlassen können, sich von seiner Melone zu trennen Wenn es dennoch irgendeine Macht versucht hätte, wäre sie mit zwei kühlblickenden und sehr ernsten Männern konfrontiert worden, die rechts und links neben Boggis standen und auf Waffen und Rüstung verzichteten Einer von ihnen reinigte seine Fingernägel mit einem offenen Rasiermesser Auf eine seltsame, aber sehr eindeutige Weise wirkten sie viel gefährlicher als Hilfspolizist Hancock Und Winnie ohne Ohren Lutz und Harry erinnert sich nicht an seinen Spitznamen Jones, wie ich sehe, fuhr Mumm fort Du hast deine Leibwächter mitgebracht, Herr Boggis? Winnie und Harry kommen gern an die frische Luft, Herr Mumm, sagte Herr Boggis Und du hast deinen eigenen Leibwächter? Er sah auf Herrn Pessimal hinab und wandte sich dann mit einem Lächeln an Mumm Bei diesen kleinen Bantam-Kämpfern muss man aufpassen, Herr Mumm Sie können einem im Nu die Nase abschneiden Ich erkenne einen mörderischen Burschen, wenn ich ihn sehe Viel Glück, Herr Pessimal Mumm führte den verblüfften Mann fort, bevor Herr Boggis auf der Stelle vom Gott des Übertreibens getötet wurde Fast wäre er gegen einen Hilfspolizisten gestoßen, der garantiert nicht zu viel sprach Und hier, Herr Pessimal, haben wir den Bibliothekar der Universität, sagte er Ein guter Mann im Handgemenge Aber das, das ist kein Mann Das ist ein Orang-Utan, Pongo-Pongo, beheimatet auf Bagbang-Duk und anderen Inseln in der Nähe Sagte der Bibliothekar, klopfte A.E.Pessimal auf den Kopf und reichte ihm eine Bananenschale Ausgezeichnet, A.E., sagte Mumm Nur wenige Leute kriegen das richtig hin Mumm zog den Inspektor durch die Menge aus feuchten, bewaffneten Männern und stellte ihn rechts und links vor Dann drückte er ihn in eine Ecke und zog ihm das Kettenhemd über den Kopf, was leisen, geschockten Protest hervorrief Bleib dicht hinter mir, Herr Pessimal, sagte er, als der Mann versuchte, sich zu bewegen Später könnte es ein bisschen heikel werden Die Trolle sind auf dem einen Platz, die Zwerge auf dem anderen Und beide trinken sich genug Mut für eine ordentliche Keilerei an Deshalb beziehen wir im Kahn-Aufstellung, direkt zwischen ihnen, der dünne braune Streifen Die Zwerge tragen Streitechste, die Trolle keulen Unsere Waffe der ersten Wahl ist der Schlagstock Und die Waffe der letzten Wahl sind unsere Füße Mit anderen Worten, wir rennen wie der Teufel Aber, aber, ihr habt Schwerter, brachte A.E.Pessimal hervor Wir haben Schwerter, Untergefreiter, ja, das stimmt Aber Löcher in Bürger zu bohren, wäre polizeiliche Grausamkeit Und das wollen wir nicht, gehen wir Ich möchte nicht, dass du irgendetwas verpasst Er setzte dem Mann erneut zu, zog ihn auf die Straße und in den Strom von Wächtern, die in Richtung Kahn eilten Abgesehen von ihnen war die Straße leer Die Bürger von Angmorpork hatten einen Instinkt dafür, zu Hause zu bleiben, wenn draußen zu viele Streitechste und Keulen unterwegs waren Der Kahn war einfach nur eine sehr breite Straße Einst für zeremoniöse Paraden bestimmt Ein Überbleibsel aus der Zeit, als es in der Stadt viele Gründe für Zeremonien gegeben hatte Jetzt war der Kahn voller Nieselregen, der nur das Pflaster nass machte und das Licht der Fackeln bei den Barrikaden reflektieren ließ Barrikaden Mit dieser Bezeichnung waren sie in den Inventarlisten der Wache aufgeführt Lange Bretter mit schwarzen und gelben Streifen, auf Tischen angeordnet Sowas waren keine Barrikaden Nicht für jemanden, der je hinter einer echten gestanden hatte Die aus Abfällen, Möbeln, Fässern, Furcht und Durchfall verursachendem Trotz bestand Nein, diese schlichten Gegenstände stellten das physische Symbol einer Idee dar Sie waren eine Linie im Sand, die sagte Bis hierher und nicht weiter Sie verkündeten Hier ist das Gesetz Wenn ihr über die Linie tretet, dann steht ihr jenseits des Gesetzes Tretet über diese Linie mit euren scharfen Äxten, großen Morgensternen und schweren stacheligen Keulen und wir Unsere kleine Schar, die hier mit Hölzern in Schlagstöcken steht Wir werden Tretet besser nicht über die Linie, klar? Die gelben und schwarzen Kanten des Gesetzes waren etwa dreieinhalb Meter voneinander entfernt aufgestellt worden Und boten genug Platz für die beiden Reihen aus Wächtern, die Rücken an Rücken standen und in Richtung der beiden Plätze blickten Mumm zog Herrn Pessimal in die Mitte des Kahn zwischen die beiden Reihen und ließ ihn dort los Irgendwelche Fragen? fragte er, als Nachzügler an ihnen vorbeihasteten, um ihre Posten zu beziehen Der kleine Mann starrte erst zum fernen Platz, wo die Trolle ein großes Feuer entzündet hatten Und dann zum anderen, wo sich die Zwerge bei mehreren Feuern versammelten Gesang kam von dort herüber Oh ja, zuerst wird gesungen Zunächst geht es darum, das Blut in Wallung zu bringen, verstehst du? Erklärte Mumm Lieder über Helden, große Siege, wie sie ihre Feinde töten und aus ihren warmen Schädeln trinken, solche Sachen Und dann, äh, greifen sie uns an? fragte A.E.Pessimal Oh, nicht in dem Sinne, sagte Mumm Sie versuchen, die andere Gruppe anzugreifen und wir sind im Weg Gehen Sie nicht vielleicht um uns herum? fragte A.E.Pessimal hoffnungsvoll Das bezweifle ich Sie sind nicht in der Stimmung für schmale Gassen und denken in geraden Linien Angreifen und brüllen, werden Sie sagen, das ist der richtige Weg Dort drüben ist die Universität, sagte A.E.Pessimal, als bemerkte er die großen Gebäude der unsichtbaren Universität jetzt zum ersten Mal Die Zauberer könnten doch die Waffen aus ihren Händen zaubern und ihnen dabei vielleicht sogar alle Finger lassen? Sie mit Magie in Zellen unterbringen? Sie alle in Frettchen verwandeln? Und was dann, Herr Pessimal? Mumm zündete sich eine Zigarre an und welbte die Hand so um das Streichholz, dass die Flamme sein Gesicht glühen ließ Sollen wir dorthin gehen, wohin uns die Magie führt? Winke mit dem Zauberstab, um herauszufinden, wer schuldig ist und was getan hat? Sollen wir die Leute mit Magie besser machen? Glaubst du, die Unschuldigen hätten nichts zu befürchten? Darauf würde ich keine zwei Cent wetten, Herr Pessimal Magie ist ein wenig lebendig und ein wenig knifflig Wenn man glaubt, sie an der Kehle gepackt zu haben, beißt sie einen in den Hintern Keine Magie in meiner Wache, Herr Pessimal Wir verlassen uns auf gute alte Polizeiarbeit Aber es sind viele, Kommandeur Zusammen über tausend, denke ich, sagte Mumm ruhig Und vermutlich sind noch viel mehr bereit, sich ins Getümmel zu stürzen Wenn wir zulassen, dass die Sache außer Kontrolle gerät Derzeit haben wir es nur mit den Hitzköpfen und Banden zu tun Aber können wir sie nicht einfach sich selbst überlassen? Nein, Herr Pessimal, denn dann käme es zu etwas, das wir in der Wache vollständiges und totales blutiges Chaos nennen Und es würde nicht aufhören und sehr schnell immer größer werden Wir müssen die Sache jetzt beenden, damit Ein Pochen kam von dem Platz mit den Trollen Laut genug, dass es von den Gebäuden in der Nähe wiederhalte Was war das? fragte A.E.Pessimal und sah sich nervös um Oh, das war zu erwarten, sagte Mumm Pessimal entspannte sich ein wenig Ach, war es das? Ja, bestätigte Mumm Es ist der Gahanker, der Kriegsschlag der Trolle Wenn man ihn gehört hat, ist man spätestens zehn Minuten später tot, heißt es Hinter Pessimal grinste Dietritus und der Fackelschein verwandelte seine Diamantzähne in Rubine Stimmt das? Ich glaube nicht, sagte Mumm Und jetzt entschuldige mich bitte für eine Weile, untergefreiter Pessimal Ich lasse dich in den guten Händen von Feldwebel Dietritus, während ich mit meinen Männern rede Ich muss ihnen den Rücken stärken und so Er ging schnell fort Eigentlich, so sagte er sich, hätte er dies dem Inspektor nicht antun sollen Der vermutlich gar kein schlechter Mann war, nur ein Beamter am falschen Ort Andererseits waren die Trolle dort draußen auf dem Platz wahrscheinlich keine schlechten Trolle Und die Zwerge auf dem anderen Platz waren auch keine schlechten Zwerge Leute, die vermutlich nicht schlecht waren, konnten einen töten Der trollische Kriegsschlag halte erneut durch die Stadt, als Mumm Fred Collan erreichte Wie ich höre, geben Sie uns den alten Gahanker, Herr Mumm, sagte der Feldwebel mit nervöser Fröhlichkeit Ja, ich schätze, sie greifen bald an Mumm hielt Ausschau und versuchte im fernen Feuerschein einzelne Gestalten zu erkennen Trolle griffen nicht schnell an, aber wenn sie kamen, näherte sich eine Wand Die Hand zu heben und mit fester, gebieterischer Stimme Halt! zu rufen, genügte wahrscheinlich nicht Denkst du an eine andere Barrikade, Herr Mumm? fragte Fred Hm? erwiderte Mumm und verdrängte ein Vorstellungsbild, das ihn auf der Straße zerquetscht zeigte Barrikaden, Herr, half Collan nach, vor mehr als dreißig Jahren Mumm nickte kurz Oh ja, er erinnerte sich an die glorreiche Revolution Es war keine richtige Revolution gewesen und von Glorreich konnte kaum die Rede sein Es sei denn, man hielt ein frühes Grab für Glorreich Auch bei der Gelegenheit waren Männer durch die Hand anderer Männer gestorben, die vermutlich bis auf einen oder zwei nicht schlecht gewesen waren Ja, sagte er, es scheint erst gestern gewesen zu sein Jeder Tag schien erst gestern gewesen zu sein, dachte Mumm Erinnerst du dich an den alten Feldwebel Kiel? Er hat in jeder Nacht tief in die Trickkiste gegriffen In Feldwebel Collins' Stimme schwang ebenso wie in der von A.E.Pessimal ein seltsam hoffnungsvoller Ton Mumm nickte Ich schätze, du hast das eine oder andere Ass im Ärmel, Herr Fuhr Fred fort, die Hoffnung jetzt nackt und ohne Scham Du kennst mich, Fred, ich bin immer bereit zu lernen Erwiderte Mumm vage Er schlenderte weiter, nickte Wächtern zu, die er kannte Klopfte anderen auf den Rücken und achtete darauf, dass niemand seinen Blick einfing Jedes Gesicht zeigte einen ähnlichen Ausdruck wie das von Fred Collon Mumm konnte praktisch die Gedanken der Wächter sehen Während das Pochen von fünfhundert Keulen, die gleichzeitig auf das Pflaster prallten Wie ein Hammer gegen die Trommelfälle schlug Du hast alles geregelt, nicht wahr, Herr Mumm? Wir laufen doch nicht etwa Gefahr, hier festzusitzen wie das Fleisch in einem Sandwich, oder? Es ist ein Trick, stimmt's? Es ist doch ein Trick, Herr Das hoffe ich, dachte Mumm Aber wie auch immer, die Wache muss hier sein Das ist die verdammte Wahrheit Wahrheit Der Gahanka-Rhythmus veränderte sich leicht Man musste genau hinhören Einige Keulen trafen kurz vor den anderen auf den Boden Ah Mumm erreichte Grinsy und Karotte, die zu den fahnen Feuern der Zwerge blickten Wir glauben, dass wir vielleicht ein Resultat erzielen, sagte Karotte Das will ich auch verdammt hoffen Was passiert bei den Zwergen? Nicht mehr viel Gesang, Herr, berichtete Grinsy Freut mich zu hören Aber wir könnten mit ihnen fertig werden, nicht wahr, Herr? Fragte Karotte Mit den Golemwächtern auf unserer Seite, wenn es hart auf hart ginge? Natürlich könnten wir das nicht, dachte Mumm Nicht, wenn sie es wirklich ernst meinen Wir könnten nur versuchen, tapfer zu sterben Ich habe gesehen, wie Männer tapfer gestorben sind So etwas hat keine Zukunft Ich möchte nicht, dass es dazu kommt, Hauptmann Mumm hielt inne Ein dunklerer Schatten hatte sich inmitten der dunklen Schatten bewegt Parole? Fragte er schnell Die schattenhafte Gestalt, sie trug einen Kapuzenmantel, zögerte Parole? Ähm, entschuldige, ich habe viel irgendwo aufgeschrieben Schon gut, Igor, komm her, sagte Karotte Woher wufftest du, dass ich es bin? Fragte Igor und duckte sich unter der Barrikade durch Dein Rasierwasser, sagte Mumm und zwinkerte dem Hauptmann zu Wie ist es gelaufen? Genau wie du gefragt hast, Herr Igor schlug die Kapuze zurück Übrigens, Herr, ich habe den Operationstisch gut geschrubbt und Mein Kuffin, Igor, hält sich bereit, um zu helfen Fünf elf unangenehmen Zwischenfällen kommt, Herr Danke, dass du daran gedacht hast, Igor, sagte Mumm Als wenn die Igors jemals an etwas anderes dächten Ich hoffe, wir brauchen seine Hilfe nicht Er sah den Kahn hinauf und hinunter Es regnete jetzt stärker Diesmal war der Polizistenfreund gekommen, als man ihn brauchte Regen neigte dazu, kämpferische Begeisterung zu dämpfen Hat jemand Nobby gesehen? Fragte er Hier, Herr Mumm Kam eine Stimme aus den Schatten Bin seit fünf Minuten hier Warum hast du dich nicht gemeldet? Konnte mich nicht mehr an die Parole erinnern, Herr Wollte warten, bis ich sie von Igor höre Komm her, hat es geklappt? Besser als du ahnst, Herr, sagte Nobby Regen strömte über seinen Mantel Mumm trat zurück Na schön, Jungs, es ist soweit Karotte und Kenzie, ihr geht zu den Zwergen Detritus und ich kümmern uns um die Trolle Ihr wisst, worauf es ankommt Die Linien langsam vorrücken lassen und keine gefährlichen Waffen Lasst uns dies wie Polizisten tun Auf mein Zeichen! Er eilte zu den Barrikaden zurück So schnell, wie die Unruhe durch die Reihen der Wächter ging Detritus wartete gleichmütig und brummte, als Mumm eintraf Die Keulen gerade aufgehört haben, Herr Berichtete er Das habe ich gehört, Feldwebel Mumm nahm den geölten Ledermantel ab und hängte ihn an die Barrikade Er wollte die Arme frei haben Übrigens, wie ist es in der Dreh-Dich-Wieder-Straße gelaufen? Fragte er und streckte die Arme Oh, wundervoll, Herr Antwortete Detritus zufrieden Sechs Alchemisten und fünfzig Pfund frisches Schlitt Hin und rein, schnell und sauber Sitzen jetzt alle in Kätchen Wussten gar nicht, wie ihnen geschah, was? Fragte Mumm Das schien Detritus ein wenig zu verletzen Oh nein, Herr Sagte er Ich sehr darauf geachtet habe, dass Sie wussten, ich ihnen geschah Und dann sah Mumm Herrn Pessimal, der noch immer dort stand, wo er ihn zurückgelassen hatte Sein Gesicht eine blasse Scheibe in der Dunkelheit Genug mit diesem Spiel Vielleicht hatte der kleine Narr etwas gelernt, während er dort im Regen stand und darauf wartete Zwischen zwei heulende Mobs zu geraten Vielleicht hatte er sich gefragt, wie es sein mochte, sein ganzes Leben mit solchen Momenten zu verbringen Ein bisschen härter als Büroarbeit Du solltest besser hier warten, Herr Pessimal Sagte Mumm so sanft wie möglich Es könnte ein wenig grob werden Nein, Kommandeur, sagte A.E.Pessimal und sah auf Was? Ich habe auf das geachtet, was gesagt wurde und ich bin entschlossen, dem Feind gegenüberzutreten, Kommandeur Sagte A.E.Pessimal Jetzt hör mal, Herr Pess... Äh, hör mal A.E.Pessimal, sagte Mumm, legte dem kleinen Mann die Hand auf die Schulter und stellte fest A.E.Pessimal zitterte so sehr, dass sein Kettenhemd leise klirrte Mumm sprach weiter Ich schlage vor, du gehst nach Hause Du gehörst nicht hierher Er klopfte ihm einige Mal auf die Schulter und fühlte, wie seine Verwirrung wuchs Kommandeur, Mumm, schnappte der Inspektor Äh, ja? A.E.Pessimal wandte Mumm ein Gesicht zu, das feuchter war, als es allein der Regen bewirken konnte Ich bin untergefreiter, nicht wahr? A.E.Pessimal, äh, ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber ich habe nicht erwartet, dass du es ernst nimmst Ich bin ein ernsthafter Mann, Kommandeur Mumm, und es gibt keinen Ort, an dem ich derzeit lieber sein möchte, als hier Untergefreiter Pessimal fügte mit klappernden Zähnen hinzu Und ich könnte mir keine bessere Zeit als diese vorstellen Br-br-br-bringen wir es hinter uns Na schön, wenn du meinst, erwiderte Mumm hoffnungslos Du hast den Inspektor gehört, Feldwebel-Ditritus, bringen wir es hinter uns Der Troll nickte und drehte sich zu dem fernen Trolllager um Er wölbte die Hände um den Mund und rief einige trollische Worte, die von den Gebäuden widerhalten Wie wär's mit etwas, das wir alle verstehen können? sagte Mumm, als die Echos verhalten A.E.Pessimal trat vor und holte Tiefluft Kommt, wenn ihr glaubt, hart genug zu sein! heulte er wild Mumm hüstelte Danke, Herr Pessimal, sagte er schwach Ich glaube, das genügt Der Mond war irgendwo hinter den Wolken Aber Angor brauchte ihn nicht zu sehen Karotte hatte ihr einmal eine besondere Uhr zum Geburtstag geschenkt Sie zeigte einen kleinen Mond, der sich drehte und im Rhythmus von 28 Tagen mal die helle und mal die dunkle Seite zeigte Bestimmt hatte sie ihn viel Geld gekostet und Angor trug sie um den Hals Das einzige Kleidungsstück, das sie den ganzen Monat übertragen konnte Sie brachte es einfach nicht fertig, ihm zu sagen, dass sie die Uhr nicht brauchte Sie wusste, was geschah Derzeit war es schwierig, viel mehr zu wissen, denn sie dachte mit der Nase Das war das Problem mit den Wolfszeiten Die Nase übernahm die Kontrolle Angor suchte in den Gassen unweit der Sirupstraße, ausgehend vom Eingang der Zwergenmine Sie durchstreifte eine Welt aus Farben Gerüche überlagerten sich gegenseitig, trieben umher und hafteten Die Nase ist das einzige Organ, das in der Zeit rückwärts sehen kann Sie hatte bereits den Haufen auf dem Abladeplatz besucht und dort eine Trollfährte gefunden Der Troll musste die Mine an dieser Stelle verlassen haben Aber es hatte keinen Sinn, einer so alten Spur zu folgen Heutzutage trugen hunderte von Trollen Flechten und Schädel Doch der widerliche, ölige Kram Dieser Geruch klebte in ihrer Erinnerung fest Für die kleinen Teufel gab es sicher andere Wege hinein Und man musste die Luft in einer Mine umwälzen Also würde ein wenig von dem Öl zusammen mit der Luft einen Weg nach draußen finden Der Geruch war bestimmt nicht sehr stark Aber das musste er auch nicht sein Eine Spur genügte Das wäre mehr als genug Als Angua durch die Gassen lief und über Mauern in mitternächtliche Höfe sprang Hielt ihr Wolfsmaul den kleinen Lederbeutel Den Freund eines jeden denkenden Wehrwolfs Eines Geschöpfs also, das sich daran erinnerte, dass einem die Kleidung nicht auf magische Weise folgte Der Beutel enthielt ein leichtes Seidenkleid und eine große Flasche mit Mundwasser Das Angua für die größte Erfindung der letzten hundert Jahre hielt Hinter dem breiten Weg wurde sie fündig Und entdeckte einen Geruch, der sich vor den vertrauten organischen Gerüchen der Stadt Wie ein dünnes schwarzes Band abzeichnete Es bildete dort Zickzackmuster in der Luft, wo Windstöße und vorbeirollende Karren an ihm gezarrt hatten Angua begann sich mit größerer Vorsicht zu bewegen Dieses Viertel war nicht wie die Sirupstraße Hier lebten Leute mit Geld Und oft gaben sie das Geld für große Hunde und Bei uns kommt ihr nicht ungeschoren davon Schilder an ihren Zufahrten aus Als sie weiter schlich, hörte sie das Rasseln von Ketten und gelegentliches Jaulen Sie verabscheute es von großen, bissigen Hunden angegriffen zu werden Es blieb immer ein Durcheinander zurück und das Mundwasser war nie stark genug Das Band des Geruchs reichte durch das Geländer der Erfahrungssichel Eines der größten architektonischen Prachtstücke der Stadt Allerdings war es immer schwierig, Mieter für das Gebäude zu finden Obwohl das Viertel einen guten Ruf genoss Die meisten Leute wohnten dort nicht länger als einige Monate Bevor sie hastig auszogen und manchmal all ihre Sachen zurückließen Die Erfahrungssichel stand unweit des Parkwegs, einem recht teuren Wohnviertel Ohne die andauernde Präsenz der Erfahrungssichel Die trotz aller Bemühungen des Denkmalschutzvereins von Ant Morbock noch nicht hatte abgerissen werden können Wären die Mieten sicher noch höher gewesen Der Erbauer des Gebäudes war Bergholzstadtlich Jonsson Besser bekannt als absolut bekloppter Jonsson Ein Mann, der in einem zarten Körper so viel Enthusiasmus, Selbsttäuschung und kreativen Mangel an Talent vereinte Dass er in vielerlei Hinsicht zu einem der größten Helden der Architektur wurde Nur der absolut bekloppte Jonsson konnte den 102 cm langen Meter und ein Dreieck mit drei rechten Winkeln erfinden Nur der absolut bekloppte Jonsson konnte gewöhnliche Materie durch Dimensionen drehen, für die sie nicht bestimmt war Und nur der absolut bekloppte Jonsson konnte all dies allein durch Zufall bewerkstelligen Seine äußerst originelle Auffassung von Geometrie war für die Erfahrungssichel verantwortlich Von außen betrachtet handelte es sich um ein gewöhnliches sichelförmiges Terrassengebäude Errichtet aus honigfarbenem Stein, hier und dort mit Säulen oder einem angenagelten Engelchen geschmückt Drinnen führte die Eingangstür von Nummer 1 zum hinteren Schlafzimmer von Nummer 15 Das Erdgeschossfenster von Nummer 3 bot einen Blick auf etwas, das man eigentlich aus dem zweiten Stock von Nummer 9 sehen sollte Und der Rauch des Esszimmerkamins von Nummer 2 kam aus dem Schornstein von Nummer 19 Still und elegant setzte Angua über das Geländer hinweg und landete auf allen Vieren auf etwas, das einst ein Kiesweg gewesen war Die Bewohner der Erfahrungssichel arbeiteten kaum im Garten Denn man konnte nie sicher sein, in wessen Garten die Knollen einer Pflanze aufgingen Angua folgte ihrer Nase zu einer Ansammlung wuchernder Disteln Einige alte Ziegel, zu einem Kreis angeordnet, markierten die Öffnung eines Brunnens Der ölige Geruch war dort sehr stark, aber es gab noch einen anderen, frischeren und weitaus komplexeren Geruch Der dazu führte, dass sich Anguas Nackenhaare aufrichteten Ein Vampir befand sich dort unten Jemand hatte Unkraut entfernt und Schutt beiseite geräumt Darunter die unvermeidliche zerrissene Matratze und den demolierten Lehnstuhl Es gab nichts dagegen einzuwenden, Sperrmüll in den Garten zu werfen Denn vielleicht warf man ihn nicht in den eigenen Garten Sally! Was machte sie hier? Angua zog einen Stein aus dem Brunnenrand und ließ ihn fallen Es platschte nicht Dafür erklang ein hölzernes Pochen Na schön! Sie nahm wieder ihre menschliche Gestalt an, um nach unten zu klettern Krallen waren soweit in Ordnung, aber gewisse Dinge mussten von Affen erledigt werden Die Seiten erwiesen sich wie erwartet als glitschig Aber im Lauf der Zeit hatten sich so viele Steine aus den Wänden gelöst, dass der Abstieg überraschend leicht war Und der Brunnen war nur etwa zwanzig Meter tief Angelegt in einer Zeit, als man geglaubt hatte, dass Wasser, in dem so viele kleine Tierchen lebten, gesund sein musste Unten stieß Angua auf neue Bretter Jemand, und es kamen nur Zwerge in Frage, hatte sich hier in den Brunnen gegraben und mehrere Bretter darin ausgelegt Sie waren bis hierher gekommen und nicht weiter Warum? Weil sie den Brunnen erreicht hatten? Unter den Brettern schwappte schmutziges Wasser, beziehungsweise eine wasserartige Flüssigkeit Der Tunnel war an dieser Stelle etwas breiter und Zwerge hatten sich hier aufgehalten Angua schnupperte, vor nur einigen Tagen Zwerge waren hier gewesen, hatten sich umgesehen und waren dann wieder gegangen Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, alles wieder in Ordnung zu bringen Angua roch es wie ein Bild Sie schlich los, und ihre Nase kartografierte die Tunnel Sie waren nicht so sorgfältig gearbeitet, wie die Tunnel durch die feurig ging Diese waren viel einfacher, verliefen im Zickzack und endeten manchmal vor einer Wand Schlichte Bretter und Balken hielten den stinkenden Schlamm der Ebene zurück Der dennoch hier und dort durch Öffnungen quoll Diese Tunnel sollten nicht auf Dauer halten, nur lange genug für eine schnelle und mit Sicherheit schmutzige Sache Die Gräber hatten also nach etwas gesucht, ohne genau zu wissen, wo es sich befand Bis sie auf etwa sechs Meter herangekommen waren Dann hatten sie es ... gerochen? Entdeckt? Das letzte Stück zum Brunnen verlief gerade Zu jenem Zeitpunkt schienen sie gewusst zu haben, wohin sie graben mussten Angua setzte den Weg fort und musste sich immer wieder ducken, um nicht an die niedrige Decke zu stoßen Schließlich gab sie auf und verwandelte sich wieder in einen Wolf Der Tunnel wurde gerade und gelegentlich zweigten Seitengänge ab, denen Angua keine Beachtung schenkte Obwohl sie lang rochen Der Vampirgeruch war noch immer ein ärgerliches Thema in der nasalen Symphonie Und überlagerte fast den Gestank des schmutzigen Wassers, das aus den Wänden tropfte An einigen Stellen hatten Firma die Decke kolonisiert Fledermäuse ebenfalls Sie bewegten sich Und dann bemerkte Angua einen weiteren Geruch, als sie an einer Tunnelöffnung vorbeikamen So schwach er auch war, er enthielt eindeutig Vollnis Ein frischer Tod Vier frische Tode Am Ende eines kurzen Seitengangs fand sie die Leichen von zwei, nein, von drei Zwergen, halb im Schlamm begraben Sie glühten Firma hatten keine Zähne, wusste Angua von Karotte Sie warteten, bis sich die in Aussicht stehende Mahlzeit verflüssigte Und während sie auf den größten Glücksfall warteten, den sie jemals erlebt hatten, feierten sie Hier unten in einer weit von den Straßen entfernten Welt würden sich die Zwerge in Licht auflösen Angua schnüffelte Sehr frisch Sie haben etwas gefunden, sagte jemand hinter ihr Und dann hatte sie getötet Angua sprang Der Sprung war keine Absicht, ihr Hinterhirn arrangierte ihn ganz allein Das Vorderhirn, der Teil, der wusste, dass ein Feldwebel nicht versuchen sollte, einen Obergefreiten zu zerfleischen, ohne provoziert worden zu sein, versuchte den Sprung mitten in der Luft zu stoppen Doch in dieser Phase ging es nur noch um Ballistik Es gelang ihr sich in der Luft zu drehen, wodurch sie mit der Schulter gegen die Wand stieß Flügel schlugen ein Stück entfernt und ein langgezogenes, organisches Geräusch vermittelte die Vorstellung von einem Schlachter, der Schwierigkeiten mit einem Stück Knorpel hatte Weißt du, Feldwebel? So etwas wie Scham hatte hier unten in der Dunkelheit keinen Sinn Angua zwang sich zurück in menschliche Gestalt Alle Gehirnzellen drängten sich zusammen, um Reißzähne und Krallen niederzuringen Zorn half Was zum Teufel machst du hier? fragte sie, als sie einen funktionierenden Mund hatte Ich habe Dienst frei erwiderte Sally und trat vor Ich habe beschlossen, mich ein wenig umzusehen Sie war völlig nackt So viel Glück kannst du nicht gehabt haben knurrte Angua Deine Nase fehlt mir natürlich, Feldwebel sagte Sally mit einem süßen Lächeln Aber ich hatte 155 fliegende kleine Nasen zur Verfügung und die können einen großen Bereich absuchen Ich dachte, Vampire könnten ihre Kleidung rematerialisieren lassen sagte Angua vorwurfsvoll Otto Schrieg ist dazu imstande Frauen können das nicht Wir wissen nicht, woran es liegt Vermutlich an dieser ganzen Nachthemdgeschichte Da bist du wieder im Vorteil Wenn man in den Körpern von 155 Fledermäusen steckt fällt es schwer, sich daran zu erinnern, dass zwei von ihnen eine Hose tragen sollen Sally sah zur Decke hoch und seufzte Hör mal, ich weiß, wohin dies führt Es geht um Hauptmann Karotte Ich habe gesehen, wie du ihn angelächelt hast Entschuldige, wir können sehr charmant sein Das gehört zur Vampirnatur Wolltest ihn wohl unbedingt beeindrucken Und du nicht? Er ist eben ein Mann, den man gern beeindruckt Sie musterten sich wachsam Er gehört mir sagte Angua und spürte, wie sich ihre Fingernägel in Krallen verwandeln wollten Du gehörst ihm, meinst du wohl? Erwiderte Sally Du weißt, wie es funktioniert Du läufst ihm nach Entschuldige, das ist eine Werwolfssache Rief Angua Halt! Sally hob beide Hände zu einer Geste des Friedens Wir sollten besser etwas klären, bevor dies weitergeht Ja? Ja, wir haben beide nichts an Wir stehen beide in einem Tunnel, der sich immer mehr mit Schlamm füllt, wie du vielleicht bemerkt hast Und wir bereiten uns auf den Kampf vor Na schön Aber es fehlt etwas Und das wäre? Ein zahlendes Publikum Wir könnten ein Vermögen verdienen Sally zwinkerte Oder Sollten wir uns auf das besinnen, das uns hierher geführt hat? Angua zwang ihren Körper, sich zu entspannen Sie hätte das sagen sollen Sie war schließlich der Feldwebel Na schön Erwiderte sie Wir sind beide hier Lassen wir es dabei Wolltest du sagen, dass diese Zwerge von einem Ding aus dem Brunnen getötet worden sind? Möglich Aber wenn das stimmt, hat das Ding eine Axt benutzt Sieh dich um Kratz etwas von dem Schlamm weg Seit meiner Ankunft ist noch mehr davon über sie gequollen Deshalb hast du es vermutlich übersehen Fügt es Sally großzügig hinzu Angua zog einen Zwerg aus dem glänzenden Schleim Ich verstehe Sagte sie und ließ die Leiche zurückfallen Dieser ist seit zwei Tagen tot Wie ich sehe, hat man sich nicht viel Mühe gegeben, sie zu verbergen Warum auch? Die Zwerge haben damit aufgehört, diese Tunnel auszupumpen Die Stützen sehen provisorisch aus Der Schlamm kehrt zurück Wer wäre schon so dumm, hierher zu kommen? Ein Stück der Wand glitt nach unten mit einem klebrigen, organischen, kuhfladenartigen Geräusch Überall tröpfelte und ran es Ank Morpoks Unterwelt forderte verstohlen zurück, was ihr gehörte Angua schloss die Augen und konzentrierte sich Der Gestank des Schleims, der Geruch der Vampiren und des inzwischen knöchelhochstehenden Wassers Das alles rang um ihre Aufmerksamkeit Doch hier ging es um Konkurrenz Sie durfte nicht zulassen, dass ein Vampir die Führung übernahm Das wäre so... Traditionell Es waren noch andere Zwerge hier, murmelte sie Zwei, nein drei, äh... Vier weitere Ich rieche... Schwarzes Öl Fernes Blut Weiter den Tunnel hinunter Und hier liegen nur drei Leichen Sie richtete sich so abrupt auf, dass sie fast mit dem Kopf an die Decke gestoßen wäre Komm Es wird hier ein wenig gefährlich Wir können diese Sache klären Komm Du kannst dich doch nicht vor dem Tod fürchten Angua lief los Hältst du es vielleicht für lustig, einige tausend Jahre in Matsch vergraben zu verbringen? Rief Sally Aber sie sprach nur zu quellendem Schlamm und fauliger Luft Sie zögerte einen Moment, stöhnte und folgte Angua Angua Tiefer im Haupttunnel zweigten Meergänge ab Zu beiden Seiten flossen Ströme aus Schlamm wie kalte Lava daraus hervor Sally platzte an etwas vorbei, das aussah wie eine große Trompete aus Kupfer, die sich langsam in der Strömung drehte Hier war der Tunnel besser gebaut als in der Nähe des Brunnens Und an seinem Ende schien mattes Licht Angua hockte vor einer der großen, runden Zwergentüren Sally schenkte ihr keine Beachtung und warf nur einen flüchtigen Blick auf den Zwerg, der in sich zusammengesackt auf dem Boden saß, mit dem Rücken an der Tür Stattdessen sah sie auf das Symbol, das groß und grob auf das Metall gekritzelt war Es ähnelte einem runden, sterrenden Auge mit einem Schweif Und es glühte mit dem grün-weißen Licht von Thürmern Er hat es mit seinem Blut gemalt Sagte Angua ohne aufzusehen Sie hielten ihn für tot Aber es steckte noch ein wenig Leben in ihm Er schaffte es hierher, aber die Mörder haben die Tür verriegelt Er hat daran gekratzt Ich rieche es hier Und es ist Blut unter seinen Fingernägeln Dann hat er das Zeichen mit seinem eigenen, warmen Blut gemalt Hat dort gesessen, sich die Wunde zugehalten und beobachtet, wie die Firma kamen Ich würde sagen, er ist seit etwa 18 Stunden tot Ich glaube, wir sollten diesen Ort verlassen Jetzt sofort, sagte Sally und wich zurück Weißt du, was das Zeichen bedeutet? Ich weiß nur, dass es ein Minenzeichen ist Weißt du, was es bedeutet? Nein, aber ich kann mir denken, dass es ein wirklich schlimmes Symbol ist Es kann kaum gut sein, es hier zu sehen Was machst du mit der Leiche? Sally wich noch etwas weiter zurück Ich versuche herauszufinden, wer es war Sagte Angua und durchsuchte die Kleidung des Zarks So was machen wir in der Wache Wir stehen nicht herum und machen uns Sorgen wegen irgendwelcher Kritzeleien an den Wänden Wo ist das Problem? In diesem Augenblick? Fragte die Vampiren Er leckt ein wenig Wenn ich es aushalten kann, solltest du es ebenfalls können In diesem Job sieht man viel Blut Versuch nicht, davon zu trinken, das ist mein Rat Sagte Angua, während sie weitersuchte Ah, er trägt eine Halskette mit Runen und Sie zog die Hand aus dem Wams des Zwergs Dies kann ich nicht genau erkennen, aber ich rieche Tinte Vielleicht ist es ein Brief Na schön, verschwinden wir von hier Sie drehte den Kopf und sah zu Sally Hast du gehört? Das Zeichen stammt von einem Sterbenden Sagte Sally und hielt noch immer Abstand Ja Wahrscheinlich ist es ein Fluch Und wenn schon, sagte Angua Wir haben ihn nicht getötet Mit ein wenig Mühe kam sie auf die Beine Sie blickten auf den breigen Schlamm hinab, der ihnen bis zu den Knien reichte Glaubst du, der Fluch schert sich darum? Fragte Sally sachlich Nein, aber ich glaube, bei der letzten Abzweigung könnte es einen Weg nach oben geben Sagte Angua und sah durch den Tunnel zurück Sie hob den Arm Firma krochen mit blinder Entschlossenheit über die Decke Fast so schnell wie unten die Schlammbrühe floss Als glühender Strom hielten sie auf den Seitengang zu Sally zuckte mit den Schultern Es ist ein Versuch wert Sie brachen auf Und das Geräusch ihrer platschenden Schritte verklang bald Langsam stieg der Schlamm und gluckerte in der Düsternis Der Strom aus Firmen an der Decke wurde dünner und verschwand Die Firmen, die das Zeichen bildeten, blieben Denn ein solcher Festschmaus war den Tod wert Das Glühen ließ nach, als ein Firmen nach dem anderen starb Die Dunkelheit unter der Welt umschloss das Zeichen Das Rot aufflammte und ebenfalls starb Die Dunkelheit blieb An diesem Tag im Jahr 1802 versuchte der Maler Methodier Schlingel Das Ding unter einem Haufen alter Säcke zu verstauen Um zu verhindern, dass es das Huhn weckte Dann stellte er den letzten Troll fertig Und nahm seinen kleinsten Pinsel, um die Augen zu malen Es war fünf Uhr morgens Regen fiel vom Himmel, nicht sehr stark, aber beharrlich Auf dem Hier gibt's alles Platz und dem Platz der gebrochenen Monde Zischte er auf der weißen Asche der Feuer An manchen Stellen legte er orangefarbenes Glühen frei, das noch lauter zischte und sprühte Eine Gnollfamilie stöberte herum und jedes Familienmitglied zog seinen oder ihren kleinen Karren Einige Wächter behielten sie im Auge Gnolle waren nicht besonders wählerisch bei dem, was sie einsammelten Vorausgesetzt, es zappelte nicht und selbst dann Es gab Gerüchte, aber man tolerierte sie Nichts säuberte einen Ort gründlicher als ein Gnoll Von hier sahen sie aus wie kleine Trolle Jeder von ihnen mit einem großen Beutel auf dem Rücken, der ihre ganze Habe enthielt Und der größte Teil von dem, was sie besaßen, war faulig Sam Mumm verzog das Gesicht, als es in seiner Seite stach Natürlich hatte es ihn treffen müssen Nur zwei Polizisten waren bei der ganzen verdammten Angelegenheit verletzt worden Und einer von ihnen musste er sein Igor hatte sich alle Mühe gegeben Aber gebrochene Rippen blieben gebrochene Rippen Und es würde eine oder zwei Wochen dauern, bis die verdächtige grüne Salbe half Dennoch genoss Mumm ein gewisses warmes Glühen an der ganzen Sache Sie hatten gute alte Polizeiarbeit geleistet Und da gute alte Polizisten immer in der Minderzahl sind Hatte er die gute alte Polizeimethode von Schlauheit, Täuschung und Man nehme jede Waffe, die man bekommen kann, angewendet Von einem Kampf konnte eigentlich nicht die Rede sein Die Zwerge hatten größtenteils nur da gesessen und düstere Lieder gesungen Weil sie umfielen, wenn sie aufzustehen versuchten Oder sie hatten versucht, aufzustehen, waren umgefallen und lagen dann da und schnarchten Die meisten Trolle hingegen standen, kippten aber, wenn man sie anstieß Ein oder zwei, die ein wenig klarer im Kopf waren als die anderen Hatten auf geradezu lächerlich schwerfällige Weise zu kämpfen versucht Waren jedoch der ältesten Polizeimethode erlegen Dem gut platzierten Stiefel Wenigstens die meisten von ihnen Mumm verlagerte das Gewicht, um die Schmerzen in der Seite zu lindern Er hätte es kommen sehen müssen Aber Ende gut, alles gut Es gab keine Toten Und das Tüpfelchen auf dem I war die Morgenausgabe der Times, die er gerade in den Händen hielt Der Leitartikel bedauerte die durch die Stadt ziehenden Banden und fragte, ob die Wache ihrer Aufgabe gerecht werden konnte, für Ordnung zu sorgen Oh ja, ich glaube, das können wir, du aufgeblasener Heini Mumm rieb ein Streichholz an einer Plinte und zündete sich eine Zigarre an, um einen kleinen, aber dunkle Genugtuung bringenden Triumph zu genießen Bei den Göttern, sie hatten diesen Erfolg gebraucht Während der verdammten Komtalsache war die Wache immer wieder unter schweren Beschuss geraten Und es war gut, den Jungs endlich einmal etwas geben zu können, auf das sie stolz sein konnten Sie hatten definitiv ein Resultat erzielt Mumm starrte auf die Plinte Er erinnerte sich nicht daran, welche Statue hier einst gestanden hatte Generationen von Graffiti-Künstlern hatten sich an der Plinte ausgetobt Ein Stück Troll-Graffiti schmückte sie jetzt Und tilgte alles, was von Künstlern geschaffen worden war, die nur Farbe benutzt hatten Mumm las Herr Schein, er Diamant Minenzeichen, Stadtgekritzel, dachte er Es wird brenzlig, und die Leute nahmen das zum Anlass, an Mauern zu schreiben Kommandeur! Er drehte sich um Hauptmann Karotte, seinen Brustharnisch makellos glänzend, eilte auf ihn zu Wie üblich verriet sein Gesichtsausdruck hundertprozentigen Eifer Ich habe doch alle Wächter, die nicht im Gefangenendienst sind, ins Bett geschickt, Hauptmann, sagte Mumm Ich bringe nur noch einige Dinge in Ordnung, Herr, erwiderte Karotte Lord Veterinary hat dem Wachhaus eine Nachricht übermittelt Er möchte einen Bericht Ich dachte, ich sollte dich besser darauf hinweisen, Herr Ich habe nachgedacht, Hauptmann, sagte Mumm aufgeschlossen Sollen wir hier eine kleine Gedenktafel anbringen? Etwas Schlichtes Mit der Aufschrift Hier fand am fünften Groni des Jahres der Garnele nicht die Schlacht des Komtals statt Könnten wir vielleicht eine verdammte Briefmarke herausgeben lassen? Was meinst du? Ich glaube, du solltest dich hinlegen und schlafen, Kommandeur, sagte Karotte Und eigentlich ist der Komtaltag erst am Samstag Denkmäler für Schlachten, die nicht stattgefunden haben, sind vielleicht ein bisschen übertrieben, Aber eine Briefmarke? Lady Sibyl macht sich wirklich Sorgen um dich, Herr, sagte Karotte behutsam Das Zischen in Mumms Kopf fließ nach Der Hinweis auf Sibyl ließ die Gläubiger seines Körpers Schlange stehen Und mit ihren überfälligen Schuldscheinen winken Füße? Todmüde, brauchten bringend ein Bart Magen? Knurrend Rippen? Brennend Rücken? Schmerzend Gehirn? Trunken von eigenen Giften Ein Bad Schlafen Essen Gute Ideen Aber gewisse Dinge erforderten noch immer seine Aufmerksamkeit Wie geht's unserem Herrn Pessimal? Fragte er Igor hat ihn in Ordnung gebracht Er staunt noch immer ein bisschen über all die Aufregung Nun, ich kann dir nicht befehlen, dich auf den Weg zu seiner Lordschaft zu machen Nein, das kannst du nicht, weil ich der Kommandeur bin, Hauptmann, sagte Mumm noch immer berauscht vor Erschöpfung Aber er kann das und er hat es getan, Herr Und deine Kutsche wird vor dem Palast bereitstehen, wenn du ihn wieder verlässt Das sind Lady Sibbles Befehle, Herr, sagte Karotte und berief sich auf höhere Autorität Mumm sah zu der hässlichen Masse des Palastes auf Saubere Laken erschienen ihm plötzlich sehr verlockend Ich kann ihm nicht so gegenübertreten, murmelte er Ich habe mit Sekretär Drumknott gesprochen, Herr Heißes Wasser, ein Rasiermesser und eine große Tasse Kaffee warten im Palast auf dich Du hast an alles gedacht, Karotte Das hoffe ich, Herr Mach dich jetzt besser auf den Weg Aber ich habe mir etwas einfallen lassen, sagte Mumm und schwankte zufrieden Besser sinnlos betrunken als sinnlos tot Es war ein klassischer Trick, Herr, sagte Karotte anerkennend Einer für die Geschichtsbücher Geh jetzt, Herr Ich mache mich auf die Suche nach Angor Sie hat nicht in ihrem Bett geschlafen Um diese Zeit im Monat, ich weiß, Herr Aber sie hat auch nicht in ihrem Korb geschlafen In einem feuchten Keller, der einst eine Mansarde gewesen und jetzt halb mit Schlamm gefüllt war Strömten die Firma dort aus einem kleinen Loch, wo Bretter seit langer Zeit vermoderten Eine Faust schlug zu Aufgeweichtes Holz splitterte und gab nach Angor zog sich in diese neue Dunkelheit und bückte sich dann, um Sally nach oben zu helfen Oh, noch mehr durcheinander, sagte die Vampirin Wollen wir's hoffen, erwiderte Angor Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Etage nach oben Dort ist ein Bogengang, komm Sie hatten viele Sackgassen, vergessene stinkende Zimmer, falsche Hoffnungen und eindeutig zu viel Schlamm hinter sich Nach einer Weile war der Geruch fast greifbar geworden und dann zu einem weiteren Teil der Dunkelheit Die Frauen wanderten und kletterten von einem feuchten Raum zum nächsten, tasteten die schmutzigen Wände nach verborgenen Türen ab und suchten nach Licht an Decken, von denen interessante und grässliche Dinge herabhingen Jetzt hörten sie Musik Nach fünf Minuten des Wartens und Rutschens gelangten sie zu einem blockierten Zugang Aber da man den modernen Angmorpork-Mörtel aus Sand, Pferdedung und Gemüseschalen verwendet hatte, waren bereits einige Ziegel herausgefallen Sally entfernte den Rest mit einem Schlag Entschuldige, sagte sie, es ist eine, äh, Vampirsache Der Keller hinter der demolierten Wand enthielt einige Fässer und schien regelmäßig benutzt zu werden Er hatte auch eine richtige Tür Dumpfe Musik mit einem sich ständig wiederholenden Rhythmus drang durch die Bretter an der Decke Angor bemerkte eine Falltür Na schön, sagte sie Dort oben sind Leute Ich rieche sie Ich zähle siebenundfünfzig schlagende Herzen, sagte Sally Angor warf ihr einen Blick zu Weißt du, über dieses Talent würde ich an deiner Stelle nicht laut reden Entschuldigung, Feldwebel Sowas hören die Leute nicht gern, fuhr Angor fort Ich meine, ich bin durchaus imstande, den Kopf eines Mannes zu zerbeißen Aber ich laufe nicht herum und erzähle das allen Ich werde daran denken, Feldwebel, sagte Sally mit einer Demut, die vielleicht geheuchelt war Gut, und jetzt, äh, wie sehen wir aus? Wie Sumpfmonster? Ja, Feldwebel, dein Haar ist in einem schrecklichen Zustand Ein großer Klumpen grüner Schleim Grün? Ich fürchte ja Und mein Notfallkleid liegt irgendwo dort unten, sagte Angor Außerdem ist es schon nach Tagesanbruch Kannst du dich, äh, jetzt in Fledermäuse verwandeln? Bei Tageslicht? Hundertfünfundfünfzig desorientierte Teile von mir? Nein, aber du könntest als Wolf hinausgehen Ich möchte lieber nicht als Schleimmonster durch den Boden kommen, wenn du gestattest, sagte Angor hochmütig Ja, ich verstehe Sowas sollte besser nicht, hoffen, gezeigt werden Sally schnippte etwas Schlamm fort Dieses Zeug ist grässlich Wir können also nur hoffen, dass uns niemand erkennt, wenn wir loslaufen Sagte Angor und zog sich wabbeliges Grün aus dem Haar Wenigstens sind wir... Oh nein Was ist los? Fragte Sally Nabi Nobs, er ist dort oben Ich rieche ihn Angor deutete zu den Brettern empor Du meinst Corporal Nobs? Den kleinen... Mann mit den Pickeln? Fragte Sally Wir sind doch nicht unter dem Wachhaus, oder? Angor sah sich voller Panik um Ich glaube nicht Jemand tanzt, nach den Geräuschen zu urteilen Aber wie kannst du einen Menschen inmitten so vieler Leute identifizieren? Nabi Nobs, erkenne ich überall, glaub mir Der Geruch von altem Kohl, Aknesalbe und nicht bösartiger Hautkrankheit wurde bei Corporal Nobs zu einem Duft, der sich so auf die Nase legte wie ein Sägeblatt auf eine Harfe Er war nicht in dem Sinne übel, ähnelte aber seinem Verursacher Er war sonderbar, allgegenwärtig und teuflisch schwer zu vergessen Er ist doch ein Kollege, bemerkte Sally Würde er uns nicht helfen? Wir sind nackt, Obergefreite Nicht unbedingt, dies ist sehr klebriger Schlamm Ich meine unter dem Schlamm, sagte Angor Ja, aber wenn wir Kleidung tragen würden, wären wir unter ihr nackt, erwiderte Sally Dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt für Logik Ich möchte nicht erleben, dass Nobby mich angrinst Aber er hat dich doch in deiner Wolfsgestalt gesehen, fragte Sally Und, schnappte Angor, als Wolf bist du doch nackt, streng genommen Verrat ihm das nie Und, schnappte Angor